Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur dieswöchigen Freitagspredigt. Wie immer eigentlich ein Gast, heute ein sehr, sehr interessanter, spannender Gast, nämlich Alexander Stier. Herzlich willkommen, Alexander. Ja, danke für die Einladung. Ich bin auch sehr gespannt auf die Sendung. Ja, wir werden, denke ich, heute sehr interessante Sachen aufdecken. Genau. Ich bin ja quasi auf dich aufmerksam geworden. Du warst ja bei diesem Podcast da von MC Boogie und da hattest du mich erwähnt und das hatte mir einer geschickt. Und dann habe ich gesehen, ah, okay, also das war das erste Mal, dass ich auf dich gestoßen bin. Und dann habe ich mir so ein paar Sachen angeschaut und dann hattest du dich ja auch gemeldet im Chat. Und da habe ich gesagt, wieso nicht? Das Thema finde ich eh spannend. Moment, Satanismus und Islam. Gibt es da Gemeinsamkeiten? Ich habe ab und zu in meinen Livestreams mal so ein bisschen, ja, darüber nachgedacht, laut nachgedacht. Bin aber jetzt kein Kenner dieser Ideologie, wenn man es Ideologie nennen will. Und du warst ja selbst quasi in diesen Kreisen drin, gehst ja als quasi Aussteiger. Und darüber werden wir uns unterhalten. Ja, ich wollte sagen, wir unterhalten uns am Anfang so ein bisschen über dich, über deinen Werdegang. Und dann gehen wir über, ja, mögliche Parallelen, Gemeinsamkeiten zu entdecken zwischen eben Satanismus und Islam. Aber du kennst ja meine Videos, daher weißt du, dass wir hier erst mal anfangen, dass wir hier erst mal bei der Freitagspredigt mit Burka und Prediger der Woche anfangen. Ja, sehr gut. Fangen wir an mit der, sagen wir, ja, fangen wir an mit der Burka der Woche an, Ladies First. Also, Burka der Woche, bitteschön. Ja, die dieswöchige Burka der Woche geht an eine Frau mit einem ganz interessanten, ja, high-tech, islamischen high-tech Gebetsteppich. Ich habe zu zeigen. So, first you turn it on. You select your prayer, and you follow the instructions. It says at the top what actions to do. So, basically, it's in the sujood. So, it's telling me that this is the part we're at in the prayer, right? So, it's got places for your knees, it's got places for your hands, and it's showing you where you should place your head. It won't continue the prayer until I do all these things, ready? I can't believe how, like, I can't get my head around how it works. Wow, Wahnsinn. Also, wir sehen hier einen islamischen High-Tech-Gebetsteppich, der sogar sprechen kann, der erkennt, in welcher Gebetsposition man gerade ist und dann automatisch die nötigen Gebetsformeln aufsagt. Also, ich glaube, jetzt habe ich alles gesehen, ja, nach diesem Gebetssteppich. Das, ich meine, das zeigt ja auch so ein bisschen, würde ich sagen, so diese Oberflächlichkeit des Gebets, die ja nur in quasi Riten besteht, ja, gewisse Riten oder, ja, wie soll man sagen, Bewegungen, in rituelle Bewegungen in einer bestimmten Reihenfolge, ja, wo es da... Konditionierungen, Selbstkonditionierungen, ne? Genau, das ist übrigens auch ein Stichpunkt Selbstkonditionierung, worüber ich mit dir dann eh sprechen wollte, wo auch eine quasi Gemeinsamkeit darstellt, diese Selbstkonditionierung in allen Dingen, in allen Dingen, ja, zum Beispiel allein, was die Waschung betrifft, ja, ich weiß es und ich habe das selbst auch das Problem gehabt, dass ich dann auch so einen gewissen Waschzwang entwickelt habe durch dieses, wenn man beten will, muss man eine gewisse Gebetswaschung nach einem gewissen Ablauf machen und die muss gültig sein, ansonsten ist dein Gebet ungültig und dann fünfmal am Tag und dann, aber auch in Bezug auf andere Situationen, wenn bestimmte Dinge passieren, hat man sich auf bestimmte Art und Weise zu waschen und dann ist man den ganzen Tag nur beschäftigt und denkt darüber nach, habe ich mich jetzt gewaschen, habe ich noch die Gebetswaschung oder nicht und dann entwickelt man ganz schnell gewisse Zwänge auch, ja, Zwangsstörungen und so weiter, Waschzwänge. Habe ich mit auch, ich kann mich erinnern, auch mal eine Mutter von einem Deutschen, der zum Islam konvertiert ist und die hat das auch erzählt, dass ihr Sohn dann irgendwie am Tag zehn Handtücher verbraucht hat oder sowas, weil der dann so pingelig geworden ist bei diesen Gebetswaschungen und so weiter, dass er, also ich kenne es aus eigener Erfahrung, es ist wirklich... Das belastet einen ja auch, also viele Muslime müssen ja durch diese ganzen Regelwerke auch total belastet sein, vor allem wenn du weißt, dass du zum Beispiel kein Glücksspiel, okay, wer geht oft jetzt in eine Spielhalle, also ich mache das alle Jubeljahre mal, dass ich irgendwo ein Rubbel los oder so mache, ja, alle fünf Jahre mal. Also Glücksspiel ist jetzt nicht das Problem, aber was ist mit Musik, ne, oder was, was, äh, Musik hören, ja, das darfst du nicht was mit Alkohol trinken, gut, ich trinke auch selten mal ein Glas Rotwein, aber das sind halt so Sachen, wenn das so zwanghaft ist und gerade Musik kannst du dich ja irgendwie kaum, dann müsstest du ja ständig irgendwie dir was in die Ohren stecken, damit du keine Musik hörst. Ja, vor allem eben das Leben im Westen oder das Leben allgemein in nicht-islamischen Ländern, ja, und das führt eben, ja, das führt eben zu Gewissenskonflikten und diese Gewissenskonflikte können dann wieder ausatmen in ganz verschiedenen Sachen oder wenn man nichts hat, wo man sich, wie du sagst, ja, zum Beispiel jetzt, ich meine, das ist ja vollkommen normal, der eine raucht, der andere trinkt mal und das sind, ich sag mal, alles solche legalen Sachen, wo ein Mensch sich auch etwas entspannen kann oder bei Musik, ja, aber wenn all diese schönen Dinge des Lebens, ja, ob angefangen, Musik, Kunst, Kultur, ja, ich meine, man darf ja auch nicht in die Oper oder ins Theater, man darf nicht ins Kino, man kann kein Alkohol trinken, man darf nicht rauchen, man darf mit ihm alles, was irgendwie mit Genuss zu tun hat, wo natürlich auch immer eine Gefahr drin steckt, das ist eh klar und das ist ja mal die Argumentation der Moslems, du redest über Alkohol verboten, sie kommen dir gleich mit, wie viel Tote gibt es durch Alkohol? Alles kann man missbrauchen, das ist absolut klar, aber ich sag mal, im normalen Rahmen, und das fehlt, das fehlt halt schon vielen und das denke ich, ohne jetzt da irgendwie Therapeuten zu spielen, das führt halt dann schon auch zu Aggressionen und ich weiß es ja auch dann aus eigener Erfahrung, wie das dann ist, also da stauen sich schon gewisse Energien auf, würde ich sagen. Und erdrückte Gefühle halt, die sich nicht ausleben konnten oder irgendwie, die keinen Raum bekommen einfach, weil in der Religion oder in dem Kult, in dem man ist, sind bestimmte Gefühle tabu und die bekommen halt keinen Raum und dadurch, dass sie keinen Raum bekommen, werden sie stärker oder sie verwandeln sich in Selbsthass oder irgendwas anderes. Ja, genau, auch Thema Sexualität, auch wichtiges Thema, diese unterdrückte Sexualität oder diese übertriebene Trennung zwischen den beiden Geschlechtern, und ich sag, da liegt, wenn wir tiefer gehen, liegt da die Antwort oder ist mit ein Grund für diese verbreiteten Vergewaltigungen, weil oft argumentieren Muslime dann so, dass sie sagen, ja, aber die, die vergewaltigt haben, sind ja gar nicht irgendwie groß praktizierend und so weiter. Ja, aber wenn wir sehen, aus welchen Gesellschaften sie kommen, wo die Geschlechter so extrem getrennt sind, und dann kommen sie her und dann haben sie auf einmal diese Reizüberflutung und diese unterdrückte, angestaute Sexualität, weil es halt so schwer ist, das normal auszuleben und dann vermute, oder wäre jetzt meine Einschätzung, kann sich das in Form von Vergewaltigungen zum Beispiel ausarten, dass ein Mensch sich so lange kontrolliert, bis er es nicht mehr aushält, und dann geht er in den Park oder sonst wo und vergewaltigt die nächste Frau. Das ist doch bei allen Dingen so. Wenn wir bestimmte Gefühle oder Gedanken unterdrücken, werden sie stärker. Und wenn wir selber einen schwachen moralischen Kompass haben und vielleicht auch sehr wenig Selbstbeherrschung haben und Disziplin haben, dann rasselt irgendwann was durch im Kopf und die Leute machen dann halt irgendwelche dummen Sachen. Und das ist eben der Punkt. Da ist einfach keine Harmonie, keine Harmonie mit sich selbst und mit der Welt, sondern es ist einfach eine Disharmonie, eine Störung, die von außen aufgesetzt wird und die Leute verrückt macht. Das muss man einfach so sagen. Ja, auf jeden Fall, genau. Ja, dann kommen wir zum Prediger der Woche. Ja, Prediger der Woche, ein alter Bekannter mit einem neuen, sehr interessanten Video. Ja, da ist ja. Ja, da ist ja. Also das hat schon was satanistisches, oder Alexander? Hauht sich da ein zusammen, ja, ich finde es auch, es wirkt ein bisschen gruselig, wirkt eher wie eine Beschwörung oder sowas. Ja, so eine alte, unbekannte Sprache, es wirkt sehr beschwörend und bedrohlich. Ja, ich habe gesagt, wo er mit seiner Mutter bedrängt, Muslimin zu werden und das islamische Glaubensbekenntnis vorliest. Und ich glaube, genau, der Grund, warum er länger nicht zu sehen ist, war eine Haftstrafe, die er absetzen musste. Und ja, jetzt ist er wieder aktiv und jetzt meldet er sich, jetzt meldet er sich hier zurück, der deutschen Moslem und wie ich ihn nenne, oder auch hier eingespeichert habe in den Einspielern als Vorzeige, Vorzeigekonvertit, ja. Also der ist auch auf TikTok, ja, auf TikTok ist er auch. Und er äußert sich da auch ziemlich radikal, ja. Also hier ist der Einspieler. Ja, also, wir wollen nicht weiterschauen. Ja, seine Mutter sieht nicht ganz so glücklich aus dabei, aber... Nee, er hatte, keine Ahnung, wer weiß, welche Versprechungen er ihr gemacht hat, dass er sich bessert und so weiter, dass er ihm zur Liebe konvertieren soll. Ja, Alexander, kommen wir zu dir. Also, du warst mal quasi, wie könnte man das sagen, ich habe öfter gelesen, in einem Satanistenorden. Was ist jetzt der Unterschied zwischen, dass man sagt, ich war mal Satanist oder in einem Satanistenorden? Das ist eine hervorragende Frage, weil es gibt viele Leute da draußen, die lesen die satanische Bibel, so als Beispiel, das ist so ein Einstiegsbuch für viele Satanisten. Das Buch wurde von Anton Chandler-Lavelle geschrieben, der die Church of Satan 1966 gegründet hat in Kalifornien. Und dieser Satanismus, der da vertreten wird, ist ein sogenannter moderner Satanismus, der auch manchmal als atheistischer Satanismus bezeichnet wird. So, jetzt kann sich aber jeder Hinz und Kunz da draußen Satanist nennen und hat aber eigentlich gar nichts mit irgendwelchen satanischen Strukturen zu tun, mit Orden oder mit Netzwerken, mit Terrororganisationen. Also, mit diesen Dingen hat der eigentlich gar nichts zu tun. Und wenn man sich dann mal anschaut, was Lavelle da so erzählt, sind das eigentlich nur hedonistische Sozialdarwinisten, die quasi so, um ihr Ego so ein bisschen wichtiger zu machen, sich da so einer Satanssymbolik bedienen. Mehr würde ich da gar nicht reininterpretieren. Wobei man auch sagen muss, dass die Church of Satan eigentlich wie so eine vordergründige Organisation gegründet wurde, um quasi eine gewisse Art des Satanismus gesellschaftsfähig zu machen, um auch die Gesellschaft immer mehr zu destabilisieren. Und das macht man eben auch im Kleinen. Man sieht das ja auch durch diese LGBTQ-Szenen und viele andere Sachen, wird ja schon der Westen destabilisiert und gespalten, weil es gibt immer Konservative, Liberale und so weiter. Und das versucht natürlich so eine Church of Satan auch in irgendeiner Form zu beeinflussen, durch einzelne Leute, die dann eben auch mit Regenbogenflagge und umgegangen im Pentagramm rumlaufen. Das heißt also, diese satanische Symbolik vermischt sich dann auch mit dieser ganzen Symbolik einer gewissen Agenda. Und dadurch wird das in die Mitte der Gesellschaft getragen. Und somit wird Satanismus immer mehr als etwas Normales wahrgenommen. Etwas, ja, jeder kann doch satanisch, das ist doch völlig in Ordnung. Nur am Anfang stehen vielleicht so solche Fragen im Raum. Gibt es überhaupt Geschlechter? Ach, es ist ja egal. Und die nächste Frage wäre dann, haben Menschen überhaupt ein Alter? Kann man sagen, dass die Seele ein Alter hat oder dass man überhaupt ein Alter hat? Ist doch auch einfach nur eine Prägung. Das ist ja auch nur eine Erfindung. Ja, und irgendwann werden auch da Altersgrenzen aufgeweicht. Und das sind so diese Ziele, die diese satanischen Organisationen, die jetzt, sage ich mal, etwas harmlos nach außen auftreten, was die so vorhaben. Und es gibt natürlich eben noch etwas Heftigere, die mehr bestimmte Strukturen instrumentalisieren. Und da kommen wir dann in den großen Satanismus oder auch in den Ordenssatanismus rein, wo auch ich Teil war von einer satanischen, beziehungsweise ich war auch in verschiedenen Orden drin, die auch unterschiedliche Ziele hatten. Aber man sieht halt schon, in welche Richtung es ungefähr geht. Okay. Ja, weil ich meinte jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, aus meiner Schulzeit, hatten wir in der Schule auch immer so zwei, drei, keine Ahnung, wir haben sie Gruftis genannt, die sich nachts irgendwie auf Friedhöfen rumtreiben, die sich als Satanisten bezeichnet haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt irgendwie großartig organisiert waren, sondern einfach hier ein bisschen was gelesen haben, ein paar Videos, sich so angezogen haben, finster. Und das wäre jetzt für mich auch nicht so interessant, weil ich das jetzt nicht wirklich ernst nehmen würde. Aber ein, ich sage mal, satanistischer Orden, von dem du sprichst, ich glaube, viele Leute wissen nicht mal, dass solche Orden existieren. Also wie kann man sich das vorstellen, solche Orden? Sind das so Orden wie zum Beispiel, keine Ahnung, Katholiken haben auch so ihre Orden und es gibt ja auch Ritterorden bis heute, wo sich so meistens ältere Männer treffen, mit Umhang und so weiter, so ein bisschen freimaurermäßig sich treffen. Keine Ahnung, was die genau da machen. Eher harmlos, würde ich jetzt sagen, kommt darauf an, wo und in welchen Kreisen. Wie kann man sich das vorstellen, so einen satanistischen Orden? Wie viele Orden gibt es? Wie sind die organisiert? Wie einflussreich sind sie? Also das wäre interessant. Genau, also man muss erst mal unterscheiden, wie du schon gesagt hast, zwischen, und da kommen wir schon zu der ersten Parallele zum Islam. Es gibt ja diese, ich glaube, Armin nennt die ganz gerne mal, diese Euro-Shisha-Muslime oder TikTok-Muslime, die im Grunde gar nicht so eine Ahnung haben von ihrer Religion, ob nicht so richtig in der Tiefe sind. Aber eben so ein paar Prinzipien, und die Parosien aus ihrer Religion rauspicken, die sie gut finden, halt die angenehm sind, die keine großen Verzichte oder so bedeuten. Und die anderen Sachen werden so ein bisschen ignoriert, die will man dann gar nicht sehen. Ach, die sind mir zu extrem. Ach, da müsste ich auf das verzichten und auf dies und auf jenes. Und deswegen picken die sich so die Elemente raus. Und das gibt es im Satanismus eben auch. Da gibt es dann diese selbsternannten Satanisten, die dann einfach nur so das machen, worauf sie Lust haben, und den Satanismus sich so gestalten, wie sie das möchten. Das hat aber nichts mit dem traditionellen Satanismus zu tun und mit der Tradition, die es gibt. Ja, die zumindest aus den Kreisen, aus denen ich gekommen bin, schon über 100 Jahre alt und noch älter sind. Ein Ordner über 100 Jahre alt. Ja, sicher. Also der eine Ordner, in dem ich war, der ist knapp 100 Jahre, der ist 1928 gegründet worden, wobei man sagen muss, dass die aus einer anderen Loge entstanden sind, die noch älter ist. Also diese ganzen Entwicklungen, es ist halt so, dass oftmals Orden sich weiterentwickeln, zusammenschließen mit anderen Orden und dann neue Orden bilden. Und das passiert dann immer mal wieder, so alle 50 bis 100 Jahre wandelt sich so ein Orden. und baut sich um. Und vielleicht auch, geht auch irgendwie ein Bündnis mit einem anderen Orden ein und dann vergrößern die sich. Und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und natürlich sagen die, das geht bis nach Babylon zurück. Und das ist natürlich alles nur so eine Geschichte, die sie dir anbieten, damit der Orden interessanter wirkt. Aber so historisch kann man dann schon so sagen, okay, 100, 200 Jahre, vielleicht sogar 300 Jahre kann man noch einigermaßen beweisen. Was davor ist, wird dann schwierig. Und es sind mehr so Erzählungen. Aber das sind schon sehr alte Netzwerke, auf jeden Fall. Und wie kann man sich das vorstellen? Welchen Einfluss haben sie? Und was ist deren Ziel jetzt dieser Orden? Organisiert sind die so ein bisschen wie die Freimaurer auch. Es gibt halt Logen. Es gibt dann Logenhäuser. Und es gibt dann Menschen, die sich dort treffen, um eben Rituale zu praktizieren. Aber du fragst, wie einflussreich die sind. Da kommen wir schon zu der Struktur des Ganzen, worum es eigentlich am Ende geht. Es geht darum, nicht nur sich selbst zu beherrschen, sondern auch andere Einzelpersonen beherrschen zu lernen und später auch ganze Gruppen zu instrumentalisieren und zu manipulieren. Und je nachdem, also je höher du steigst in diesem System, desto mehr lernst du zu manipulieren oder zu instrumentalisieren. Darum geht es viel. Und das heißt also auch, dass man versucht, in irgendwelche höheren Ämter zu kommen und sich das erarbeitet, um dann bestimmte Gruppen zu unterwandern und zu beeinflussen. Und wie erfolgreich sind sie dabei? Ich meine, jede Gruppe, jede Lobbygruppe, jede Minderheit hat, wenn du so willst, so eine Art, ja jetzt nicht Orden, aber jeder will ja Einfluss gewinnen. Wie erfolgreich sind solche Leute in der quasi Unterwanderung der Gesellschaft? Das kommt immer darauf an, welchen Orden du dir da anschaust. Es gibt definitiv Orden, die sind weniger bekannt, die sind auch weniger groß und weniger einflussreich, aber dann gibt es auch welche, die sind schon länger dabei. Ich meine, die Church of Satan, die hat schon relativ viele Mitglieder und da waren auch immer, schon immer viele Hollywood-Schauspieler und Musiker und alles Mögliche dabei. Ja, zum Beispiel. Mark Almond, Danzig oder Danzig, wie der heißt, dann, ich weiß gar nicht, ob der von den Rolling Stones auch dabei war, dann auf jeden Fall dieser eine von Led Zeppelin, dann, wie heißt der noch, oder dann Jane Mansfield, Sammy Davis Jr., ja, jetzt nur mal so ein paar zu nennen, das waren alles Church of Satan-Mitglieder und später eben auch andere, Meryl Manson war zum Beispiel auch da drin. und ja, auch so Rockstars von heute und verschiedene Leute, die... Einer schreibt Obama, war Obama auch drin. Ja, ja, genau, Obama. Nee, Obama, weiß ich nicht, ob der da drin ist. Das Ding ist halt, es gibt halt verschiedene, man muss sich das so vorstellen, diese Orden, diese äußeren Orden, ja, wie Church of Satan, Temple of Satan, wie sie alle heißen, diese äußeren Orden sind meistens nur Rekrutierungszentren für innere Orden. Also jeder Orden hat mindestens immer drei Orden. Es gibt einen äußeren, einen inneren und einen innersten. Der innerste ist geheim, keiner weiß, wie der heißt. Darüber wird auch nirgendwo im äußeren Orden oder so geredet. Man weiß aber, zum Beispiel, die Church of Satan, die hat einen inneren Orden, der heißt Order of the Trapid to Eat. So, und in dem Orden finden schon wieder ganz andere Sachen statt, als die Sachen, die jetzt in der äußeren, in der Church of Satan stattfinden. Da wird das Ganze noch mal konzentrierter, noch mal extremer, noch mal intensiver. Ja, und dann gibt es noch einen innersten Orden, der ist aber dann geheim. Da weiß auch keiner, der, sag ich mal, außen ist oder auch in dem äußeren Kreis ist, weiß dann auch gar nicht, gibt es den, ist das ein Mythos, ist der geheim, was auch immer. So, aber es ist so, dass die meisten Orden mindestens diese Dreierstruktur haben. Manche haben sogar mehrere interne Orden in einem Orden und dann kannst du dich, so wie in der Freimaurerei auch, da gibt es dann auch diese Hochgrade, das heißt, du hast diese normale Freimaurerei, als Beispiel, da gibt es die Hochgrade, das ist dann auch unterschiedlich, der AHSR, also der alte, angenommene Schottische Ritus, hat 33 Gerade und wenn du die durchgearbeitet hast, dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo jemand dich aus einem inneren geheimen Orden ansprechen kann, nicht muss. Das heißt, wenn du dich bewährst, wenn du loyal bist, wenn du deine Aufgaben erfüllst, wenn du keinen Verrat begehst oder nicht nach außen irgendwas ausplauderst, weil die prüfen dich aus, auch dann kann es sein, dass du von einem inneren Kreis angesprochen wirst und eingeladen wirst und dann geht es erst richtig los. Wie lief das jetzt bei dir zum Beispiel jetzt so konkret jetzt? Du bist irgendwie mit denen in Kontakt gekommen, wolltest da beitreten, gibt es da Aufnahmerituale, wie prüfen die, wie zuverlässig bist du, wie kann man sich das vorstellen? Genau, also es ist erst mal so, dass man sich da an so einem äußeren Orden bewirbt, man schreibt da ein paar Zeilen hin, ich habe Interesse, dann schicken die einem so einen Fragebogen, den füllt man dann aus, der geht dann wieder zurück, dann melden die sich irgendwann bei einem oder auch nicht, auf jeden Fall, bei mir haben sie sich gemeldet und dann heißt es so, ach ja, okay, wir können ja mal, du kannst ja mal zu einem, wir laden dich ein, du kannst mal zu einem Gästeabend vorbeikommen und dann läuft das so, dass du zu einem Gästeabend gehst, dann lernst du schon mal Leute von der Loge oder dem Orden kennen. Wie war der Gästeabend jetzt bei dir, wo du dahin bist? Wie lief dieser Gästeabend ab? So gab es da mehr viel Kuchen und oder wie war die Leute? Nee, nee, tatsächlich lief das so ab, dass wir uns erst mal in einem Garten getroffen haben und dann haben wir gegrillt und wir saßen da und dann konnte man sich erst mal locker unterhalten. Wie schauen diese Leute aus? Schauen die ganz normal aus? Ganz normale Leute, natürlich die jüngeren Leute, die haben meistens ein bisschen mehr Biss, die sind ein bisschen aggressiver, könnte man sagen, oder ein bisschen provokativer auch, aber die älteren Leute, da hast du auch aus allen möglichen Schichten, du hast Polizisten da sitzen, du hast Anwälte, du hast Ärzte, Psychologen, normale Arbeiter, also da ist alles dabei, alles vertreten, ganz bunt, durchgemischt, aber trotzdem vereint die alle so eine gewisse Richtung des Denkens. Wir haben uns da unterhalten halt und dann hat man sich so ein bisschen beschnuppert, dann wurde noch ein Ritual gemacht, wo ich eingeladen war und danach bin ich wieder nach Hause gefahren erst mal. Was war das für ein Ritual? Das war kein öffentliches Ritual, das war so ein halboffenes, das heißt, so sehe ich als Gast, durfte da damals beiwohnen, aber die Inhalte kann ich natürlich jetzt nicht besprechen, aber es war ein ganz normales Ritual, wo eben auch bestimmte Kräfte, die man durchaus mit den Kräften der Dunkelheit, der Finsternis in Verbindung bringen würde, die da gerufen wurden. Aber warte mal, da gibt es eine Geheimhaltung. Ja, sicher. Okay, aber an wie hältst du dich? Also es ist so, dass wenn du einen Eid geleistet hast, bestimmte interne Informationen nicht mehr rauszugeben, dann solltest du dich an diesen Eid halten, selbst dann, wenn du aus dieser Gruppe ausgetreten bist, weil sonst kann das Ganze ziemlich ungemütlich werden. Du hältst dich an den Eid. Du hältst dich an den Eid noch. Ich halte mich an meine persönliche Sicherheitsvorkehrung. Natürlich muss ich mich an bestimmte Sachen halten, weil ich habe keinen Bock, dass hier jemand morgen mir die Bude eintritt oder irgendwie mir hier, was weiß ich, irgendwas mit mir macht. Also der Punkt ist, ich lehne mich so weit aus dem Fenster, wie ich kann, aber nicht so weit, dass es für mich brenzlig oder für meine Familie gefährlich wird. Interessant. Also zum Beispiel jetzt im Islam so, keine Ahnung, man wird jetzt nicht zum Islamkritiker wie ich, sondern man wird jetzt irgendwie zum, keine Ahnung, liberalen Moslem, der so vorsichtig kritisiert oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ist halt alles ein bisschen, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, ob du da auch, sag ich mal, so sensible Sachen, wo du sagst, nee, das haue ich hier nicht raus öffentlich, sondern das sind eben Sachen, die sind zu sensibel. Also was die Islamisten betrifft, haue ich alles raus, ja schon. Ja, okay. Gut. Ja, gut. Also es ist halt immer die Frage, Sie sind mächtig, also da fangen ja schon die Parallelen an. Zum Beispiel jetzt Christentum, ja, ich werde Christ, gehe in die Kirche und sage morgen, ey, ich habe keinen Bock mehr, tschüss aus, keiner wird dich bedrohen, keiner wird sagen, hey, du darfst es nicht erzählen, was wir hier gemacht haben, das ist geheim, sondern man kann seines Weges gehen und fertig. Und bei Islamisten, oder was heißt bei Islamisten, im Islam ist es ja so, dass die Todesstrafe für einen Abtrünnigen gilt. Gibt es so ein Gebot, ohne jetzt natürlich, dass man jetzt sagt, ja, sie ermorden dich direkt und so weiter, da kommt es ja auf andere Sachen an, aber ich sage mal, theoretisch wird man dafür vogelfrei erklärt, wenn man so einen Orden verlässt und dann zum Beispiel intern das ausplaudert. Ja, also es ist schon so, dass du genauso wie eben Islam, wie so ein Apostat behandelt wirst und dass eben auch die Brüder und Schwestern aus dem Orden dich meiden sollen. Ja, das ist schon so. Es ist aber tatsächlich so, dass es auch Brüder und Schwestern gibt, die immer noch mit mir in Kontakt stehen, weil man eben auch über diese vielen Jahre eine persönliche Ebene aufgebaut hat, eine persönliche Freundschaft aufgebaut hat und weil die sich teilweise selbst von ihrem eigenen System immer mehr entfernt haben. Und das ist eben so das Ding. Das heißt also, es gibt schon so schleichende, so schweigende, schleichende Austritte, die keine echten Austritte sind. Das heißt, es ist mehr so ein Zurückziehen aus dem Ganzen. So machen die meisten das. Wenn man aber so wie ich jetzt sich so aus dem Fenster lehnt und sagt, ja okay, ich rede jetzt darüber, ich will aufklären über bestimmte Strukturen, dann ist man natürlich im Visier von manchen Leuten. Aber eins darf man nicht vergessen. Beim Satanismus läuft das ein bisschen anders. Da geht es weniger um diese religiösen Strukturen, so von wegen, du hast Satan verraten oder sowas. Es geht eher darum, dass ich keine Sachen über Privatpersonen erzähle und auch keine Namen öffentlich nenne. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, der und der Promi, der ist Satanist, den kenne ich aus der Loge, dann hätte ich ein Problem. Gab es da Promis? Es gab durchaus bekanntere Leute, die dort in den Kreisen unterwegs sind, ja. Okay, also du klärst quasi auf, ohne aber jetzt alle Internas zu verraten, weil das gefährlich sein könnte. Es bringt halt auch den meisten Menschen überhaupt nichts, diese Sachen zu wissen. Das sind Sachen, die kann auch jemand, der nicht da eingeweiht ist in das System, überhaupt nicht verstehen. Und dann bringt es auch nichts... Das Ritual jetzt nicht zum Beispiel, welcher Promi war das, sondern so einfach so, was war das für ein Ritual? Was machen die da so? Das würde mich... Okay, so war es ja klar. Das kann ich erzählen, so grob, was es für Rituale gibt und wie die so, was da so gemacht haben. Das kann ich grob erklären. Ich kann auch aus den Schriften zitieren. Das heißt, ich sage überhaupt nicht, was ich erlebt habe, sondern ich zitiere dann nur aus den Schriften, was man machen sollte oder welche Rituale ja so gang und gäbe sein sollen. Das heißt aber auch, wenn ich das hier sage, dass nicht jeder, jede Loge oder jeder Kreis, jeder Zirkel, jeder Tempel auch alles umsetzt, was in den Logenschriften oder in diesen Ordensschriften drin steht. Ich nur mal so als Beispiel. Es gibt so ein Ritual, wo alle 17 Jahre jemand enthauptet werden soll, rituell. Alle, wie viele Jahre? Alle 17 Jahre. Das ist, wenn es ein bestimmter Sternenzyklus, wenn es eine bestimmte Sternenkonstellation ist, soll nach 17 Jahren jemand, eine männliche Person enthauptet werden. Und das ist halt... Das machen die. Also ich gehe davon aus, dass es Gruppen gibt, die das machen, aber es machen bei weitem schon alle. Der hier ist zum Beispiel. Ja, also, aber nicht alle. Nicht alle machen das. Und das ist der entscheidende Punkt, glaube ich. Also ich war bei sowas nie dabei und wenn, dann dürfte ich es ja auch nicht sagen. Wäre ja auch schwachsinnig. Aber der Punkt ist, nicht alles, was dort an Extremitäten vermittelt wird, wird dann am Ende auch aus... also umgesetzt. Aber es werden sehr extreme Sachen umgesetzt. Und es sterben auch Leute. Und es gab auch hier und da bestimmte Fälle, die dann in der Presse aufgetaucht sind. Ich habe vor kurzem eine Doku gesehen, die war Wahnsinn, Höllenleben. Und da haben so zwei Teile vom öffentlich-rechtlichen, braucht jetzt keiner sagen, irgendwas Verschwörungsdürfen. Ich glaube, vom hessischen Rundfunk war es, glaube ich. Auf jeden Fall öffentlich-rechtliche. Und die haben Opfer begleitet von solchen Ritualen, also von, ja, quasi Satanisten, die Frauen, junge Frauen, missbraucht haben, vergewaltt. Also übelst, übelst. Also mich, also es ist eigentlich schwer, mich noch mit irgendwas zu schockieren und so weiter. Ich habe auch schon viel gesehen, aber die Schilderungen dieser Frauen, was, wie, das war so, keine Ahnung, das hat mich den ganzen Tag noch irgendwie so begleitet. Normalerweise, egal was, ich schaue das an und fertig. Aber das war so heftig, dass mich das so den ganzen Tag noch begleitet hat, diese Schilderungen. Und das fand ich echt interessant, dass man damals das noch darüber gesprochen hat, wo bleiben diese Dokus heute? Ja, ich meine, es gibt ja auch, wo, was passiert mit, wie viele Kinder auch verschwinden oder sonst irgendwas. Da erfährt man gar nichts drüber. Wieso hört man nichts über diese Satanistenorden oder was ist mit diesen Opfern? Und das sind ja alles glaubhafte Opfer. Und da wurden ja auch Staatsanwälte, Polizisten, Ermittler, ganz verschiedene Leute interviewt, die das teils zugegeben haben. Auch hier Wewelsburg, dass das dort auch oft, dass das einer der Orte war, wo sowas stattgefunden hat. Also ich fand das sehr, sehr spannend und interessant. Und dieses Schweigen darüber ist natürlich, wie man so schön sagt, ohrenbetäubend. Wir wissen, sobald darüber geschwiegen wird, irgendwas ist da seltsam dann. Was sie in der Doku nicht sagen ist, dass in den Ende 70er Jahren der Tempel auf Seed, das ist auch eine satanische Organisation, auch ein satanischer Orden, dass die tatsächlich in der Wewelsburg ein Ritual gemacht haben. Das sogenannte Wewelsburg-Burg-Working. Das ist sogar dokumentiert und es gibt sogar auch mehrere, also zahlreiche Anzeigen gegen den Gründer dieses Ordens, nämlich wegen Verdacht auf Pädophilie. Das ist dieser Michael Aquino, der Gründer des Tempel auf Seed, der eben auch gerade in den 70ern, 80ern, 90ern immer wieder in Verdacht stand, Kinder sexuell misshandelt zu haben während satanischen Ritualen. Und die Wahn der Tempel auf Seed war tatsächlich auch Ende der 70er Jahre irgendwann, ich glaube, es war Ende der 70er Jahre auch, in der Wewelsburg, um dort das Wewelsburg-Working durchzuführen. Und deswegen frage ich, der Einfluss, der Einfluss dieser Orden, weil auch in der Doku wird ja ersichtlich, es wird ja ersichtlich, irgendwo hakt es, irgendwo bleibt man immer hängen bei den Ermittlungen. Und das hat man ja in verschiedenen Bereichen, dass es jetzt nicht nur in diesem Bereich ist, es ist ja immer so, wenn es was zu vertuschen gibt, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie im Rotlichtmilieu, dann ermittelt man und dann kommt man aber drauf, oh, da waren ein paar Richter oder Staatsanwälte oder hohe, oder Minister oder sowas war dann dort und dann, ja, kommt, tun wir unter dem Teppich kehren. Und das merkt man in dieser Doku, ja, natürlich förmlich leitet man das ein und ermittelt und dann sagt, na, durchgefunden, ja, konnten wir nicht weiterverfolgen und so weiter. Wir wissen ja auch, wie stark die Justiz politisch beeinflusst ist. Staatsanwaltschaften sind weisungsgebunden, das heißt, werden von der Politik quasi gezielt, können gezielt eingesetzt werden oder auch wieder zurückgepfiffen werden. Dann machen wir ganz kurz ein paar Fragen zwischendurch. Vielen Dank, Jenny. Elmero, vielen, vielen Dank. Sehr großzügig, Elmero. Es gibt oft Berichte über Satanisten, die katholische Hostien stehlen oder kaufen wollen, um sie zu schänden, aber nie bei evangelischen Hostien. Machen Sie das, weil Sie die Realpräsenz Christi verhöhnen wollen und spüren Sie da eine besondere Kraft? Ja, kann ich beantworten. Es ist ja so, dass in der römisch-katholischen Kirche ein ganz anderer Ritus stattfindet als in der evangelischen Kirche. Wir kennen aus der katholischen Kirche die Transsubstantiation. Das heißt, das ist die Verwandlung einer Hostie, einer Brothostie und eines ganz gewöhnlichen Messweins in den leibhaftigen Leib oder in den echten Leib Christi und das echte Blut Christi. Darauf besteht die römisch-katholische Kirche, dass das theologisch oder liturgisch so zu deuten ist. Und das hast du bei der evangelischen Kirche nicht. Das heißt also, dieser ganze, um es mal so auszudrücken, wie es im Okkultismus gesagt wird, dieser ganze ritualmagische Effekt, der dort in der römisch-katholischen Kirche erzielt wird, aus der Sicht eines Okkultisten, der wird bei den Evangelien nicht erzeugt. Die Evangelien sind so was wie die Atheisten der Christen für Satanisten. Weil sie sagen, das steht quasi symbolisch und das ist alles symbolisch. Ein Satanist sieht in einem Evangelium eigentlich mehr so was wie einen symbolischen Christen, der das alles nur so irgendwie auslegt, aber es ist im Grunde gar nichts, also da fehlt so das Echte eigentlich. Und im Katholizismus ist das halt ein bisschen anders. Da werden die Sachen, wenn man drauf schaut, etwas ernster genommen, im rituellen Sinne vor allen Dingen. Und das ist eigentlich das Zentrum. Deswegen werden katholische Hostien verwendet bei traditionellen schwarzen Messen, um sie dann eben zu schänden oder dort irgendwelche sexuellen Sachen mitzumachen, um Christus zu lästern. Das ist so die Idee dahinter. Und das ist bei einer evangelischen Hostie völlig wertlos, weil da ist nichts drin. Das ist einfach nur ein Stück Brot. Also für die Leute. Interessant. Sehr, sehr interessant. Latin Crusader. Hallo, eine Frage an Alexander. Was hältst du von den Freimaurern? Weil im Netz liest man entweder die schlimmsten Verschwörungstheorien oder es ist eine ganz normale Organisation, die Gleichheit und Menschenrechte wichtig sind. Grüße aus dem Erzgebirge. Also ich persönlich halte nichts mehr von den Freimaurern. Das liegt einfach daran, dass viele Freimaurer selber überhaupt nicht wissen, was sie da tun, wen sie da verehren und was ihre Rituale bedeuten. Und das finde ich halt peinlich, wenn man einem Kult oder irgendeiner Gemeinschaft angehört und selber keine Ahnung hat über den eigenen Kultus und irgendwelchen Hintergründen. Und man muss ja einfach mal schauen, dass die Freimaurer eine gnostische Lehre vertreten. Das heißt, sie sind Gnostiker. Und gleichzeitig verehren sie aber die Gnostiker. Und der Schöpfer ist wiederum in der Gnosis, die sie ja vertreten, der Satan. Das heißt, sie sagen nach außen, dass sie den Schöpfer verehren, den großen Bauer aller Welten, den Demiurgen. Aber in Wahrheit verehren sie den gnostischen Satan. Und das ist der Punkt. Und das raffen viele Freimaurer selbst nicht, weil die nicht über den Tellerrand sehen können oder einfach, weil sie zu dumm sind. Und das ist so für mich, weiß ich nicht, ich finde nichts mehr wirklich spannend an der Freimaurerei. Ich fand die mal ganz interessant, aber es ist mir einfach zu dämlich. Und ich will jetzt nicht jeden Freimaurer hier beleidigen. Es gibt auch sehr nette Freimaurer, aber für mich ist das alles sehr naiv. Ja, ich glaube auch, also ich kenne jetzt auch so ein paar Leute, die sich so ein bisschen in diesem Umfeld bewegen oder sonst was. Und so wie ich das so verstanden habe, geht es eher darum, so Teil eines Clubs zu sein, ein bisschen Einfluss zu haben, sich zu vernetzen. Also es geht eher so um, ich sage mal, Geld, Aufsteigen, Karriere. Das ist aber das Oberflächliche. Und dann gibt es noch eine okkulte Seite. Genau, Schutz bei, wenn die Justiz einen verfolgt, dann ist es gut, wenn man da einen Bruder hat. Also es geht mehr so um Einfluss und jetzt weniger um dieses so dahinter. Aber gut. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wo waren wir stehen geblieben? Ja, kommen wir zu den Orden zurück. Oder gehen wir nochmal chronologisch von Anfang an, ohne jetzt zu weit zurückzugehen, weil das wird dann zu lang dauern. Wir sind jetzt schon 40 Minuten, wir wollen ja auch auf das Hauptthema. Ich habe ja auch ein paar Interviews und so weiter gesehen. Also dich hat das einfach angezogen. Und ich fand das interessant. Ich fand das interessant, weil die meisten Menschen oder wir Menschen wollen ja nicht zugeben, dass uns manchmal auch das Böse anzieht oder dass das Böse anziehend wirken kann. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, im Film, ja, klassisch, du siehst einen Film und wie viele Menschen sympathisieren mit dem Bösewicht und feuern quasi sogar den Bösewicht heimlich an und der ist ihnen viel sympathischer als der Gute und so weiter. Ja, und ich glaube, das spielt allgemein bei so einem Einstieg in so eine, wie soll man es nennen, Sekte oder sonst, da spielt das eine Rolle. Und das habe ich auch bei vielen so, auch, ich sage mal, bei muslimischen Radikalisierungen gesehen. Da gab es, wo ich sage, zwei Kategorien. Die einen, die sich wirklich quasi verirren, die das Gute wollen und beim Bösen landen. Die denken, sie dienen Gott und sind halt dann aus einem Fanatismus bereit, alles zu machen, weil sie denken, sie dienen dem Guten. Dann aber gab es auch so einen Typ, wo ich sage, die ich so, keine Ahnung, so Psychos genannt habe, wo man merkt, er will in den Dschihad nicht nur meine religiöse Pflicht auszuüben, sondern er kann es kaum abwarten zu morden. Er will jemanden den Kopf abschneiden. Ich kann mich erinnern, wo ich in Berlin war, da habe ich schon für den Verfassungsschutz gearbeitet, wo dann einer, ein Moslem, der ausgereist ist, dort nach Vaziristan und der dann voller Freude berichtet hat, wie er endlich jemanden enthaupten konnte. Und da hast du das gemerkt, es war nicht so, ja, ich muss das halt machen, weil es Pflichterfüllung ist, sondern sie haben es zelebriert. Sie lieben das Böse, sie neigen zum Bösen und sie wollen das Böse. Deswegen bringt es auch nichts, diesen Leuten zu sagen, hey, das, was du machst, ist schlecht und böse. Das ist ihnen schon völlig klar, das weiß er, deswegen macht das ja. Und da ist so ein bisschen so eine Naivität auch in der heutigen Gesellschaft so, ja, irgendwie, wir können doch alle deradikalisieren und alle können den Ausstieg schaffen, weil man denkt, alle wollen immer nur das Gute und man vergisst, dass in uns Menschen auch etwas, eine Neigung zum Bösen zum Mächtigen ist. Was heißt zum Mächtigen? Aber mir fällt das ein, weil du mal erzählt hast in einem Gespräch so, du wolltest diesen Pakt einfach mit dem Teufel eingehen, weil die Leute dann dich auch gefürchtet haben, uh, das ist der Satanist. Und genauso kann ich sagen, auch als Islamist, ich kann mich erinnern, wo ich in Haft war zum Beispiel, da waren Mörder, Vergewaltiger, da waren alles Mögliche. Und ich war 24 Stunden eingesperrt und wenn sie mich dann einmal durchgelassen haben, ab und zu durch den Gang, dass selbst solche Berufskriminellen Angst hatten und so geschaut haben, so, uff, das ist der Al-Qaida-Typ, das ist der Durchgeknallte und dann weggeschaut haben, also wirklich, Kriminelle und so weiter, weil du als, ich sag mal, Terrorist nochmal eine Stufe in der Gewaltanwendung oder in der Psychopathie höher bist, als jetzt irgendwie ein Bankräuber oder ein Vergewaltiger oder ein, was weiß ich, Drogenhändler oder so. Das kenne ich tatsächlich, im Satanismus ist das teilweise auch so. Wir haben ja auch viel mit der Unterwelt allgemein zu tun gehabt, ja. Echt? Und das heißt, wenn du dann mit irgendwelchen ausländischen Gruppen oder mit anderen Gruppen, kriminellen Gruppen, so, ja, in Verbindung stand, war immer dieses, das sind die Satanisten im Raum, so, da war immer eine besondere Spannung im Raum, um dich. Das wäre ich nicht, ich zum Beispiel jetzt auch, wenn ich jetzt mit einem im Raum wäre und ich sage zum Beispiel, und ich wüsste jetzt, das ist ein Killer, ein Mörder, sagen wir, er hat einen Menschen in einer Auseinandersetzung umgebracht und ich habe ja auch einige kennengelernt, die jemanden auch mal umgebracht haben. Ja, man spürt schon etwas Dings, aber ich hätte mehr Ehrfurcht, wenn ich mit einem Satanisten im Raum wäre, ich hätte keine Angst, aber ich sage mal, Ehrfurcht oder Respekt oder ich würde ihn noch besser im Auge behalten, als jetzt ein Gericht. Kriminellen, das verstehe ich, weil der ist ideologisch, der ist geistig quasi und ich weiß, wie wirkmächtig das ist und deswegen schätze ich einen überzeugten, zu allem bereiten Satanisten gefährlicher ein, als jetzt einen kriminellen oder einen stinknormalen Mörder. Das ist genau der Punkt. Oftmals sind das Intellektuelle, die aber auch gleichzeitig gewaltbereit sind und das ist eine ganz gefährliche Mischung, intellektuell und gewaltbereit. Normalerweise sind ja Intellektuelle immer so, ja, lieber im Hintergrund und heimlich irgendwas, irgendwas hacken oder so, und dann hast du dann die Stumpfis, die irgendwas ausführen und dann gewalttätig sind. Aber das ist tatsächlich in diesen satanischen Kreisen, in den, vor allen Dingen in den Ordenskreisen, in denen ich mich bewegt habe, waren das alles irgendwo so schon eher intellektuelle Leute, die wirklich was verstehen, die einen sehr weiten Horizont haben, aber gleichzeitig auch einen Hang zum Bösen hatten und eben auch bereit waren, bis aufs Äußerste zu gehen. Also schon so ein Sammelbecken für so Psychopathen eigentlich, ja. Genau, genau, ja. Das ist schon ein Unterschied und das zieht natürlich auch viele an, weil es einfach von der Gewaltbereitschaft, von der Gefährlichkeit und wie gesagt, das hat man zum Beispiel auch in Haft gemerkt oder es gibt ja auch zum Beispiel auch viele so, ich sag mal, Migranten, die jetzt so im kleinkriminellen Milieu waren oder auch in der organisierten Kriminalität und die dann aber zu Islamisten werden und das für sie in der Gefährlichkeit nochmal eine Steigerung ist. Die Leute haben mehr Angst jetzt vor einem IS-Anhänger als vor einem Hells Angels Rocker oder sowas. Ja, okay, Hells Angels Rocker, der ist auch zu vielen bereit, aber ein IS-Anhänger ist zum Massenmord bereit. Er ist bereit, jemanden zu enthaupten und so weiter. Und das ist halt schon mal eine Stufe höher als jetzt ein gewöhnlicher. Ja, also auf jeden Fall hat bei dir das eine Rolle gespielt, dass du diese dieser Neigung zum Bösen oder zur dunklen Macht oder zur dunklen Seite einfach nachgegeben hast und gesagt hast, warum eigentlich nicht? Genau. Es gibt sogar einen hebräischen Begriff dafür, der heißt Yitzahara, die Neigung zum Bösen. Und genau das ist auch das, was bei mir eben eine Rolle gespielt hat, diese Neigung zum Bösen, aber vor allen Dingen, um mich selbst vom Bösen zu beschützen, weil ich teilweise oft eben Opfer von Umständen war und das, ja, ich habe auch ein Video drüber gemacht, kann man gerne mal auf meinem Kanal auch vorbeischauen, über meine Geschichte, wie ich Satanist wurde und solche Sachen. Deswegen will ich das jetzt gar nicht so ausweiten, aber Wie heißt dein Kanal? Wie heißt dein Kanal? Also, Alexander Stier, Okkultes Wissen. Genau, wer sich dafür interessiert, abonniert, Alexander Stier, Okkultes Wissen. Ich glaube, 13.000 Abonnenten, sehr interessante Sachen. Wir haben mir schon ein paar Sachen angeschaut. Ja, danke. Ja, und das war eben auch für mich damals, man muss halt auch überlegen, ich war 15. Ja, ich war 15 und habe mich ohnmächtig gefahren. Ich war 15, als ich angefangen habe, so mit Islam. Das war auch. Ich glaube, ein interessantes Alter. Ja, genau, ich denke auch, das ist so ein gewisses spezielles Alter, wo man diese Sturm und Drangzeit, dieses, man will irgendwas Extremes vielleicht machen, man will sich befreien, man will irgendwas anderes, man will anders sein. All diese Sachen spielen da vielleicht in der Pubertät auch eine gewisse Rolle und dann, wenn man älter wird, hat man plötzlich dann auch die Möglichkeit, bestimmte Leute kennenzulernen. Und dann geht es irgendwann richtig rund. Okay, dann machen wir weiter. du warst dann beim Orden und dann hast du dich da quasi dann angeschlossen. Genau, ich hatte erzählt, diese Gästeabenden, wo man dann mal hin konnte, um die Leute persönlich kennenzulernen und dann hat man erst mal, ich glaube, das waren sogar fast zwei Jahre oder so, da war ich ja auch, man muss ja auch dazu sagen, dass ich ja auch, als ich noch nicht volljährig war, habe ich ja schon telefonischen Kontakt immer gehabt zu diversen Ordensleuten, die ich ja so, also den Kontakt habe ich ja dadurch bekommen, indem ich Bücher von Autoren gelesen habe, die in diesen Orden drin waren. Und das wiederum habe ich erfahren durch sogenannte Aufklärungsbücher, diese Sekten Aufklärungsbücher für Gesundheit. Und da habe ich das gelesen und dann habe ich die Spur verfolgt und dann irgendwann habe ich den Verlag dieser Bücher, diesen Verleger angeschrieben und da habe den Verleger gebeten, ob ich nicht mal in Kontakt treten könne mit einem der Autoren und das hat dann irgendwann auch geklappt und so kam ich dann auch an diese Ordensleute dran. Und dann hatte ich erstmal eine längere Zeit Kontakt, telefonisch vor allen Dingen und später dann eben auch physisch. Ja und dann irgendwann wurde ich eben aufgenommen in den sogenannten äußeren Kreis, in, ja manche sagen es Atrium oder den Vorhof, das ist so eine Zeit, wo du dann dich noch bewähren musst, wo du in so einer Art, ja beide Seiten testen für sich aus, ob das wirklich passt. Und da musst du dich erstmal bewähren. Das heißt, du machst am besten die ganze Zeit das, was dein Meister dir sagt. Und wenn er sagt, du sollst jetzt, du sollst ihm im Garten helfen, dann hilfst du ihm im Garten. Wenn er sagt, du sollst anfangen, deine Familie zu verlassen, dann machst du auch das. Oder du distanzierst dich von deinen Freunden, dann machst du auch das. Also, es fängt natürlich erstmal ganz soft an. Aber es steigert sich halt. Und irgendwann wird klar, es gibt einmal uns und die anderen. Also, wir haben die nicht Ungläubige genannt, wir haben die Mondane genannt, Weltliche, Profane, Uneingeweihte. Man kann also quasi sagen, die Uneingeweihten sind das in den Orden, was im Islam die Ungläubigen sind. Also, man hat so eine Art Exklusivität. Man ist Teil eines Geheimbunds oder eines Orden, einer exklusiven Gruppe. und schaut quasi auf alle, die nicht Teil davon sind, schaut quasi auf die herab. Das ist ja auch eine Parallele quasi. Und man ist quasi nur mit seinesgleichen, also nur mit Gleichgesinnten befreundet. Und das mit Familie zum Beispiel, das gibt es auch so. Also, habe ich auch so diese Erfahrungen gemacht, wo versucht wird, von der Gruppe dann dich natürlich zu entfremden aus deinem alten Umfeld. Weil ansonsten, du weißt ja selbst zum Beispiel so Leute, die sich jetzt nie, die den Kontakt nicht so richtig gekappt haben, die entgleiten dann auch auf der Kontrolle, weil die dann sagen so, hey, nee, ich bin wieder mit meiner Familie und so, ich habe nicht mehr so viel Zeit dafür. Und jemand, der nichts anderes hat, außer diese Gemeinschaft jetzt in Form eines Ordens, wo soll der hin? Ja, der ist ja dann komplett quasi unterworfen und macht alles, weil er hat ja nichts anderes. Und deswegen ist es logisch, dieser Mechanismus, dass dann versucht wird, quasi dich aus deinem Umfeld zu isolieren und dass du dich nur noch als Mitglied der Gemeinschaft oder des Ordens definierst. Genau. Du solltest halt auch vor allen Dingen nur Freunde haben, also Brüder und Schwestern aus deinem Orden und mit den anderen solltest du dich, von denen solltest du dich fernhalten. Und genauso, wenn du Beziehungen eingehen wollen würdest mit einer Frau oder sowas, dann sollte das im besten Fall auch immer eine sein, die dem Orden angehört oder aber die man dann dem Orden zuführt. Das sind auch noch so Punkte, die sehr wichtig waren auch. Und gibt es in Bezug auf solche Sachen auch Rituale, zum Beispiel jetzt, man heiratet, mit denen ich in der Kirche heirate, oder als ein, als ein, was gibt es da so Rituale, zum Beispiel in Bezug auf Heirat, Kinder bekommen oder keine Ahnung oder Tod, Beerdigung, wie laufen diese Rituale ab da? Das gibt es alles. Also es ist genauso wie in der Kirche, in der römisch-katholischen Kirche, kennen wir ja sieben Sakramente und auch da gibt es verschiedene Sakramente, ja, Mysterien, die man dann für solche Ereignisse heranzieht, wo es dann auch einen Priester gibt, der dann diese Zeremonien und Zeremonienmeister und einen ersten Aufseher, einen zweiten Aufseher und so weiter, gibt es also verschiedene, je nachdem auf welcher Orden. Manche Orden haben dann den Priester, die Priesterin und dann gibt es noch die Herren der Erde. Also es gibt verschiedene Figuren immer in so einem Ritual, die dann immer wieder auftauchen, die dann bestimmte Aufgaben haben und dann gibt es natürlich auch die Taufe von Kindern zum Beispiel, eine satanische Taufe von Kindern. Gibt es auch, genauso gibt es auch dann eine Art Hochzeitsritual, Beerdigungsritual, es gibt es alles. Also das ist wirklich sehr stark übernommen auch. Und wie waren die Leute so drauf? Waren das so eher, waren die normal oder wie kann man sich so dieses Leben im Orden vorstellen? Waren das so dunkle, finstere, düstere Typen oder waren das auch lustige Leute, wo man es jetzt nicht anmerken würde? Also eins muss man wissen, nach außen hin, den anderen gegenüber, waren das die übelsten Psychopathen und ich gehöre ja auch dazu. Wir waren bereit, die Menschen da draußen, wir haben die als Abschaum gesehen. Und wir haben auch gesagt, wenn du es kannst und du keine Angst haben musst, erwischt zu werden, bring jeden um, den du findest da draußen. Das war so die Einstellung. Das heißt also auch die Ausbeuten, Vergewaltigen, Umbringen, Ausrauben, das waren alles Sachen, wo man quasi so eine Einstellung dazu hatte, ja, wenn du nicht erwischt wirst und wenn du sicher sein kannst, dass du nicht hinterher am Arsch bist, machst. Aus moralischen Gründen musst du dir da keine Sorgen machen. Man hat hier also mit Satanistenorden eine geheime oder geheime Organisationen, also sind jetzt nicht alle zentral irgendwie miteinander verbunden, aber sagen wir mal, man hat eine Ideologie oder man hat eine geheime Organisationen mit einer gefährlichen Ideologie und Gewaltbereitschaft. Da frage ich mich, was ist eigentlich mit Behörden? Ich meine, das ist ja eigentlich so ein Fall für den Verfassungsschutz. Ich meine, der Verfassungsschutz beobachtet auch Scientology zum Beispiel. Öffan, hast du dir mal den, du weißt ja, wer jetzt momentan da, sag ich mal, an der Spitze sitzt vom Verfassungsschutz. Ja, aber Satanisten wurden nie vom Verfassungsschutz. Ich kann dir ein Foto schicken, wo der gute Mann am rechten Handgelenk ein Kaballa-Armband hat. Wer? Und das tragen nur spezielle Leute. Ja, das Ding ist mal. Heidenwank hat ein Kaballa-Armband. Dieser, ich weiß nicht genau, wie der heißt, ich habe das Foto und ich wollte das eigentlich mal posten, dann habe ich mir gedacht, ach nee, komm, geschenkt. Aber das Ding ist halt, ich kann dir das nochmal schicken, auf jeden Fall. Das Ding ist halt, das ist halt auch das, was viele nicht wissen. Wie gesagt, diese satanischen Kreise, da gibt es mehrere, es gibt mehrere Zirkel. Das heißt, es gibt den Äußeren, diese äußeren Orden, da kommst du rein, da sitzt du deine Zeit ab, du sitzt da 10, 15 Jahre sitzt du da dir den Arsch platt, um dann irgendwann von einem aus dem inneren Kreis angesprochen zu werden und dann fängt es eigentlich erst richtig an. Dann hört dieser ganze Wischi-Waschi-Esoterik, diese ganze Esoterik-Gehirnwäsche hört dann langsam auf und dann lernst du letztendlich die richtigen Techniken und Methoden, um andere zu übervorteilen und zu manipulieren. Und dann geht es eigentlich auch los, dass sie von dir verlangen, dass du dein Umfeld und auch die Gesellschaft maßgeblich beeinflusst. Und wenn wir dann noch weiter gehen, und das war ja das, wo ich am Ende war, es geht bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn du diesen Punkt überschreitest, gibt es kein Zurück mehr. Und ich stand mit einem Fuß im innersten Kreis und mit dem anderen Fuß im inneren Kreis. Und der Punkt ist, wenn du dann dort etwas tust, was dich so stark belastet, wir reden hier von schweren kriminellen Taten, die dich so schwer belasten können, dass nur die Gemeinschaft das weiß und du es weißt, was da passiert ist, aber keiner weiß es sonst. Und die Gemeinschaft beschützt dich, aber nur so lange, wie du tust, was die Gemeinschaft will. Wenn du das nicht mehr machst, wenn du halt dann irgendwie im innersten Kreis bist und dann anfängst zu singen oder irgendwelche anderen Sachen tust, die die nicht wollen, dann kann es mal ganz locker passieren, dass sie den Jeffrey Epstein machen und dann hast du ein Problem an der Backe. Also deine Erklärung ist, warum sie nicht staatlich beobachtet werden, ist quasi ein Beleg für deren Einfluss auch in staatlichen Strukturen und wo man da wegschaut. Definitiv. Habe ich selber auch erlebt. Ich habe selber auch öfter mal Probleme gehabt. Ich war auch öfter mal, saß ich, war ich vor Gericht. Ich bin immer rausgekommen, frei, nie irgendwas. Und da waren wirklich ein paar Schinken dabei, die ich jetzt nicht auspacken will. Aber da waren echt ein paar richtige Schinken dabei. Und ich hätte eigentlich, hätte ich mehrfach schon verurteilt werden müssen. Ich hätte auch in den Knast wahrscheinlich wandern müssen für das eine oder andere Ding. Mir ist nie irgendwas passiert. Und da kann ich nicht sagen, das ist alles nur Zufall gewesen, weil es war immer ab einem bestimmten Punkt und dann habe ich gemerkt, dass irgendwo sich was verändert. Und ich weiß ja auch aus, es ist zum Beispiel so, jeder, der in so einen inneren Orden eintritt, und das ist auch schon bei den äußeren Orden häufig der Fall, du hast ein Eid darauf abzulegen, dass deine Brüder und Schwestern über den Gesetzen des Staates stehen und über den anderen. Das heißt, wenn ich, nehmen wir an, ich bin Staatsanwalt und einer meiner Bruderschaft steht vor Gericht und ich habe den dann vor mir sitzen, ich muss alles dafür tun, um meinen Bruder zu schützen. Das ist das Gesetz innerhalb dieses Ordens oder dieser Orden. Das heißt, das ist genauso wie im Islam, die Scharia steht über dem normalen Gesetz. Ich meine ja, es erfüllt ja alle Merkmale, dass ein normaler Staat sagt, die sind eine Gefahr für die Gesellschaft. Da sollten wir näher hinschauen. Was schätzt du oder was weißt du, wie viele solcher Orden gibt es deiner Meinung nach in Deutschland und mit wie vielen Anhänger kann man da ungefähr rechnen oder Mitglieder? Also das Problem ist, dass das recht schlecht durchschaubar ist, weil oftmals weiß der untere Grad nicht, was der obere Grad macht. Das ist schon mal das Erste. Deswegen gibt es ein Gradsystem, so wie so ein Pyramidensystem, wie sich das auch viele vorstellen. Das ist so. Und dann gibt es eben dann noch innere Kreise und jetzt Folgendes, wenn du, nehmen wir an, du bist in Orden A, im äußeren Orden und dann gibt es noch einen Orden B, da ist auch jemand im äußeren Orden und die kennen sich nicht. Die haben auch keine Ahnung voneinander und die wissen auch nicht, dass der innere Orden von beiden dann wiederum, dass die dann zueinander führt. Verstehst du, was ich meine? Das heißt also, die inneren Orden sind oftmals vernetzt werkt mit den äußeren Orden, wobei die Leute in den äußeren Orden das oft nicht wissen, dass das so ist. Und erst wenn du dann in einen der inneren Orden kommst, merkst du plötzlich, oh, da ist ein Rosenkreuzer, da ist ein Freimaurer, da ist ein, was weiß ich, einer von der Church of Satan, da ist einer vom Temple of Seed, da ist einer vom Order of Nine Angels, da ist einer von irgendeinem anderen Tempel. Und das ist nämlich der Punkt. Ab einem bestimmten Grad treffen sich viele miteinander. Und es ist aber dennoch so, das ist sehr schwierig, also es sind ein paar, es sind auf jeden Fall mehrere, also ich überlege gerade, ich weiß nicht, wie viele es sein könnten, ganz ehrlich gesagt. Schwierig, schwierig zu sagen, vielleicht 100.000, vielleicht mehr, ich kann es dir nicht sagen. Das ist ja etwas Elitäres, oder? Da geht jetzt nicht so der einfache Arbeiter oder sowas, da ist ja in der Regel eher nicht so ein Typ dafür, oder? Der einfach, es kommt darauf an, wie der tickt im Kopf, das ist der Punkt. Also da geht es gar nicht, darum, was du jetzt für einen Job hast, weil du kannst hinterher sowieso alles machen, was du willst, theoretisch. Also bei mir war es zum Beispiel so, nur um das mal ganz kurz anzuschneiden, ich musste die Stadt wechseln, also als ich dann vorgesehen war für den innersten Kreis, musste ich die Stadt wechseln, ich habe einen Job bekommen, ich habe alles Mögliche bezahlt bekommen und hatte dann bestimmte Aufgaben, die ich erledigen musste, mit den Leuten aus diesem innersten Kreis. Ich wurde eingeführt in diesen Kreis, ich habe Leute kennengelernt, ich habe B-Promis kennengelernt, ich habe Leute wie, was weiß ich, irgendwer im Bürgermeister und noch irgendwen anders, also so Leute, die letztendlich schon in der Gesellschaft fest verankert sind. Solche Leute waren dann irgendwann wichtig im innersten Kreis und der Punkt, warum ich dann ausgestiegen bin oder warum ich da zurückgetreten bin, war, dass ich gemerkt habe, Moment mal, also klar, ich war vorher schon gewohnt, dass die alle irgendwie ein bisschen kriminell sind, aber das, was hier abgeht, ist nochmal 10, 20, 30, 40, 100 Nummern weiter. Das heißt, es ist nicht mehr nur so Pille-Palle, sondern es macht den Anschein, als ob das ein krasses, großes, weltumspannendes Netzwerk ist von sehr vielen Menschen, die sehr weit und sehr weit oben in der Gesellschaft sich da irgendwo ihren Platz genommen haben. Und dadurch, dass du eben auch viele bekannte Leute kennst oder beziehungsweise, dass du Leute kennst, den einen, der eine ist in irgendeinem Tonstudio, der andere macht irgendwas beim ZDF, verstehst du, was ich meine? Die haben überall ihre Leute drin sitzen und das heißt, du kannst dann am Ende auch überall rein und alles irgendwie machen. Also wenn du sagst, du willst jetzt ein bekannter Sänger werden, dann machen die das aus dir. Aber den Pakt, den du mit denen eingehst, der ist halt nicht mehr rückgängig zu machen. Du gehörst dann denen. Und dann hast du da Kinder nach dem zu vertreten. Wenn man sich das vorstellt, also wie man so schön sagt, auch seine Seele an den Teufel zu verkaufen, kann man sich das so vorstellen? Hundertprozentig. Das ist damit gemeint. Man verkauft nicht wirklich die Seele an den Teufel, man verkauft an den Stellvertreter des Teufels, nämlich der Priester. An den verkauft man seine Seele beziehungsweise an diesen inneren Kreis, an die Priesterschaft des innersten Kreises. An die verkauft man seine Seele, weil man dadurch, dass man letztendlich etwas tut, was eine Grenze überschreitet, die nicht mehr rückgängig zu machen ist, wenn man das getan hat, dann hat man letztendlich den Pack mit dem Teufel eingegangen und nur die wissen letztendlich davon, dass du das gemacht hast. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie das auch filmen. Ja, damit sie was... Warum ist da noch nie irgendwas rausgekommen? Mit so ein richtig, so ein hundertprozentiger... Klar, es gibt Bücher drüber und jetzt auch so Aussteiger wie du, die darüber berichten, aber so richtig so schwarz auf weiß, so richtig so Ibiza-Videomäßig. Verstehst du, was ich meine? So richtig... Solche Sachen. Ja, wenn du so ein Video hast, dann lebst du nicht lange. Das ist der Punkt. Aber man kann ja alles veröffentlichen heutzutage. Und danach, wenn es öffentlich ist, ist es öffentlich. Ja, aber da kommst du ja gar nicht dran. Also ich hätte nicht gewusst, wo ich jetzt hätte irgendwo an solche Sachen drankommen können. Du fölfst jetzt heimlich so ein Ritual und haust das bei YouTube raus. Das geht nicht so einfach. Handys werden vorher abgegeben. Du wirst vorher durchgescannt. Es sind auch Professionelle-Experten dabei, die so eine professionelle Sicherheitsstruktur... Ja, aber pass auf. Es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach. Man trifft sich in irgendeiner alten Ruine, als Beispiel. Wo irgendein Ritual gemacht wird, wo Sachen passieren, die keiner mitkriegen soll. Jeder der Teilnehmer hat sich vorher nackt auszuziehen. Komplett nackt, weil... Das ist kein Witz jetzt. Wirklich nicht. Irrfern, das ist hundertprozentig so. Ich glaube, ich finde es nur irre, die Vorstellung. Ja, aber du wirst... Du musst dich nackt auskleiden. All deine Klamotten werden... Es ist Frauen-Männer-Gemischt. Es ist Frauen-Männer-Gemischt. Das interessiert keinen. So, das Ding ist, alle ziehen sich nackt aus und dann ziehen sie dann darüber ihre magischen und okkulten Roben an. Ja? Es gibt halt so eine Kleidung, so magische Roben. Ich meine, es gibt es im Islam auch. Die haben doch auch ihre Klamotten. Ihre Rituellen. Ja? Da gibt es doch auch diese Dinger. So, ich weiß nicht, wie die da heißen. Aber das ist... Es ist halt insofern... Ja, du wirst nackt aus... Das heißt, du kannst schon mal gar keine Kameras oder irgendeine Scheiße da haben. Du wirst halt komplett durchgescannt, bevor da irgendwas ist. Das heißt also, die müssen... Das ist einfach nicht... Vergiss es. Und dann ist es ja auch so, dass du nicht sofort an so einem Treffen teilnehmen kannst. Du musst ja, bevor du bestimmte Treffen an Treffen teilnehmen kannst, musst du ja bereits deine Loyalität bewiesen haben. Und jetzt kommt der Knaller. Du, und genauso wie alle anderen auch, sind immer dazu verpflichtet, ihre Brüder und Schwestern zu beobachten. Das heißt, wenn du heraus... Kontrollieren. Wenn du heraus, genau, kontrollieren und du hast auch in diesen Organisationen, hast du Hacker. Du hast Leute, die, was weiß ich, die haben ihre Möglichkeiten. Das sind ja keine Idioten. Die sind super organisiert. Das heißt, die können nicht den ganzen Tag letztendlich abhören, wenn die das wollten. Wenn das geheimnisvoll ist, können die das auch, weil die genau diese Technologien auch nutzen. Satanisten sind so, dass sie sagen, wir benutzen das, was funktioniert. Und wir versuchen uns, die Technologie zu organisieren, an die wir drankommen. Egal wie und egal wo, egal wann, wir benutzen das. Das heißt, wenn die an Atomwaffen kommen würden, würden die auch die Atomwaffen benutzen. Das ist das Ding. Und finanziell sind sie auch stark. Gibt es da so eine zentrale, so wie so eine Art Kasse oder was, wie die sich so finanzieren oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ist so der Punkt. Ich habe da so meine Vermutungen, weil so weit war ich da ja auch nicht drin. Wie gesagt, ich war halt Anwärter für den innersten Kreis, bin dann aber, bevor ich etwas getan hätte, was nicht mehr rückgängig zu machen gewesen wäre, bin ich ja dann zurückgetreten. Also Mord oder? Ich hatte das Glück, dass ich noch nicht so viel wusste aus diesem innersten Kreis, dass es für mich kein Zurück mehr gegeben hätte. Ich konnte noch zurücktreten, aber ich bin auch mit einem blauen Auge davon gekommen. Es war eine sehr, sehr ekelhafte und unangenehme Situation. Aber was ich noch sagen wollte, mit dem Geld, du darfst halt nicht vergessen, dass es verschiedene Kreise gibt. Und es gibt eben diese äußeren Kreise, wo dann zum Beispiel eben auch Geschäfte gemacht wird mit anderen Kriminellen, ob das nun Rockerclubs sind, ob das nun Familienclans sind. Das heißt, Satanisten machen Geschäfte mit anderen Kriminellen. Aber da würden sie doch dann auftauchen in Ermittlungsverfahren, wenn sie da so eng verbunden sind. Naja, die outen sich ja nach außen nicht unbedingt als Satanisten. Ja, das ist ja der nächste Punkt. Zum Beispiel, ich habe heute gelesen einen Artikel irgendwo im Osten, so eine deutsche Familie, Vater Ralf, Ralle mit Sohn, was weiß ich, Jens, was weiß ich was, Familie bekannt, haben Crystal in großen Mengen verkauft, hatten sieben Lamborghini drumstehen und so weiter. Du meinst quasi, okay, man weiß jetzt nicht, das sind jetzt, ich sage jetzt nicht, dass man es dann ist, aber eine normale deutsche Familie. aber du meinst, das könnte auch so sein, dass selbst wenn sie jetzt in irgendein Verfahren kommen und man das jetzt nicht mehr verheimlichen kann, dass es halt dann nur heißt, ja, Jens B-Punkt hat so und so viel gemacht und nicht die Organisation. Richtig, genau. Weil der Punkt ist ja auch, dass du in der Regel niemandem erzählst, dass du in diesem Orden drin bist. Ja, das ist so die Regel. Natürlich gibt es auch Leute, die machen das, die erzählen das, die sagen dann auch, das machen vor allem auch viele Leute, die jetzt in äußeren Orden drin sind, die sagen, boah, ich bin jetzt Mitglied geworden dem und dem Orden und bla, bla, bla. Aber sobald sie in diese inneren Kreise kommen, da gibt es auch gar keine Namen mehr, die du für einen Orden benutzt nach außen. Du sagst niemandem, letztendlich ist es egal, weil die Namen haben auch alle nur irgendwelche mystischen Titel, aber trotzdem erzählst du niemandem, wie die heißen. Und das Ding ist, darum geht es auch dann gar nicht mehr. In diesen inneren Kreisen geht es überhaupt nicht mehr darum, wie der Orden heißt und was und wie. Es geht nur noch darum, dass du quasi die Ziele des Ordens voranbringst durch das Nach-Außen-Tragen einer gewissen Agenda, durch das Manipulieren bestimmter Gruppen und Strukturen und vor allen Dingen das Instrumentalisieren von Gruppen. Das sind so die wichtigen Teile, Anteile und das Geld, was die machen, das machen die genau wie alle anderen Kriminellen auch. Drogen, Waffen, Nutten, also alles, was du dir vorstellen kannst. So. Wie ist es vom Ton? Bin ich in manchen Schreiben, ich bin zu laut. Ich weiß nicht, in letzter Zeit übersteuert das Mikrofon. Ist es besser, wenn ich jetzt so, ist es besser, wenn ich so nah bin oder soll ich das weiter? Ich höre dich super. Ich höre dich auch super, aber in manchen Schreiben und ich habe es nachher auch gemerkt im Livestream, dass es manchmal ein bisschen übersteuert. Bei dir oder bei mir? Bei mir, bei dir ist alles okay. Ich lasse es mal, ich glaube, so nah ist es besser, glaube ich. Schreib mir mal, wie der Ton ist. Machen wir ein paar Fragen. Herbert Buchwald, vielen Dank. Hallo, Hilfmann, es gibt in der Reihe Erfahrungen das Buch Lukas, wo ein Aussteiger schon vor längerer Zeit über seine Erfahrungen berichtet. Er berichtet auch von Menschenopfern, besonders in den USA. Frag bitte deinen Gast, was er davon hält. Kennst du das? Ja, ich kenne das Buch. Ich habe das tatsächlich gelesen, als ich 15 war und nachdem ich das Buch dann auch mehrfach gelesen hatte, war mein Wunsch, genau so einen satanischen Orden zu finden. Das klingt natürlich ein bisschen krass. Das klingt und viele. Ich habe auch als Islamist immer alle diese Berichte gelesen über Attentäter und 9-11 und Mohammed Atta und die ganzen Dokus angeschaut und die Leute denken so, boah, das schreckt ab und so weiter und du schaust das fasziniert und denkst, ja, noch ein Buch, noch eine Doku. Genau, deswegen habe ich ja auch alle satanistischen Mörder und Leute, die irgendwen umgebracht haben, habe ich dann auch immer total interessiert verfolgt und habe mir die geschockt. Eines, da habe ich mal eine Doku-Reihe geschaut. Boah, das hat mich auch geschockt, der Typ. Wie heißt der? Ramirez. Ramirez. Richard Ramirez? Richard Ramirez, der war doch ein Satanist und ein Serienkiller, der Typ war heftig, Mann. Ja, genau. Ich habe mir viele solche Dokus angeschaut, aber der sticht hervor. Also der ist ab. Es gab tatsächlich auch bei uns, in unserem, also in dem Orden, wo ich war, gab es auch einen sehr bekannten Serienkiller, der dann auch im Knast war. Ja, es gab, ja, ja, also das ist halt auch so ein Ding, wo ich das dann selber erfahren habe. Da dachte ich mir so, krass, der war bei uns dabei, der, das war so ein Kannibale aus Paris. Interessant. Ja, und das ist halt dann schon krass, wenn du das dann so mitkriegst. Aber, ja, das ist so. Welche Rolle spielen eigentlich hier so Pädophilie, Entführungen von Mädchen und so weiter? Ich habe ja das Buch über Natascha Kampusch gelesen. Das fand ich sehr interessant, den Fall Natascha Kampusch, weil man merkt, dass die offizielle Version vorne und hinten nicht stimmt. Absoluter Schwachsinn. Und dann habe ich auch gesehen, Tillmann hat auch ein gutes Video gemacht, ich glaube, voll lang, fast zwei Stunden oder so was, wo er nur über den Fall redet. Und da stoßt man ja auch auf solche gewisse Netzwerke, die einflussreich sind. Der Chefvermittler stirbt plötzlich, Selbstmord mit links, obwohl er Rechtshänder war. Sein Bruder packt aus und sagt, er war nicht mal selbstmordgefährdet, gar nichts. Also die üblichen Muster, du hast ja auch Epstein angesprochen, so lauter, so ganz, ganz komische Zufälle. Welche Verbindungen gibt es da zwischen diesen, ich sage mal, Entführungen von Kindern? Oder Fall Dutro, kennen ja auch viele, diesen Bericht auch von den Öffentlich-Rechtlichen, wo, lass mich nicht lügen, 17 Zeugen plötzlich irgendwie ganz komisch durchs Leben, ums Leben kommen. Der eine Autounfall, der eine Herzinfarkt, der andere bringt sich um. Wo du sagst so, die Wahrscheinlichkeit, dass 17 oder ich weiß nicht wie viele oder vielleicht sogar noch mehr Zeugen plötzlich in diesem kurzen Zeit Raum, ums Leben kommen, ist ausgeschlossen. Das heißt, da muss irgendwas, schau, ich sehe das nicht so, ich bin ja kein so, ich meine, was heißt Verschwörungstheoretiker, auch Verschwörungstheoretiker, kein Verschwörungstheoretiker sagt, dass er Verschwörungstheoretiker ist. Aber ich sage mal so, ich bin bei vielen solchen Thesen skeptisch. Ich sehe das so, dass es verschiedene einflussreiche Zirkel gibt. Das ist vollkommen normal. Bei Katholiken gibt es gewisse Orden, die versuchen Einfluss auszuüben. Im rechten Raum haben wir die Burschenschaften, ist jetzt kein Geheimbund, aber die auch in der AfD, in der FPÖ Einfluss haben, den fördern wir, den nicht und so. überall gibt es solche Interessensgruppen und Zirkel, oder du hast erwähnt, Freimaurer und so weiter, da gibt es ganz verschiedene. Und für mich ist das unbestritten so, dass es da auch solche Pädo-Netzwerke gibt. Und ja, genau, also die Frage wäre, welche Verbindungen gibt es da zwischen diesen Netzwerken, sagen wir mal Pädo-Netzwerke, und satanistische Kreise. Also was ich sagen kann ist, es ist halt, das kam mir selber komisch vor, als ich in diesen satanischen Organisationen, ich war ja in mehreren Organisationen, und als ich da unterwegs war und aufgestiegen bin, habe ich irgendwann erkannt, und das ist auch vielen anderen so gegangen, kann ich mich damals noch an die Zeit erinnern, denen ist aufgefallen, dass es je weiter man nach oben kommt, wird es immer kabbalistischer. Es gibt verschiedene okkulte Systeme, auch innerhalb des Satanismus, mit denen man arbeitet, die man bearbeitet, womit man sich beschäftigt. Aber auffällig war schon, dass es nach oben hin immer mehr in Richtung Kabbalah ging. Kabbalah, muss man jetzt wissen, ist quasi eine jüdische, mystische Seelen. Aber was hat Kabbalah damit zu tun, mit Vergewaltigung und Mädchen? Ja, da will ich ja drauf hinaus. Ich will darauf hinaus, dass die extremeren Satanisten auch Kabbalisten waren. Das heißt also, die Kabbalah wurde immer und immer wichtiger. Dazu muss man aber auch sagen, es gibt zwei Linien von Satanisten, also Ordenssatanisten, die sich mit Kabbalah ist ja nichts anderes, außer jetzt, ich sag mal, jüdische Mystik. Ja, jüdische Mystik, aber das ist halt für die Leute ein bisschen mehr als nur jüdische Mystik. Da spielen eben auch messianische Ideen eine Rolle. Und ich kann das mal ganz kurz umschreiben, warum das so wichtig ist, damit die Zuschauer das auch verstehen. Und dann verstehst du das sicherlich auch, wenn ich das so vernünftig erkläre. Also es ist so, dass es jüdische Sekten gibt, messianische Sekten, kabbalistische Sekten, die daran glauben, dass wenn erst die Welt im Chaos versinkt versinkt und alles sozusagen, wenn der Satan die Welt in seinen Händen hat und alles im Chaos versinkt, erst dann kann der Messias kommen. Und jetzt gibt es jüdische Sekten, die wollen mit aller Gewalt diese Erde, diese Welt so schlecht wie möglich machen. Ja, also ich kenne, du meinst jetzt, das sind so diese, von dieser Thesen, Wolfgang Eggert, Israels Geheimvaktikan, und der behauptet, mit Rabat-Lubavich und so weiter. Das ist der Punkt. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe da nie Belege dafür gesehen. Also ich glaube nicht. Ja, aber das ist ja, warum hast du nie Belege gesehen? Ja, ja, aber man kann ja, man muss ja, wenn man eine These aufstellt, dann muss man die auch belegen und sagen, und jetzt nur, weil Putin sich mit Rabat-Lubavich trifft oder Merkel oder der, die treffen sich mit allen. Wie gesagt, du findest auch, jeder Kanzler, jeder Bundeskanzler geht zu bestimmten muslimischen Organisations. Ich spreche unbedingt nur von Rabat, der Rabat hat so seine Eigenheiten, aber das ist auch nicht die Spitze des Eisberges, meines Erachtens. So, und wir waren ja eigentlich eher bei diesem Thema, wirklich diese ganz scheußlichen und schlimmen Sachen, ja, und diese ganz schrecklichen Sachen findest du tatsächlich, beziehungsweise da geht es dann erst mal, du musst überlegen, du wirst ja nicht von heute auf morgen in irgendeinen sadistischen, pädophilen Massenmörderverein eingeweiht. Das geht ja gar nicht. Die wollen auch wissen, was für Leute sie da vor sich haben. Das heißt, die prüfen auch Leute, die sie in ihren Kreis lassen. Und ich vermute, wie gesagt, ich war nicht dabei, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich vermute, dass diese höheren Kreise, die über den satanischen Gruppen stehen, eben kabbalistische Kreise sind, weil alles darauf hindeutete, in der Zeit, wo ich dabei war, dass diese kabbalistischen Kreise noch mal extremer sein müssen, als die Kreise, in denen ich drin war, weil es immer extremer wurde. Warum hat das mit kabbalistischen Kreisen jetzt zu tun? Wo ist jetzt da die Verbindung? Ja, ganz einfach. Warum können das jetzt nicht zum Beispiel auch solche satanistischen Orden sein? Wo kommt diese Verbindung her? Ja, ganz einfach aus dem Grund, weil die Lehre immer esoterischer und immer gnostischer wird. Und diese gnostische Lehre, die auch die Freimaurer haben, mit der Demiog, der Schöpfer, Jahwe, Jahwe, der Gott aus dem Alten Testament, das ist eigentlich Satan in der Gnosis. Und da das Gnostiker sind. Und am Anfang waren es Satanisten, irgendwann werden es Gnostiker und danach werden es Kabbalisten. Und das heißt, man wird also Schritt für Schritt da so reingeführt in eine andere Dogmatik, in ein anderes Denken. Das heißt, Satan ist nicht mehr der Widersacher Jahwes, sondern ab einem bestimmten Grad der Einweihung ist Jahwe Satan. Das heißt, wie für Erste... Okay, das ist aber zu weit, weil das kann ich nicht ganz nachvollziehen und ich glaube viele andere nicht, die sich nicht so intensiv damit beschäftigen. Deswegen wird das ja schrittweise gemacht. Was ich sagen wollte, auch wegen Endzeit und so weiter, ich habe ja auch das Buch gelesen und so, schau, solche Endzeit-Mythen, das gibt es in jeder Religion, auch im Islam zum Beispiel. Der IS war ganz stark davon beeinflusst, dass sie zum Beispiel Gebiete, zum Beispiel deren Magazin hieß Dabiq. Und Dabiq ist ein Ort in Syrien, wo quasi Amagendon stattfinden soll. Und der IS hat sich extrem viel Mühe gegeben, diese Stadt zu kontrollieren, weil sie fest davon überzeugt waren, jetzt ist die Endzeit gekommen. Deswegen kann man vom IS auch als eine Art Endzeit-Sekte sprechen. Jetzt ist die Endzeit gekommen, dort wird die letzte Schlacht stattfinden. Die ganzen Vorzeichen des jüngsten Tages sind größtenteils eingetroffen. Wir haben jetzt den Kalif, die Römer, wie in der Überlieferung, in Form der Europäer, Amerikaner, sind eingetroffen. Ich will damit sagen, ich sage ja nicht, dass es nicht irgendwelche jüdischen Sekten gibt, die vielleicht so dran glauben und so. Gibt es überall, gibt es auch im Islam. Für mich ist halt immer die Frage, wie sehr kann man das beweisen, dass sie da Einfluss ausüben und wie einflussreich sind die da? Die stehen halt in den Hochgraden. Dieser ganze Kabbala-Kram, der kommt erst viel später, wenn du schon viele, viele Jahre da drin bist im Satanismus. Und dann wandelt sich das gesamte Konstrukt. Es ist nicht mehr so, dass du nur noch einfach stumpf Satan da irgendwo anbetest oder da irgendwas machst. Nee, die ganze Lehre wird esoterischer, wird intensiver, wird auch interessanter für viele. Und das ist nicht mehr so stumpf. Und man sieht es vor allen Dingen so, dass die Satanisten, das sind die Erfüllungsgehilfen der Kabbalisten. Und das ist einfach meine persönliche Erfahrung. Das sind meine Einblicke. Das ist das, was ich erkennen konnte. Und das ist auch das, was Wolfgang Eggert in seinen Ausführungen quasi zum Teil da erzählt. Ja, aber er sieht ja überall, überall. Überall vielleicht nicht. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Es gab nicht nur, die nicht beteiligt waren. Und da sage ich, das kann ich nicht glauben. Okay, vielleicht hat er hier und da was falsch interpretiert. Kann ja alles sein. Aber das Ding ist halt, ich muss sagen, und das kann ich eben sagen, als jemand, der in diesem System drin steckte, die YouTuber, das wurde ich auch mal gefragt, welche YouTuber dann so die meisten Treffer haben in Bezug auf okkulte Sachen und so ordensinterne Sachen. Und da habe ich ganz klar gesagt, Wolfgang Eggert und Tilman Knechtel. So von den bekannten YouTubern, die man oder Leuten, die man so auswählen hat. Das hat das von Tilman Knechtel, ich meine, er belegt das ja auch oder zeigt ja auch natürlich die ganzen, ich sage mal, so Prominente und so weiter, die sich dann mit denen treffen. Oder ich habe einmal ein Video gesehen, LeBron James mit Haberd Lowe, da frage ich mich auch, was hat der da jetzt? Und man merkt natürlich so eine gewisse Demut denen gegenüber und seltsames Verhalten. Das streite ich ja gar nicht ab. Ich sage nur, das, wo es Belege gibt, da habe ich gar kein Problem so. Da glaube ich dran und so weiter. Aber manchmal werden halt so Sachen geschwürt, wo ich sage, jetzt kann ich nicht mehr folgen. Wie hat das jetzt damit zu tun? Nur weil Putin sich mit Haberd Lubeck oder Merkel kann man jetzt nicht daraus schließen, dass Merkel nur eine Marionette von Haberd Lubeck und so weiter war. Das würde ich auch nicht sagen. Das würde ich ja auch gar nicht behaupten. Das Einzige, was ich halt sage, ist, dass es nach oben hin, dass die Lehre sich verändert und es dann eben eher in diesem Messianismus, den übrigens auch schon Elefas Levi propagiert hat. Das war auch ein Okkultist des 19. Jahrhunderts. Auch der hat schon diesen Messianismus, obwohl er Okkultist war und letztendlich war er auch nicht ganz offen ausgesprochen, aber er hatte schon so gewisse satanische Züge an sich. Und es gab auch viele andere des 19. Jahrhunderts, Okkultisten, die sich dieser messianischen Idee angebiedert haben und die auch Kabbalisten waren. Die ersten richtigen Teufelsanbeter, von denen man auch wusste, dass sie Kinder opfern und all diese Sachen machen, das war ja der Hellsfeierclub und da haben sich ja Adelige getroffen, um dann ihre perversen Rituale und perverse Gelüste auszuleben. Ob das nun, damals war ja Homosexualität verboten, da war das eben so was, aber eben auch Sex mit Minderjährigen. Und das konnten die halt innerhalb dieser Zirkel, da konnten die das eben ausüben, weil sie eine eingeschworene Gemeinschaft waren, weil viele aus dem Adel da waren, die sich gegenseitig gedeckt haben. Und das hat sich natürlich weiterentwickelt, diese Gruppen. Und die gab es im 19. Jahrhundert, da gab es die schwarzen Rosenkreuzer von Paris, wo Stanislas de Guaita, bekennender Teufelsanbeter und auch Papot, die sich dort getroffen haben, um dort schwarze Messen zu praktizieren. Das ist alles dokumentiert. Das ist nicht irgendwas, was mich aus der Nase zieht und die Nachkommen davon, die sind dann in den Orden aufgegangen, die es heute gibt, zum Teil. Ja, das ist ziemlich... Und das waren alles Kabbalisten der damaligen Zeit. Ja, also das wird jetzt dann ziemlich komplex und das erfordert dann wirklich auch einiges an Vorkenntnissen, um das jetzt auch alles so nachvollziehen. Ich gehe mal auf ein paar Fragen ein, weil sich da schon die Fragen ziemlich sammeln hier. Leo, gelobter Jesus Christus, danke für eure Arbeit. Die erste Kundgebung war super, mir haben auch die Parolen gefallen, abschieben. Frage an Alex, hast du die Schriften von Irenaeus von Lyon gegen die Gnostiker gelesen? Ich kenne Teile davon und bei Irenaeus geht es ja auch um die sogenannten Luciferianer. Ja, da schreibt er ja auch so ein bisschen darüber und so. Ja, also zum Teil kenne ich die Schriften, aber ich habe mir tatsächlich nicht jede Kirchenväterschrift reingezogen, wo es um irgendwelche Anklagen ging, weil auch da ist halt schwierig zu sagen, was sind jetzt authentische Anklagen gewesen, was ist wirklich passiert und was war nur Politik durch die Inquisition. Ja, genau, genau. Und deswegen ist es schwierig. Auch bei den Templern und so weiter, das ist schwierig. Genau. Hier war eine Frage, war Karl Marx Satanist? Ich erinnere mich da an ein Buch, ich glaube, das war von einem katholischen Theologen, der, wie heißt er, Wurmbrand? Ich glaube, Wurmbrand, der die Gedichte, die Karl Marx als junger Mann geschrieben hat und die schon, die man so verstehen kann. Also, ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Also bei Marx sieht man auf jeden Fall eine Ablehnung der, ja, westlichen oder christlichen Moral oder eben, ja, dieser Ideen, wobei man aber auch sagen muss, ist, dass auch Marx wiederum, der letztendlich auch den Kommunismus mitgeprägt hat, der Kommunismus ist eigentlich viel älter, ja, der geht eigentlich auf die Jesuiten zurück, aber das ist nochmal ein anderes Thema, das wäre eine andere Sendung vielleicht mal, aber auf jeden Fall ist auch der Urkommunismus identisch mit eben diesem Messianismus wieder, dieser, also dieser, man kann schon sagen, dieser kabbalistische Messianismus, da gibt es so viele Spuren darauf und ich denke, ich muss definitiv nochmal eine Sendung machen, wahrscheinlich mache ich das mit dem Janusz, mit dem ich schon öfter solche Korrespondenzen, ja, hatte, dass wir darüber nochmal ganz, ganz detailliert sprechen, weil ich glaube, das ist echt großer Bedarf an Wissen, das einfach fehlt bei den meisten. Dann Trust No Mail, vielen Dank. Wieso hassen Dämonen und Satanisten das Rosenkranzgebet? Das ist erstmal ein Angebot der katholischen Kirche, dass das so ist, ja? Ja, eben, das sage ich ja, das muss das so sein. Das ist ein Glaubensangebot. Ob das so ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also du kannst es... Wenn dir das Rosenkranzgebet was gibt und du sagst, ich fühle mich da super mit und das gibt mir Kraft und ich habe das Gefühl, dadurch kann ich alle Dämonen abwehren, dann mach das und dann behalte diesen Glauben auch, weil das ist ja was Positives. Ja, ganz klar. Homosexuelle Imame, danke. Frage an Alexander. Ich bin christlich erzogen, aber höre zu über 90% Deathcore, Death Metal und Black Metal, weil mir die Musik einfach am besten gefällt. Wie viel Einfluss hat die 666-Szene in die Musik? Denkst du, die ganzen Künstler glauben dran? Ja, finde ich interessant. Also es gibt natürlich verschiedene. Beim Death Metal, okay, das ist eine andere Thematik. Da geht es auch manchmal um Satanismus, aber meines Erachtens geht es da mehr so um Frauenvergewaltigung, zerstückeln und irgendwelche anderen perversen Sachen. Das passt jetzt auch nicht unbedingt zum Christentum, würde ich sagen. Es sind halt mehr so perverse, kranke Fantasien, die dort Musiker dann in ihren Stücken da verarbeiten. Aber im Black Metal ist es schon so. Black Metal ist im Grunde genommen von seinen Ursprüngen her satanisch. Und es ging auch immer darum, satanische Messages oder eben satanische Ideen und Ideale durch die Musik zu transportieren. Ich habe immer so eine Abneigung dagegen. Ich habe immer so eine Abneigung. Das war mir immer so zu düster in der Hinsicht so. Ja, ich habe auch selber viel Black Metal gehört. Ich höre tatsächlich auch heute noch Black Metal, aber ich höre eher so den heidnischen Black Metal oder klar, ich höre auch manchmal halt noch die Lieder von früher. Aber das nicht mehr so aus ideologischen Gründen, sondern einfach nur, weil der Sound irgendwie ganz geil ist oder weil ich Bock drauf habe, aber auch nicht, ich höre jetzt auch nicht von morgens bis abends irgendeinen Black Metal-Kram oder sowas. Aber es ist schon so, dass es viele Bands gibt, zum Beispiel Vataien, die das sehr ernst nehmen, die den Satanismus auch sehr ernst nehmen und auch Beschwörungen in ihre Lieder mit einbauen. Das heißt, du hast da einen Refrain und dann singt da plötzlich eine Beschwörung. Das heißt also, für Menschen, die daran glauben und die sich auch in dieses Kraftfeld des Glaubens begeben, kann das durchaus, sag ich mal, beeinflussend sein. Und dann musst du das selber entscheiden. Wenn du als Christ damit klarkommst, dass du da irgendwelche Platten hörst, wo die ganze Zeit satanische Beschwörungen abgefeiert werden, dann mach das. Rat dich ganz klar von ab. Rat dich ganz klar von ab. Ja, das muss jeder für sich selber entscheiden am Ende, finde ich. Aber klar, das muss man halt überlegen. Aber wenn ich Christ wäre, dann würde ich wahrscheinlich so eine Musik nicht hören. Dann Jürgen Lusenski, ähnliche Frage. Was für Verbindungen gibt es zur Black-Metal-Szene? Diese Satansmorde, Misanthropic Luciferian Order. Dachte immer, dass es nur rebellische, verwahrloste Jugendliche, die sich da reingesteigert haben. Nee, so ganz so ist das nicht. Definitiv nicht. Der Temple of the Blacklight, der damals noch Misanthropic Luciferian Order hieß, da war ja das bekannteste Mitglied der John Nuttweid von der Band Dissection. So, den kennen auch viele. Das war eine sehr bekannte Band der damaligen Zeit und der hat sich dann irgendwann auch rituell selbst ermordet und wurde dann auch in einem magischen Kreis gefunden mit Kerzen und allem drum und dran und mit einem speziellen Buch, was ich auch besitze, weil ich eben diesem Orden auch mal sehr nahe stand. Und den Leuten. Und da gibt es tatsächlich auch Geschichten, da gab es Morde, da gab es alles Mögliche. Also, da sind viele, viele schlimme Sachen passiert im Umkreis dieses Ordens und eben, ja, es gab eben und auch Vatain ist auch eine Band, die auch mit diesem Orden in Verbindung steht, wo eben das ein oder andere Bandmitglied auch Mitglied des Nexion 8, 218 ist. Ja, also quasi das Temple of the Blacklight. Sekundus, der erste, Alter ist das spannend. Könnt ihr bitte jetzt schon einen Teil 2 ankündigen? Ja, wir können natürlich das wieder weitermachen beziehungsweise über andere interessante Aspekte. Mango, vielen Dank. Kennt Alex die Doku von Alex Jones, in der sich 2000er in die Bohemian Grove einschleicht und dort heimlich ein Ritual, reich, ein Robben vor der Moloch-Statue filmt? Sind diese Leute dort Satanisten und was geht da ab? Was ist diese Eule der Minerva? Also hier sprechen wir ja von einer besonderen Gruppe. Bohemian Club ist ja ein Elite-Club, wo auch viele Politiker drin waren, sind, wie auch immer. Man muss sich da einkaufen. Das ist also ein Club, der unglaublich teuer ist und das heißt, man muss schon bewiesen haben, dass man weltlich sehr viel Macht erlangt hat. Und wenn man dann in diesem Club auch aufgenommen wird, dann darf man eben an diesem Bohemian Grove teilnehmen. Und diese Eule, die dort steht, ja, die wird oftmals eben mit der Eule der Minerva in Verbindung gebracht. Minerva war eine Göttin der Weisheit, aber auch des Kriegsgeschicks, also der Kriegsstrategien. Und es war die Eule, der Minerva war auch das Symbol, was die Illuminaten als Hauptsymbol benutzt haben. Also wir reden hier von den bayerischen Illuminaten, wo auch Goethe und auch der Knigge Mitglied waren und die den Illuminatenordnen unter der Führung von Adam Weishaupt auch erst so groß gemacht haben. Naja, und man munkelt eben, dass dieser Bohemian Club so eine Art Nachfolgeorganisation sein könnte, der damaligen bayerischen Illuminaten. Das heißt, man hat letztendlich eine Freimaurer-ähnliche Organisation, in der man aber auch metapolitische Ziele verfolgt, um die Gesellschaft zu verändern und eine neue Ordnung zu erschaffen. So, das ist das, was ich darüber sagen kann, was ich darüber weiß und ja, genau. Interessant. Dann machen wir noch ein paar Fragen. Julian, denkst du, dass Satanismus in der menschlichen Natur liegt? Wie weit reicht das zurück? Wer oder was bringt das Äquilibrium, damit die Welt nicht untergeht? Was sind die Orden des Guten? Ja, also ich glaube, dass Satanismus, ob das in der Natur des Menschen liegt, das muss jeder für sich selber ergründen, finde ich. Ich habe definitiv Ähnlichkeiten gefunden zum Darwinismus oder auch Sozialdarwinismus und eben auch zum Verhalten in der Natur, wie zum Beispiel, es gibt einen Alpha-Wolf, es gibt dann die anderen, die schwächer sind, die du dann wegbeißt und so weiter. Das ist schon so eine gewisse Härte, die man auch aus der Natur kennt. Insofern würde ich sagen, Satanismus hat Ähnlichkeiten mit der Groheit, die wir auch im Tierreich kennen. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass alles, was im Satanismus stattfindet, irgendwas mit Natur zu tun hat, ganz und überhaupt nicht. Das ist schon mal dazu. Die anderen Fragen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, ich weiß nur noch am Ende, so von wegen, was sind die Orden des Guten? Das Problem ist tatsächlich, es gibt sehr, sehr viele Orden. Einige davon sind einfach nur okkulte Schwurbelorden und die anderen sind halt irgendwelche Orden, die eben Macht wollen und andere übervorteilen wollen. Und so richtig produktive, vernünftige Orden, die, sag ich mal, irgendwas Gutes in der Welt erreichen wollen, die sind mir leider noch nicht begegnet. Antikonformist Manu, danke, hallo man kann als Satanist, wenn man Otes, was, Ote 5, Ote 5 ist und die Voraussetzungen erfüllt, bei den Freimaurern in den ersten äußeren Ring einsteigen, bei einer Freimaurerloge, das müsste der Ex-Satanist wissen, frag ihn, schöne Güse, was weh. Also ich bin kein Freimaurer gewesen. Ich kannte viele Freimaurer, weil eben es auch Doppelmitgliedschaften gab und auch immer gibt. Das heißt, man trifft immer viele Menschen aus vielen verschiedenen Orden, aber ich kenne mich nicht aus mit der genauen Ordensstruktur der Freimaurer. Ich nehme aber an, dass die so ähnlich sind. Ich habe ja auch durch Erzählungen mitbekommen, dass bestimmte Strukturen sehr ähnlich sind. Aber genaue Sachen über die Freimaurerei, da würde ich einfach mal den Charles Fleischauer fragen. Weil der war nämlich Freimaurer und ist auch ziemlich weit in den Hochgraden gewesen. Der hat auch ein Buch geschrieben darüber, vielleicht kontaktierst du den einfach mal. Das ist ja jetzt nicht direkt Thema des Streams. Leo, Irenaeus von Lyon hat 130 nach Christus gelebt, 1000 Jahre vor der Gründung der Inquisition. Liebe Grüße. Ja gut, aber es gab ja vorher schon Maßnahmen der katholischen Kirche, um andere Andersgläubige anzugreifen. Ob es nun 400 nach Christus in Alexandrien die Katabalani waren unter Kyrill, dem Bischof, die eben Ungläubige abgemetzelt haben oder also wie ist das völlig egal, ob die Inquisition waren oder wie die vorher hießen, sowas gab es schon immer in diesem Apparat, in diesem Machtapparat. Trust No Mail, wieso wird die heilige Eucharistie von den Satanisten begehrt? Das hatten wir schon beantwortet am Anfang, das hast du ja schon gesagt. Julian, ich habe keinen Bock auf Satanisten und keinen Bock auf Gutmenschen. Was nun? Ich will Freiheit, ich kann damit umgehen. Warum muss man ständig Rücksicht auf Idioten nehmen? Dann wird man Notfall-Satanist, das ist wohl der Plan der Links Versiften. Ja, du kannst ja auch einfach nur dein eigenes Ding machen. Du kannst ja trotzdem mit dir und Gott eine Beziehung eingehen und die ist so individuell, dass dir niemand da reinquatscht. Ganz einfach. Du brauchst ja keine Buchreligion oder keinen Satanismus, der dir erzählt, wie du sein musst. Du kannst einfach dein eigenes Ding machen. So mache ich das auch. Ich habe eine Beziehung zu Gott, aber das ist meine persönliche private Beziehung, die geht niemandem was an. Du bist kein Christ, du bist heute kein Christ oder als was würdest du dich heute bezeichnen? Ich würde mich einfach nur als Gott gläubigen. Ich glaube an den allmächtigen Gott, ganz einfach, und ich bete auch so, ich sage dann allmächtiger Gott, ich danke dir für diesen wunderschönen Tag, also ich spreche immer zu ihm, zum allmächtigen Gott, und da gibt es nur einen allmächtigen Gott, den man ansprechen kann, also letztendlich verehre ich auch den Gott, den viele andere Religionen auch verehren, wenn sie eben den Allmächtigen ansprechen, nur dass ich eben keine anderen Mittlerwesen dazwischen habe oder irgendwas. Es ist zwar so, dass ich Archetypen, Götter und so weiter total spannend finde, und ich mag das auch heute noch, ich stehe auch auf Actionfiguren, all solche Sachen, also auch so Superheldenfiguren oder irgendwelche antiken Götter, ich habe ja auch hier im Hintergrund ganz viele Figürchen und solche Sachen, ja, aber das ist für mich, sind das nur Facetten oder wie sagen wir mal so, diese Götterfiguren sind von Menschen ausgedacht, aber dieser Gott, dieser allmächtige Gott ist für mich der Gott, der hier das alles sozusagen erschaffen hat, wie auch immer, durch sein Bewusstsein, aber das ist ja frei, wie jeder das glauben möchte, darf er das glauben, aber ich glaube eben an Gott und ich brauche dafür jetzt keine Religion, keine Bücher oder irgendwas anderes, ich habe das im Herzen, ganz einfach. Kommen wir zum Hauptthema, Alexander, du hast zwei Stunden, oder was heißt Hauptthema, das war extrem spannend, was du jetzt auch gesagt hast, alles, ja, Gemeinsamkeiten beziehungsweise Parallelen und da hast du ja einige Sachen hier vorbereitet, nämlich zur Frage Satanismus und Islam, wo gab es da Überschneidungen und da gibt es die interessante Biografie oder eine interessante Person, Abdulaziz Ibn Mead, ja, 1950 geboren, mit Begründer und wichtiger Kopf des Ona, das ist so ein rechtsextremer, satanistischer Orden, habe ich da nachgedacht. Ja, man kann ihn nicht klar als rechtsextremistisch einordnen, weil er viele Extremismen benutzt, um Macht auszuüben, aber auch eben die, den nationalen oder den rechtsextremen Flügel, den benutzt er eben auch und das bleibt bei den meisten halt hängen und das ist auch für die Medien natürlich am reißerischsten, naja. Interessant. Ja, was hat er dann gemacht? Er konvertierte zum Islam, er wurde zu Abdulaziz. Als Islamist lobt, verteidigt und rechtfertigte er Osama Bin Laden selbst mit Attentate, die er als Märtyrer-Operation bezeichnet hat, so auch die Anschläge von 9-11 und hat dazu sogar eine eigene Schrift auf Englisch geschrieben, die Hamas auch angeführt hat und ja, dazu heißt es dann, dass es eben eine Verbindung zwischen Nationalsozialismus, Islam und so weiter gibt. Dann zeigt sich Er war auf jeden Fall dafür, dass eben die Neo-Nazi-Szene damals in England, wo er halt teil und aktiv war, sich verbündet mit den Islamisten. Und was interessant ist dann, dieser Orden da, dieser ONA-Orden. Order of Nine Engels, genau. Also Orden der neuen Winkel. Ja, dann habe ich es geschaut und am Ende heißt es dazu, am Ende heißt es, über den Orden der US-Soldat Ethan Meltzer wird beschuldigt, bis Juni 2020 dem UNA interne Sicherheitsinformationen über seine US-Army-Einheit bereitgestellt zu haben, damit diese an islamistische Dschihadisten zur Durchführung eines Terroranschlags auf die Einheit weitergebe. Also er war ein amerikanischer Soldat, sie waren in der Türkei stationiert und er wollte dann intern das weitergeben, damit es da zu einem Anschlag und zu einem Konflikt kommt. Finde ich interessant, sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend hier. Ich muss noch das erwähnen, bevor wir wirklich weitermachen. Ich hatte ja jetzt viel geredet und vieles auch ein bisschen durcheinandergeraten im Sinne von, ich war ja Mitglied in mehreren Orden, das heißt, ich habe mal ein bisschen von dem gequatscht, ein bisschen von dem. Aber wir müssen tatsächlich unterscheiden zwischen zwei Linien. Einmal denjenigen, die diese Agenda unterstützen, die hier läuft, also quasi die sagen, wir wollen eine neue Weltordnung. Da gibt es, das sind 99 Prozent aller satanischen Organisationen wollen diese neue Weltordnung, von denen alle reden. Was auch immer das sein mag, das stellen wir jetzt mal hier in den Raum, muss sich jeder selber beschäftigen. Und ein Prozent von Satanisten kämpfen gegen diese neue Weltordnung. Und das, dazu gehört eben dieser Ordnung und Engels, der gegen die neue Weltordnung kämpft und die haben auch keine Kabbalisten in ihren Gruppen. Ja, das ist ganz wichtig, weil die bekämpfen dieses System, das kabbalistische System. Und die bekämpfen auch genau wie der Islam, der radikale Islam, politischen Nennts, wie du willst, auch der bekämpft ja letztendlich diese neue Weltordnung, die durch die Juden und wie auch immer, das kennt man ja. Ja, was hat das mit diesem Bild auf sich? Genau, wir sehen ja hier auf der linken Seite, ein bisschen unkenntlich gemacht, eine Schrift von Mayed, von David Mayed, wo er quasi, ja, eine Schrift, die Signifikanz der Taliban für die Muslime der Umar, ja, das hat er geschrieben, das ist eine Leitschrift, die kann man sich auch im Internet runterladen, die gibt es auf der Seite vom CIA. Da kann man die sich runterladen und dann kann man sich durchlesen, ich habe mir das mal angeguckt, es ist jetzt nicht so krass, was da steht, aber immerhin, dass der Gründer oder der Mitbegründer eines sehr mächtigen, satanischen, weltumspannenden Netzwerkes gleichzeitig aber auch wiederum diese Taliban-Schriften verfasst oder verfasst hat. Das ist halt schon interessant. Und genau, dieser junge Mann, den wir auch auf dem anderen Bild sahen, da sehen wir wieder, also nochmal ein Zurück bitte, da sehen wir ja, da ist ja schon unten wieder dieses Symbol vom Older offenen Engels, was wir auch im ersten Bild hatten, dieser Stern, und dann sehen wir jemanden mit einem Sturmgewehr. Wenn wir jetzt aufs nächste Bild kommen, dann sehen wir, wie jemand ein Bild hochhält, auch wieder mit Sturmgewehr und so weiter, und dieses Bild hat eine besondere Bedeutung, denn das ist aus dem sogenannten Sinister-Tarot, das ist ein eigenes Tarot dieses Ordens und die Bedeutung können wir dann im nächsten Bild erforschen. Krieg heißt diese Karte, dieses Tarot, Krieg, Abatou, Abatou ist die Wesenheit, die damit in Verbindung steht, die man auch beschwört, während man sich dann in einer Kriegshandlung befindet, und hier habe ich mal so ein paar Stichworte rausgearbeitet und ins Deutsch übersetzt, ja, es steht dann für Konflikt, das Aufeinanderprallen von Visionen und Schicksalen, die Härte, die durch die Folgen von Handlungen auferlegt wird, aber durch das Leiden, das ein solches Streben mit sich bringt, können Weisheit und das Schicksal erlangt werden. Das Bewusstsein für die Faktoren und die harten praktischen Realitäten des Sterbens, Traurigkeit und Weisheit, Kreativität durch Verlust. Das heißt, in diesem Grad und auch in dieser Arbeit, das ist eine sogenannte Pfadarbeit, die hier gemacht wurde, in dieser Pfadarbeit soll man in eine Kriegssituation gehen. Man soll sich also in eine lebensgefährliche Kriegssituation begeben, um daraus als der Stärkere wieder zu erwachsen. Man soll töten oder getötet werden. Da zitierst du ja fast aus dem Koran, wo Allah sagt über die Gläubigen, sie töten und werden getötet. Das ist sehr interessant, sie töten und werden getötet, sagt dieser Gott Allah zu seinen Gläubigen. Und wenn man das Bild davor dann nochmal sieht, dann wird einem bewusst, der Typ, der da steht, der macht da keine Späße. Der steht da mit einem scharfen Sturmgewehr. Wir wissen nicht, in welcher Situation er da war, aber er befindet sich sehr wahrscheinlich innerhalb dieser Kriegssituation und das deshalb, weil er diese Lehren seines Ordens sehr ernst nimmt. Da haben wir das nächste Bild und da sehen wir unten schon so ein Arrangement mit Waffen und Hülsen und sowas. Das heißt, da ist irgendwer am Schießstand oder so und übt irgendwie das Schießen. Und daneben sehen wir ein kleines Bild und auch ein Symbol. Und dieses Symbol, das Symbol, das ist das Symbol von Azanigin. Und das ist auch wieder so eine Wesenheit. Es geht ja auch um Geistwesen, um Dämonen und so weiter. Und das steht in Verbindung mit Wirt. Und Wirt ist das persönliche Schicksal. Das heißt also, und da lesen wir jetzt in Bezug darauf, das, was jenseits des persönlichen Schicksals liegt, das, was sich durch die Durchführung oder Provokation von Handlungen ausdrückt, die in ihrer Gestaltung langfristige Ziele über den ursächlichen Tod eines Individuums hinausreichen. Handlungen, die ein neues Eon einleiten, die kausale Natur, die durch das Wesen der Dinge diktiert wird, Schicksal. Das heißt, und das muss man wissen, Wirt ist die Bezeichnung innerhalb dieses Ordens für Schicksal. Und es gibt eine Stelle auch innerhalb den Schriften, wo drin steht, du wirst wissen, ob es dein Schicksal ist, ein Attentäter zu sein. Es gibt den geborenen Attentäter und es gibt aber auch Leute, die andere Wege gehen müssen, weil sie für etwas anderes bestimmt sind, ein anderes Schicksal haben. Aber es ist so, dass auch immer wieder Leute dafür begeistert werden können, eben Attentäter zu werden. Und das ist genau der Punkt, aber da kommen wir später auch noch zu, bei den anderen Punkten, aber hier sieht man auch schon. Und das ist jetzt auch sehr, genau, das können wir weitermachen, das ist natürlich auch sehr jetzt, das ist auch wieder eine der Schriften, vielleicht möchtest du mal wieder vorlesen? Für uns ist das Ausmerzen eine natürliche Tatsache des Lebens, wie wir leben oder wie wir leben wollen. Natürlich gibt es verschiedene Arten der Ausmerzung von Normalsterblichen. jede Ausmerzung findet in einer satanischen Zeremonie oder einem satanischen Ritual statt oder muss dort stattfinden. Obwohl das natürlich eine große Quelle satanischer Freude ist. Eine gute Art der Ausmerzung ist der Krieg. Eine andere Art ist das Schüren religiöser und politischer Konflikte. Eine weitere sind Aufstände, Revolutionen, Attentate und so weiter. In der Tat bietet jedes Mittel des Konflikts Gelegenheit zur Ausmerzung. Gelegenheiten für diejenigen mit satanischem Charakter das Unkraut auszurotten und die überschüssige Bevölkerung der Normalsterblichen zu reduzieren. Ein anderer persönlicherer Weg und ein gutes Mittel zur Entwicklung des satanischen Charakters sind Unfälle und so weit. Es ist quasi im Interesse des Satanismus möglichst viele Konflikte, Blutvergießen, Krieg und ich würde sagen, da spielt der Islam ja heutzutage eine große Rolle, weil ich meine, schaut ihr die islamische Welt an, schaut ihr die Anschläge im Westen an oder auf der ganzen Welt, also das ist komplett im Interesse quasi der satanistischen Ideologie. Ja, absolut. Also deutlicher kann es ja gar nicht mehr sein. Und man sieht ja da auch dann die Parallele zum radikalen Islam. Ja. So, jetzt haben wir hier wieder einen mit der Flagge und interessanterweise sieht man mit der Flagge das ONA, also mit dem Symbol und dann sieht man auf dem Laptop von dem jungen Herrn, wahrscheinlich ist es ein Herr, sieht man diese zwei Twin Towers, die da brennen. Sie feiern solche Anschläge. Ich meine, überleg mal jetzt, allein jetzt so, gibt es jetzt auch viele, die jetzt sagen, ja, war jetzt nicht so offizielle Version, ist ja letztendlich egal, auf jeden Fall ist es ein Anschlag und es sterben tausende Menschen und die ganze Welt blickt drauf, als Konsequenz startet der Afghanistan-Krieg, Irak-Krieg, überleg mal allein, wie viel Menschen sterben, wie viel Blut vergossen wird, wie viele Konflikte, die bis heute nicht gelöst sind, etc. Also das ist natürlich auch im Interesse. Genau. Und jetzt sehen wir hier diesen Herrn mit dieser Maske. Diese Maske werden wir noch öfter sehen. Und da werde ich auch was zu erzählen, was es damit aus sich hat. Die Maske ist doch sehr beliebt, die tragen doch heute voll viele so auch. Ja, aber das ist halt auch ein Zeichen. Doch, doch. In Ukraine habe ich, ich glaube, weiß nicht, wer, ob Wagner oder Ukrainer, keine Ahnung, auf beiden Seiten. Ja, das mag alles sein, aber das ist definitiv, ist das einer bestimmten Gruppe zuzuordnen, die alle damit rumlaufen. Und die haben natürlich dann auch explizite satanische Symbole noch irgendwo auf den Jacken. Oder eben wie der andere Kollege gerade eben die ONA-Flagge. Ja, und hier haben wir dann für den letzten langen Kampf, der bald kommen wird. Das ist halt auch wieder so. Es wird halt auch wieder davon berichtet, es gibt einen Endkampf, also wir gegen die Niedrigen, gegen die Mundanen, die Unwissenden, ein Kampf gegen den Normalsterblichen, gegen die Uneingeweihten. Ja. Ja, und das ist natürlich auch wieder, da siehst du wieder einen mit so einer Maske und die stehen gerade vor einem KZ, ja, und er erhebt jetzt, jetzt sieht man schon die erste Verbindung zum Islam, erhebt den Finger, also er zeigt nach oben, was ja auch eine Geste ist, Irfan, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus, was kannst du dazu sagen? Ja, also ganz klar, das ist ja, das sehen wir auch so viel, da gab es ja auch zum Beispiel Nancy Faeser mit den Verfassungsschülern, ja, die dann auch diese Geste machen, so richtig bekannt wurde die Geste ja auch sehr stark durch den IS, wo die Leute sich dann gewundert haben oder gefragt haben, auch in den Mainstream-Medien, warte mal, warum machen die immer so? Und das ist auch natürlich ein, das wird auch immer so versucht zu relativieren, dass man sagt, ja, das symbolisiert den einen Gott, Allah und im Gebet in einer bestimmten Position hebt man auch den Zeichen, das mag ja alles sein, aber für was steht dieses Symbol heute? Das ist so, wie wenn du sagst, ja, ich benutze das Hakenkreuz, weil ursprünglich hatte das ja eine ganz andere Bedeutung, die Bedeutung heute ist ganz klar und es ist quasi ein Erkennungsmerkmal oder Erkennungsgruß unter radikalen Moslems. Genau, würde ich auch sagen. Ja, und da kommen wir jetzt zu der nächsten Gruppe. Ihr habt nämlich schon auch in den vorherigen Bildern ist dieses Symbol einmal kurz aufgetaucht, nämlich auf der Jacke des einen Kollegen. Das ist das Symbol vom Temple of Blood und der Temple of Blood ist eine sogenannte Splitterorganisation des Order of Non-Engels und es ist halt so, dass eben Leute, die eben in diesem Orden sind, also im ONA, die sollen auch andere Organisation gründen und auch extremistische Gruppen sollen sie gründen. Das heißt also, irgendwann kommt der Punkt, wo sie dir sagen, du musst jetzt eine extremistische Gruppierung ins Leben rufen oder unterwandern und übernehmen. Und dieser Temple of Blood, den wir hier sehen, da werden wir gleich noch mehr sehen, da sehen wir auch eine Schrift von denen, genau da ist das nämlich her, das Foto für das Buch, die sind dann schon ein bisschen extremer wieder unterwegs, da geht es dann schon in Richtung Terror. Das heißt also, da ist diese Nähe zum radikalen Islam dann schon viel näher und auch hier sehen wir dann auch wieder Leute, da ganz links sehen wir einen vom Temple of Blood, in der Mitte sehen wir dann die Atomwaffendivision und das sind alles Gruppen, die aus dem Umkreis oder aus dem Ordofflern Engels entstanden sind, die als äußere Terrorgruppen ins Leben gerufen worden sind, um eben Terror in der Welt auszuüben. Ich wusste gar nicht, dass mit dieser Atomwaffendivision, da gibt es glaube ich auch bei Spiegel TV, also das wurde ja immer sehr stark berichtet, so von den deutschen Mainstream-Medien, das hieß halt immer, ja, rechtsextreme Terrororganisation, aber ich wusste, das hat alles seinen Ursprung in den satanischen Strukturen, über die ich gerade geredet habe und das ist auch sehr gut nachvollziehbar, weil man ja eben auch sieht, mit wen die so zusammenstehen, deswegen habe ich ja extra diese Fotos ausgewählt, damit man sieht, aha, die haben die gleichen Symboliken und stehen mit Satanisten zusammen und es geht zueinander über, es ist so ein fließender Übergang, also es wird ja noch mehr, es kommt noch mehr. Da sehen wir noch mal, wie gefährlich diese Leute auch sind, ja, das heißt also, die haben Waffen und die sind auch bereit, diese Waffen einzusetzen und ich finde, die machen eigentlich keinen Unterschied zu diesen radikalen Moslems, die man sonst so sieht, ja, ich sehe da wenig Unterschied, ne? Und das, woher kommt das, dieses Propaganda? Das ist jetzt Propaganda aus diesen Kreisen, das heißt, das sind so Bilder, die die irgendwann mal verbreitet haben. Also sie feiern Bin Laden hier. Sie feiern zum Beispiel Bin Laden, aber das ist teilweise auch alles ein bisschen, wird wild gemixt miteinander, man sieht ja Bin Laden, hat so ein Hakenkreuz im Auge, also es wird, viele Extremismen werden miteinander verbunden und das wollte ich einfach mal zeigen nur, dass das eben, wie das so aussieht, da sieht man wieder, ne, die Maske, da oben, Atomwaffenvideo und dann dieser Finger, da hast es dann noch mal, noch deutlicher mit der... Mit IS-Flagge. Genau. Also da sieht man dann schon, das ist da eine sehr, und da siehst du auch oben, da habe ich da ein bisschen unkenntlich gemacht, da steht aber noch Nexion. So, Nexion ist immer ein Tempel des ONA. Das heißt also, ein Nexion ist immer eine Splittergruppe oder ein Tempel vom ONA. Und das zeigt eben auch, dass die Leute aus dem ONA entstanden sind. Also ich meine, ich weiß es sowieso, aber so von außen kann man es eben auch herausfinden, wenn man diesen Hinweisen folgt. Nur viele wissen das halt einfach nicht, ne. So, das ist auch interessant, was man hier sieht, jetzt White Dschihad, das ist auch, ja, das ist halt echt, da sieht man auch wieder diese Nähe halt auch zum, ja, radikalen Islam, ne, die hier bewusst gewählt wird, wo so eine bewusste Verbindung hergestellt wird, weil man sich denen verbunden fühlt. Ich will zuvorlesen. Okay, das sind also Ausschnitte aus diesem Buch, Ratschläge quasi, was man machen soll. Vielleicht stelle ich vorher noch was dazu. Ja, klar. Und zwar diese sogenannte Inside Role oder Ionic Inside Role, also eine ionische Einsichtsrolle. Ich weiß, ein bisschen stockig übersetzt von mir, aber, ja, es geht halt darum, dass du ab einem bestimmten Zeitpunkt eine Rolle annimmst, also eine Inside Role, in irgendeiner extremistischen Gruppe. Und hier sind jetzt so ein paar Vorschläge, das ist quasi für eine Gratarbeit. Das heißt, wenn du in diesem Orden bist, musst du das tun, damit du weiterkommst. Ja, das heißt, es ist also etwas, dem du dich nicht entziehen kannst, wenn du in diesem Orden aufsteigen willst. So, und das sind sozusagen die Instruktionen, das sind die internen Instruktionen, die man so bekommt. Ja, klar, solche Sachen kannst du dir auch von irgendwelchen Seiten runterziehen oder aus dem Darknet ziehen und so weiter, aber wir machen das jetzt hier mal öffentlich. Und genau, im Folgenden finden Sie einige Vorschläge für ironische Einsichtsrollen, die auf der Kenntnis der unheilvollen Dialektik und der Situation zum Zeitpunkt des, der Abfassung des Textes beruhen. Einige dieser vorgeschlagenen Insight-Roles sind relativ einfach. Andere sind besonders schwierig und gefährlich und daher nur für die mutigsten und finstersten Personen geeignet. So, jetzt gibt es Nummer eins. Schließen Sie sich einer verdeckten, ausständischen politischen Organisation an oder gründen Sie eine solche. Entweder der sogenannten extremen Linken oder der extremen Rechten, deren erklärtes Ziel es ist, den derzeitigen westlichen Status quo mit praktischen, revolutionären Mitteln zu untergraben. Oder zweitens, übernehmen Sie die Rolle eines Attentäters und wählen Sie diejenigen als Ihre Opfer aus, welche die ZOK, damit sind diese zionistischen Organisationen gemeint, also man geht ja, da ginge man von aus, dass der Zionismus sozusagen eine geheime Regierung hat, die alle anderen Regierungen beherrscht. Also welche die ZOK, die NWO, also die New World Order und das System öffentlich unterstützen oder ihnen helfen. Oder drittens, konvertieren Sie zum Islam, herzlichen Glückwunsch, und unterstützen Sie diejenigen, die den Dschihad gegen den Zionismus und die NWO führen, durch Worte oder Taten oder beides. So, dann gibt es natürlich noch andere Sachen, aber soweit würde ich nicht gehen, weil es geht ja hier nur um den Islam und Satanismus. Aber daran sieht man schon, es ist also Teil eines Grades, einer Arbeit, eine Rolle anzunehmen. Und eben, ja, man kann eben auch dann zum Islamisten werden, zum Moslem, der dann eben in den Dschihad zieht. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant. Ich frage mich halt, wie viele von denen setzen sowas um? Ja, wie viele machen das dann? Ich meine, wir haben ja wirklich, wir haben ja Tausende, die zum Islam konvertieren. Und man muss schon sagen, ohne jetzt, ohne diesen bekannten Leuten jetzt vorzuwerfen, Satanisten zu sein, aber wir haben schon auch führende Köpfe in der islamistischen Szene in Deutschland, die Konvertierten sind. Ja, jeder kennt ein Pian Vogel, ein Marcel Krass und viele, viele andere. Und was mir, als ich das gelesen habe, automatisch eingefallen ist, ist so ein IS-Typ, ja, so ein IS-Typ und wo der Jürgen Todenhöfer da war, ich habe das Video rausgesucht, wo der Jürgen Todenhöfer da war bei ihm. Und das ist mir so automatisch in den Kopf gekommen, weil der Todenhöfer fragt ihn, ja, was passiert mit den Nicht-Muslimen? Und er sagt, ja, die Juden und Christen können bei uns leben. Und dann sagt der Todenhöfer, ja, aber was passiert jetzt zum Beispiel mit Schiiten oder Hindus oder Buddhisten? Ja, die bringen wir um. Und dann sagt er irgendwie, ja, aber das sind 150 Millionen Menschen. Dann sagt er, ja, dann bringen wir halt 150 Millionen, schauen wir uns das mal an. Ja, die reden auf Deutsch, ich habe es jetzt nur auf Englisch gefunden, auf jeden Fall. Ja, also was, wenn die 150 Millionen Schiiten, die es gibt, sich verweigern quasi zu konvertieren? Ja, wir töten 150 Millionen, 200 Millionen, 500 Millionen. Uns interessiert die Nummer nicht. Uns ist die Anzahl egal. Uns ist die Anzahl egal, sagt er hier auch. Das finde ich interessant, ohne jetzt zu wissen, was mit dem ist, aber ein Deutscher geht zur gefährlichsten Terrororganisation, zum IS und spricht hier über Massenmord, über die Tötung von 100, 200, 300 oder bis zu 500 oder egal wie viel Millionen Menschen. Also auch wenn der jetzt kein richtiger Satanist ist, ist das ja schon an sich satanisch. Anders kann man das ja nicht bezeichnen, die Tötung von hunderten Millionen Menschen. Das ist ja nichts im Vergleich, keine Ahnung, wenn man jetzt Zweiter Weltkrieg oder Holocaust oder sowas denkt, das ist ja absoluter Wahnsinn. An dem musste ich denken, als ich das gelesen habe. Ja, das kann gut sein, dass es immer wieder welche gibt, gerade so weiße Konvertiten, die dann vielleicht auch manchmal so einen Hintergrund eben haben. Kann man nicht ausschließen. Wie gesagt, kann man nicht ausschließen und das wird auch kaum untersucht, als ob die Polizei jetzt da untersucht. Ja, was war der vorher? Also ich sage, der ist eh irgendwie besessen oder hat dieses satanische Böse in sich. Sowieso, ob er jetzt überzeugt war oder nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen, wenn man jetzt hört, weil das ist ja genau das, wie auch hier in diesem einen Text da vorhin. Es geht darum, die Menschheit auszumerzen, die Bevölkerungsanzahl zu reduzieren und so weiter. Und ich meine damit, es passt perfekt in ihre Agenda, dieser geplante Massenmord hier. Was interessiert sich? Genau, das habe ich deshalb mit reingenommen, weil ja auch dieses Köpfen, immer irgendwie dieses Enthaupten, auch im Islam, eine gewisse Rolle spielt. Habe ich da recht? Das ist doch irgendwie so. Da gibt es ja irgendwas. Ja, interessant. Ja? Und deswegen auch das spielt im Satanismus, im traditionellen Satanismus, spielt dieses Enthaupten eine sehr, sehr große Rolle. Es hat also einen religiösen Charakter. Und das Bild, was wir hier sehen, das ist aus dem ONA. Also es gibt halt so verschiedene Grafiken und Bilder, die immer wieder auftauchen. Es gibt ja auch so Tarotkarten aus dem ONA und die sehen dann so aus. Das ist jetzt mal so ein Bild aus dem ONA. Und was wir hier sehen, ist eine Darstellung von Baphomet, so wie ihn der Orden sieht. Also so wie Baphomet von dem Orden gesehen wird. Hat Baphomet irgendwas mit Mohammed? Da gibt es ja die Theorie, dass Baphomet irgendwie abgeleifelt wird von Mohammed. Ja, ja, genau. Das ist so weit weg. Weiß ich nicht, ob das so weit weg ist. Es kann durchaus sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Baphomet gilt als dunkle Göttin, ein unheimliches weibliches Wesen, die Herrin oder Mutter des Blutes. Der Überlieferung zufolge wird sie als schöne, reife Frau dargestellt, die von oben bis unten nackt ist und in ihrer Hand den abgetrennten Kopf eines Mannes hält. Gut, hier hat sie Kleidung an. Sie wurde als eine Manifestation eines der dunklen Götter, der Braut und Mutter Satans angesehen. Und es gibt Riten zur Anwesenheit Baphomets in unserem Kausalkontinuum. Esoterisch wird diese Tradition, dieses Prinzip im Archetyp der Meisterin und in der akausalen Form der akausalen Entität Baphomet ausgedrückt. Der dunklen Göttin der esoterischen Tradition, der ONA. Der Opfer dargebracht wurden und werden. Das ist ganz wichtig. Der ONA, also ich habe ja die ONA, weiß ich auch nicht, warum ich das so scheiß übersetzt habe. Der ONA verachtet Tieropfer, da sie der Meinung sind, dass es angesichts der Fülle menschlicher Abfälle viel besser ist, geeignete Normalsterbliche zu opfern. Also da haben wir den ersten Unterschied, oder? Dass ja der Islam ja schon Tieropfer bringt und der ONA. Daran habe ich auch gedacht, wegen Opfer, als ich diese Doku Höllenleben angeschaut habe, da ging es die ganze Zeit um Opfer, Opfer, Tieropfer, Tieropfer. Da habe ich mir gedacht, warte mal, was passiert beim islamischen Opferfest? Es werden Hunde, okay, auch die Juden haben Schächten und so weiter, aber beim islamischen Opferfest, was passiert da? Es werden wirklich hunderttausende Tiere an einem Tag geschichtet, rituell geschlachtet. Ich war auch selbst mal bei so einer Schächtung dabei. Ihnen wird die Kehle durchgeschlitzt, das Blut, sie werden quasi aus, die Tiere bluten dann aus und es ist, es hat was Rituelles. Es geht nicht darum, die Leute brauchen Fleisch, sondern es ist ein Ritual und das ist für mich ein großer Unterschied. Menschen haben immer schon Fleisch gegessen und so weiter. Ich habe, ich esse auch Fleisch. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, die Art und Weise, man feiert. Oh, es gibt heute was zum Feiern, Opferfest, die ganze Familie, man geht zusammen, auch die Jungs, Kinder mit dabei und dann gehen sie in diese Schlachthöfe und dann kommt der Vater, warm, schlitzt hier im Namen Allahs dem Tier die Kehle durch und es zappelt rum, verblutet und so weiter. Und das passiert mit wahrscheinlich Millionen Tieren, wenn du jetzt alles zusammenzählst. Wenn Millionen Muslime, dann kannst du ja ausrechnen, wie viel. Also Millionen Tiere weltweit, die an einem bestimmten Tag rituell geschlachtet werden. Und da gibt es ja auch grausame Szenen, gerade aus der islamischen Welt, wo sie irgendwie so ein Rind jagen, umschmeißen, drauf treten, mitten auf der Straße. Also wo Flüsse, Flüsse von Blut durch die Straßen fließen, weil so viele Tiere geschlachtet wurden, dass es schon flutartige, Flüsse, ja, flutartig, das Blut die Straße. Also das ist für mich, das hat so ein starke, so was starkes Satanistisches, das muss ich dran denken. Das ist genau der Punkt. Das ist der Punkt. Es gibt diese Satanisten, die Blutopfer auch mit Tieren machen. Und das ist halt so, ich habe das deshalb auch mit reingenommen, weil das ein besonderer Unterschied ist zu den ganzen anderen satanischen Organisationen, der halt irgendwie bemerkenswert ist, dass sie halt sagen, so in die Tieropfer verachten wir, da haben wir gar nichts mit zu tun. Aber es gibt so viel menschlichen Abfall, dass es besser ist, Normalsterbliche zu opfern. Also es ist halt, es ist im Grunde genommen genauso heftig, aber es ist trotzdem ein Unterschied. Und das ist das, warum ich das mit reingenommen habe. Es gibt natürlich auch, wie gesagt, der Temple of the Blacklight und auch andere Gruppen, die opfern Tiere, ganz klar. Genau. Und das hier, das ist nämlich interessant in Bezug auf diesen Kopfkult, dieses Kopfabschneiden. Das steht in Englisch, ich habe das hier übersetzt, dein Schädel ziert einen Pfahl, deine Knochen werden zu Kunst gemacht. So, unten sehen wir dann da so ein Hakenkreuz mit Stöckern oder Knochen oder was auch immer und irgendwie ein bisschen Asche oder sowas. Und dann sehen wir da diesen verrotteten, toten Kopf, der in diesem Fall definitiv echt sein wird, mit irgendwelchen Haaren, die da drüber sind. Ja. Und das kann durchaus alles echt sein, was wir hier sehen. Und es kann durchaus auch im Rahmen eines Rituals stattgefunden haben. Das ist aber nicht hundertprozentig zu verifizieren, ob das wirklich so ist. Aber dieses Kopfabschneiden hatte ich ja schon am Anfang der Sendung auch gesagt, es gibt diesen besagten Retos, wo jeder Tempel eigentlich alle 17 Jahre ein männliches Menschenopfer bringen muss und wo dann eben die Priesterin diesem auserwählten Mann den Kopf abschneidet. Ja, finde ich interessant. Ich meine, woher kennen wir Kopfabschneiden, Enthauptungen? Kennen wir ja hauptsächlich von muslimischen Terrororganisationen, die das mit Europäern, mit Geiseln gemacht haben. Ja, zum Beispiel jetzt auch irgendwie so mexikanische Kartelle oder sowas. Da ist das auch wahrscheinlich von den, wie heißen diese indigenen Völker, Mayas und so weiter, die hatten ja auch sowas wie Kopfabschneiden. Aber bei denen gab es doch auch so lauter so Magie und Dämonen und Okkultes und so weiter bei diesen südamerikanischen Indigen. Ja, genau. Hier haben wir nochmal ein Bild, da sieht man auch wieder, ich weiß nicht, ob wieder das Siegel vom Ohrlaufenen Engels. Das ist auch wieder so ein Propagandabild, was so im Internet kursierte. Ja, was auch wieder, also auch da sieht man wieder, da ist diese Verbindung, das wird immer gerne, die Nähe wird sehr gerne gesucht. Ja, und das islamische Glaubensbekenntnis. Genau. Hier haben wir ein Buch vom Ohrlaufenen Engels und dann sieht man da drunter so eine US-Army-Uniform. Ja, ist auch sehr interessant, weil dann, wenn wir zum nächsten Bild kommen, wird das Ganze etwas klarer. So, vielleicht magst du mal wieder vorlesen. Meine kürzlich aus dem Gefängnis entlassener Neonazi-Anführer wird beschuldigt mit einer Frau, die ja während der Welt gelernt hat, einen Anschlag auf das Stromnetz von Maryland geplant zu haben. Also sie wollten quasi, also durch Schüsse auf zwei Umspannwerke in North Carolina waren im Dezember mehrere Tage lang ohne Strom, 45.000 Menschen. Ja, sie haben also die elektrische Infrastruktur angegriffen. Also klassischer Terror, klassischer Terrorinfrastruktur. Also genau das. Und schau, ich kenne ja die ganzen islamischen Handbücher von Al-Qaida IS und genau das ist das Ziel. Chaos stiften. Chaos, damit aus dem Chaos wieder eine neue Ordnung oder Ordnung entsteht. So heißt es sogar wörtlich. Und auch das haben wir ja auch genau, dieses Prinzip sehen wir ja auch da, dass man eben dieses Chaos, dass man Unschuldige tötet, dass man die Infrastruktur angreift, dass man einfach die Welt ins Chaos stürzt. Und auf diesen Trümmern soll dann eine neue islamische Weltordnung in Form des Kalifats quasi entstehen. Also es ist natürlich eine andere Ideologie, aber die Mechanismen, die Art und Weise dieses Befürworten von Chaos und Tod und Zerstörung und so weiter, das sind eindeutige Parallelen auch. Genau. Und die Satanisten oder die traditionellen Satanisten wollen eben ein satanisches Reich errichten, nachdem sie alles ins Chaos gestürzt haben. Also es ist halt auch wieder total identisch. Und da ist halt die Frage, ist so ein islamisches Kalifat, wo nur Juden und Christen, aber auch als Bürger zweiter Klasse leben können und alle anderen Menschen ausgerottet werden. Ausgerottet. Ist das nicht ein satanisches Reich? Ja, wo quasi der Massenmord an hunderten Millionen von Menschen oder Milliarden von Menschen, wenn jetzt weltweit dieses Kalifat sich ausbreiten würde, das kann man ja guten Gewissens auch als ein satanisches Reich, eine andere mit anderer Facette, eine religiöse Tarnung oder was heißt Tarnung? Ja, der Islam ist Wirklichkeit, aber mit dieser Begründung und so weiter. Aber da kommen wir auch auf den Ursprung zurück, was ich ja auch schon öfters erwähnt habe. Von wem bekam Mohammed die Offenbarung? Und die Art und Weise, wie er sie bekam, dass er gewürgt wurde vom Engel, dass er Todesangst hatte, dass er Selbstmord begehen wollte und so weiter, sind für mich und für viele logisch denkende Menschen ja auch schon so Anzeichen, wo man sagt, ja, es kann gut sein, dass es was Übernatürliches war, aber vielleicht war es halt nicht der Gott oder Allah oder wie er gedacht hat, sondern es war eine dämonische oder sonstige Kraft, die ihm das eingeflüstert hat. Wenn man das liest, natürlich sieht man, es ist etwas Übermenschliches da passiert mit Mohammed. Ich würde Mohammed auch nicht als so klassischen Hochstapler abstellen, weil überleg mal, Mohammed, und das ist ja ein Argument der Muslime, die sagen, und es gibt über eine Milliarde, wir wurden zum Weltreich. Welcher Hochstapler hat es geschafft, so eine Macht quasi anzuhäufen, beziehungsweise sowas, eine ganze Religion zu stiften, die heute als einer der drei monotheistischen Religionen gilt. Und deswegen würde ich Mohammed da nicht unterschätzen, einfach sagen, ja, er war ein Hochstapler, das ist ja etwas, was ihm da gehört. Aber das ist eine logische Erklärung. Es gibt tatsächlich, mir fallen gerade noch ein paar Sachen ein, die den Islam noch näher an den Satanismus rücken. Ich hatte dir nämlich noch ein Bild geschickt über Telegram mit den 666 und dem Namen. Vielleicht kannst du das doch mal eingehen. Genau, 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 genau. Weil das ist auch eigentlich sehr interessant. Das ist natürlich wieder so eine Sache, das kann man da reininterpretieren. Das ist jetzt, das ist so ein bisschen Spielerei auch, aber vielleicht ist ja was dran. Wir wissen es nicht. Also, wie gesagt, man muss ja nicht gleich hier mit Wahrheitsanspruch das ist, sondern einfach mal in den Raum werfen und jeder kann ja da entscheiden. Das ist ein sehr interessantes Bild. Glaubwürdig, dass er das hält. Ja. Ich gucke so lange mal in den Chat. Ja, ich blende es jetzt ein, ich bin jetzt schon fertig. Man muss das immer als PDF. Ja, okay. So, jetzt. Noch sehe ich nichts. Über 1000 Leute online. Ah, ja, ja. Genau, jetzt. Ich meine, das ist schon krass. Oben den Namen von Allah und unten die griechische Zahl 666 aus der Bibel. Was sagst du, wenn du das so siehst? Wer hat mir das gezeigt? Ich glaube, Denk oder Violetta oder sowas haben wir das auch schon mal. Also, schau, ich kann ja Arabisch lesen. Ich kann Arabisch lesen. Und das ist auf jeden Fall richtig. Das auf Arabisch oben ist Allah. Das erste da oben ist wahrscheinlich dieses Elif, also dieser Buchstabe Elif. Und das mit den zwei Schwertern weiß ich jetzt nicht genau. Aber das in der Mitte ist auf Arabisch eindeutig, hundertprozentig Allah. Auf Arabisch. Wenn du, wenn du das so siehst, was, wie, wie, also was macht das mit dir? Siehst du eine, ich kann, also dieses Allah ist eindeutig. Wenn das das ist, dieses Greek number 666, das ist nicht, nicht ident, nicht ähnlich, sondern exakt, exakt eigentlich. Okay, vielleicht nicht, aber sagen wir 95 Prozent. Ja, und das macht auf jeden Fall durchaus Sinn. Es ist korrekt auf Arabisch und anscheinend auch so. Und ich kenne das von ein paar Christen, haben mir das schon gezeigt. Also, das fand ich halt interessant. Das ist so eine Spielerei, wie gesagt. Da muss jeder selber schauen, was er davon hält. Aber es gibt ja noch eine andere, was anderes Interessantes. Und zwar im Islam, das habe ich rausgefunden, da kennst du dich auch aus mit viel besser als ich. Da gibt es diesen, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, dieses Erdtier. Das ist ein Zeichen des jüngsten Tages im Islam, wie es auftaucht, nachdem das Vorzeichen der aufgehenden Sonne im Westen eingetroffen ist. Im Koran wird dieses Tier in Surah 27, Vers 82 erwähnt. Und wenn der Spruch über sie ergeht, werden wir ein Tier aus der Erde hervorbringen, das zu ihnen spricht. Denn unseren Zeichen trauen die Menschen bis dahin nicht oder trauten die Menschen bis dahin nicht. Und interessanterweise gibt es ja in der Bibel, in der Offenbarung, auch ein Tier, ein zweites Tier aus der Erde, nämlich den falschen Propheten. Und da heißt es dann, aus der Erde sah ich dann ein anderes Tier aufsteigen. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drachen. Dieses Tier übte dieselbe Macht aus wie das Erste und erhielt von ihm seine Aufträge. Es brachte alle Bewohner der Erde dazu, das Erste Tier, dessen tödliche Wunde geheilt war, zu verehren und anzubeten. So, und später kommt das ja auch, wo dieses Tier dann, dieses zweite Tier, dann die Menschen dazu bringt, das Zeichen des Tieres an der Stirn oder auf dem Handrücken zu machen, auf der Hand zu machen. Also es ist nicht der Dajjal, es gibt jetzt verschiedene Phänomene. Es gibt einmal den islamischen Dajjal, das ist der quasi der Antichrist. Und auch da gibt es auch interessante Döppert. Ja genau, das wollte ich gerade erklären. Also es gibt zwei verschiedene. Es gibt den Antichristen, der kommt und auf dem seine Stirn quasi steht, dass er ein Ungläubiger ist, angeblich. Und da kenne ich das aus christlichen Kreisen und auch Büchern, die ich gelesen habe, die das vergleichen und dass es genau umgekehrt ist. Dass quasi der islamische Mehdi, der Mahdi, der quasi den Antichristen bekämpft, laut biblischer Beschreibung der Antichrist selbst ist. Also sagen wir diese satanische Umkehrung. Der große Retter ist nicht der große Retter, sondern die Gefahr, der Antichrist. Und das mit dem Tier, das ist nochmal ein eigenes Phänomen in der islamischen, wie sagt man, Endzeitmythologie. Das wird nicht näher beschrieben. Es wird einfach als Tier beschrieben, dem Macht gegeben wird. Und das wird die Menschen versuchen. Das wird die Menschen in Versuchung führen. Und das habe ich mich immer gefragt, weil ich immer relativ wenig in den islamischen Quellen über dieses Tier, oder wie du es auf Arabisch hier gesagt hast, Dabert al-Art, die Erde, also das Tier aus der Erde. Es wird nur als das Tier aus der Erde bezeichnet. Und da findet man relativ wenig in den islamischen Quellen. Auf jeden Fall ist es nur eine Erscheinung, laut islamischer Sicht, eine Erscheinung, um die Menschen zum Unglauben zu verführen quasi. Ja, aber das ist interessant, ne? Ja, auch sehr. Dieser Parallel zwischen Bibel und Koran. Ja. Aber das Ding ist ja, ich dachte halt, dass dieses Erdtier im Koran eher die Menschen zum Glauben führt. Und das Tier der Erde in der Bibel die Menschen zum Irrglauben führt. Davon war ich. Nicht, dass ich mich getäuscht habe, aber ich bin mir ziemlich sicher. Nein, ich glaube, das Tier soll die Muslime in Versuchung führen. Okay. Also es ist dann doch eher eine Erscheinung. Der Koran spielt mit solchen Sachen aus der Bibel und mit dem Antichrist und so weiter. Hier, ich habe es nochmal. Also, Dabert al-Art ist ein Zeichen des jüngsten Tages, welches auftaucht, nachdem das Vorzeichen der aufgehenden Sonne im Westen eingetroffen ist. Im Koran wird dieses Tier erwähnt, wenn der Spruch und so weiter, ja. Nach einem Hadith von Azubayr hat das Tier den Kopf eines Stiers, das Auge eines Schweins, das Ohr eines Elefanten, die Hörner eines Hirschs, den Hals eines Straußenvogels, die Brust eines Löwen, die Farbe eines Tigers, den Schwanz eines Schafsbocks, die Beine eines Kamels. Das Razi, also ein Koran-Kommentator, bemerkt dazu, dass viele Ausschmückungen der Kommentatoren keine Anhaltspunkte im Text haben und so weiter und so weiter. Für den, der erst mit dem Erblicken des Tieres sich zu Gott bekehrt, sei es zu spät, um Gnade zu finden. Denn dann wird er nicht mehr nur durch Glauben, sondern durch seine eigene Beachtung zu Gott finden. Religionsgeschichte hängt die Vorstellung mit den Mahlzeichen des Tieres zusammen. Ja, muss ich nochmal in den islamischen Quellen näher nachforschen. Das ist schon Ewigkeit näher, als ich darüber gelesen habe. Müsste mal nachforschen, ist aber auf jeden Fall schon mal sehr interessant in diesem ganzen Zusammenhang auch. Ja, ja. Ich fand es eben auch spannend, wie gesagt, dieser Name und dann diese Zahl im Altgriechischen. Das ist wirklich sehr interessant. Ja, aber das sind natürlich wieder so Glaubensangebote. Ja, da muss man sich halt beschäftigen und dann kann man sich so reindenken. Am Ende zählt aber wirklich, was tun die Leute, wie lassen sie sich inspirieren. Ich habe auch noch nicht mal was gegen Leute, die sagen, ich bin Satanist und ich mache das für mich. Solange diese Leute andere in Ruhe lassen und sie nicht verletzen oder irgendwas machen, was sie nicht wollen, sollen die Leute glauben, an was sie wollen. Mir ist das doch egal, wer an was glaubt, solange alle friedlich sind und versuchen, miteinander in irgendeiner Form auszukommen. Ja, aber das bleibt wahrscheinlich nur eine naive Vorstellung. Machen wir noch ein paar Fragen. Herbert Buber, vielen Dank. Bitte den Alex fragen. Meine Erfahrung ist, die vier Elixiere des Satans sind diese. Erstens Macht, Sex, Geld und Ruhm. Ich denke, diese Kategorie sind auch für den Islam sehr wichtig. Was denkt er, was du? Ich bin gleich zurück. Du kannst ja schon mal die Frage beantworten. Ja, natürlich, also Macht, Geld, Einfluss, all diese Dinge, die sind natürlich wichtig für den Satanismus. Weil der Satanismus arbeitet immer da, also arbeitet immer so, dass er die Dinge tut, die ihm am meisten Macht versprechen. Und dem Satanisten ist es egal, welche Werkzeuge er benutzt, aus welcher Kultur die stammen oder was auch immer. Es interessiert ihn nicht. Er benutzt einfach die stärksten Mittel, die er bekommen kann. Er benutzt die stärksten Waffen, an die er drankommt, um dann seinen Krieg zu führen. Um dann letztendlich auch Macht zu erlangen. Das heißt also, es ist ihm völlig egal, ob jemand, was für einen Hintergrund jemand hat. Oder, ja, es interessiert einen Satanisten nicht. Er will einfach nur Macht haben. Und Macht bedeutet am Ende auch Geld. Bedeutet am Ende auch Frauen oder Männer, je nach Präferenz. Und, ja, das ist es dann am Ende. Die Leute wollen einfach Macht über sich und auch über andere haben. Und alles andere ist dann Beiwerk. Genau. Okay. Dann nächste Frage, homosexueller Imam. Frage an Alexander. Kennst du die deutsche Band Mental Cruelty? Die Musik an sich ist top. Frage an beide. Die Band hat Merchandise mit brennenden Kirchen drauf. Dürften wir ein Pseudoband aufmachen und Merch mit brennenden Moscheen verkaufen? Nee, ich kenne die Band nicht. Aber dass jetzt brennende Kirchen irgendwo auf irgendwelchen Covern auftauchen, ist jetzt auch nichts Neues. Man kennt ja auch den Black Metal der Anfang 90er Jahre. Und auch die Band Bootsum, also Mark Wickernis hat auf seinen Covern in den 90er Jahren schon brennende Kirchen abgebildet, die er vermutlich sogar selber angezündet hat. Wofür er ja dann auch später plus Mord, den er begangen hat, wobei er sagt, es war eher Notwehr. Aber das stellen wir einfach in den Raum, das kann sich jeder selber aussuchen. Dafür wurde er einfach verurteilt und hat viele Jahre gesessen im Knast. Naja, und wie gesagt, eine dieser verbrannten Kirchen, die er sehr wahrscheinlich angezündet hat, die landet dann auch eben auf einen seiner Platten. Leon, was sagt Alex dazu, dass auch viele Hollywoodstars umgebracht und eingesperrt werden, die öffentlich über die satanischen Partys sprechen? Avicii, Tori Lannis, Isaac, Cappy und zu der Adrenochrom-Theorie. Naja, also es ist natürlich so, dass je nachdem, wie stark du, sag ich mal, irgendwelche interne ausplauderst, dann kannst du natürlich Probleme bekommen. Und gerade auch, in welchen Kreisen du dich befindest. Wenn du in einem äußeren Orden bist, dann werden sie dich wahrscheinlich nicht umbringen. Wenn du aber in einem wirklich innersten Orden bist, wo es wirklich sehr geheime Sachen, wo es um viel Macht geht, um viel Geld geht und noch ganz andere Dinge, und du dann da irgendwas ausplauderst, ja, dann kann es schon mal vorkommen, dass Leute entsorgt werden. Ja, da bin ich hundertprozentig von überzeugt, dass das so ist. Und der andere Weg ist, Leute als schwachsinnig dann zu diffamieren. Also wenn du irgendeine berühmte Persönlichkeit hast, die man jetzt nicht umbringen will, dann erklärt man die einfach für geistig schwachsinnig. Ja, ach, so ein Verschwörungsschwurbler, was auch immer. Und dann wird der gesellschaftlich durch die Medien eben als schwachsinnig erklärt. Und damit haben sie den dann auch außer Gefecht gesetzt, weil dem dann keiner mehr glaubt, außer irgendwelche Weltverschwörungstheoretiker. So einfach ist das. Jürgen Lusenski nochmal. Könnte der norddeutsche Pferderipper 1993 bis 2003 ein Satanist gewesen sein? Extrem verstörender Fall, nie aufgeklärt. Danke für die Arbeit. Habe ich gehört von dem Fall, aber da habe ich jetzt auch keine, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob der Satanist war oder was in dem Kopf so vorging. Aber da gibt es ja auch andere Mörder oder Serienkiller, die auch einen satanischen Bezug hatten, aber gar nicht Mitglied waren in irgendwelchen Orden, sondern einfach nur irgendwas im Internet gelesen haben, dann Filme gefahren haben und dann auf einer Psychose Leute umgebracht oder so. Was war mit diesem Ramirez eigentlich? Glaubst du, war der Mitglied oder war der auch nur so für sich? Ich glaube nicht, dass der irgendwo Mitglied war. Ich glaube tatsächlich einfach nur, dass der so seine Filme gefahren hat in seinem Kopf und dass der sich halt schon sehr stark für Satanismus interessiert hat. Ja, der hat ja auch die satanische Bibel irgendwie, wurde ja bei ihm gefunden und auch verschiedene andere Sachen in der Richtung. Und ich weiß nicht, ob von Crowley auch irgendwas, aber auf jeden Fall hat man da auch satanische Schrift gefunden. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es da genauere Hinweise gab auf irgendeinen satanischen Orden. Das ist aber tatsächlich bei den meisten dieser Serienkiller, findet man das nicht. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass auch die meisten Serienkiller auch sehr narzisstisch veranlagt waren oder sind. Und dass dieser Narzissmus verhindert, dass die sich überhaupt in einem Orden unterordnen. Genau. Das glaube ich auch. Ja, das stimmt. Und was machst du bei nächster Zeit so? Was machst du? Machst du YouTube-Videos, Aufklärung? Was machst du noch so? Genau. Ja, also hauptsächlich jetzt so nach außen mache ich eben diese Videos. Ja, privat arbeite ich halt, habe verschiedene Sachen, an denen ich arbeite. Das sind mehr so Internet-Business-Geschichten. Und ja, da rede ich jetzt offen eigentlich nie so beruflich, das trenne ich halt einfach. Ich habe so mein okkultes Ding, da habe ich mein Privatleben und was ich privat mache oder was ich arbeite. Warst du mal in den Mainstream-Medien so? Gab es da mal Interesse irgendwie? Es gab mal, das war aber noch zu Zeiten, wo ich Satanist war, da war ich relativ, da siehst du, das hätten wir auch mal einblenden können. Ich gucke mal eben, ob ich das noch finde, weil das wäre vielleicht auch nochmal interessant für die Menschen hier. Es gab mal einen Zeitungsbericht über mich. Da bin ich als Satanist in einen Konflikt geraten, wo es auch um einen bewaffneten Konflikt ging, wo ich ein Messer dabei hatte. Moment. Und da wurde ein Zeitungsartikel über mich verfasst. Ich schaue mal eben. Können wir ja nächstes Mal beraten, das ist jetzt nicht so. Ja, ja, ich gucke. Aber ich meine, seit du ausgestiegen bist, dass die Medien da irgendwie Interesse haben oder sowas, ist nicht so der Fall. Nee, das tatsächlich nicht. Es ist vielleicht, es ist denen vielleicht zu weit weg oder vielleicht haben die auch keine Ahnung, können das schlecht einschätzen oder finden das zu unglaubwürdig oder zu fantastisch. Ich kann es dir nicht sagen. Ja. Ja, schade, ich suche es gerade noch. Ja, also wir werden, wenn du Lust hast, können wir das sicher auch mal irgendwie fortsetzen. Ja, mit einem anderen Schwerpunkt oder sowas. Vielleicht sind da noch irgendwelche Fragen im Chat. Ja, also wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie jetzt. Dann würden wir ansonsten auch gleich beenden. Genau. Ich gehe dann noch ein bisschen live auf TikTok. TikTok ist nicht so deine Plattform. Tatsächlich habe ich immer mehr darüber nachgedacht, auch mal auf TikTok zu gehen. Aber glaub mir, solche Kurzclips so mit Satanismus, boah, das könnte schon gut viral gehen. Aber genau, eine Sache, die wollte ich noch sagen, die finde ich auch so lustig, da hatten wir ja auch kurz drüber geredet, dieses Ding mit den Euro-Shisha-Muslimen und es gibt ja auch diese TikTok-Satanisten. Ohne Witz, es gibt so ein paar total kaputte Hartz-IV-Satanisten, die dann auf TikTok irgendwelche Videos hochladen und da irgendwas erzählen von, ja, Satanismus heißt, dass man sein kann, wer man will und dies und das. Also richtig schlecht, so richtig grottig. Also die Leute sehen auch wirklich aus wie die letzten Opfer. Und die stellen sich dann so als Satanisten dar und meinen dann, sie haben irgendwie, da frage ich mich auch, was macht euch denn zu Satanisten? Ein Freund hat mal so eine Satanistin kennengelernt. Ich meine jetzt nicht den einen, ich hatte vor zwei Wochen ein Stream mit einem ehemaligen IS-Typen, der auch irgendwie mit einer Satanistin mal in der Zeit lang zusammen war. Ein Freund hat mal so eine Satanistin kennengelernt und ja, sie haben sich gut verstanden und sie hat ihm nicht gleich offenbart, dass sie Satanistin ist, erst später und sowas. Und dann kam es halt immer mehr so wie so eine Art, keine Ahnung, so nicht Beziehung, aber sie haben sich kennengelernt. Dann haben sie so über Sex und so weiter gesprochen und dann wollte sie von, dann hat sie ihm vorgeschlagen, dass sie auf dem Friedhof, dass sie am Friedhof Sex haben. Und das denke ich, das sind halt so, weißt du, so, keine Ahnung, einfach so, wie du sagst, so wie Euro-Shisha-Muslim, gibt es halt welche so, die zieht das an, oh geil, dieses Dunkle und die machen halt dann so solche Kindergärten. Die halten sich für Satanisten, das sind halt, wie gesagt, das ist auch ein guter Begriff, halt diese TikTok, moderne TikTok-Satanisten, die halt, keine Ahnung, so ein bisschen, ach Gott, auch mal mit ihrer LGBTQ-Flagge und diesem ganzen Kram und letztendlich so völlige Opfer dieser derzeitigen destruktiven Agenda, die wir gerade haben. Also dieses, alles, was sich gegen das traditionelle Familienbild richtet oder gegen die Konservativen, das wird dann letztendlich so, ja, wir sind so offen und wir sind irgendwie, ne, und dann wird das mit Satanismus verbunden. Und das finde ich halt schon interessant, weil es ist halt, ich glaube, so lächerlich muss das halt auch jemandem vorkommen, der selber jetzt in so einer extrem muslimischen Richtung unterwegs war und dann diese TikTok-Muslime sieht, die im Grunde keine Ahnung von nichts haben und sich dann aber meinen, sie wären echte Muslime. Ja, voll. Dann die Frage von Julian, Skull and Bones, ist das ein satanischer Orden? Würde so ein Mitglied einen Terrorakt auf das eigene Volk inszenieren, um das Höllenfeuer auf Erden anzuschönen? Ja, hier ist natürlich die Anspielung auf George da. Ja, Skull and Bones kann ich gar nicht so viel sagen, weil erstmal ist es ein Geheimorden, das heißt, die Sachen, die dort stattfinden, ich war nie Mitglied in diesem Orden, hätte ich auch nie werden können, weil dafür muss man ja auch einen gewissen Hintergrund haben, ja, und wie weit, wie bereit dieser Orden ist, irgendetwas zu tun, keine Ahnung. Angeblich sollen ja diverse Politiker dort, amerikanische Präsidenten auch, Mitglieder drin gewesen sein, ja, und man hat ja gesehen, was die gemacht haben. Also da kann man ja eins und eins zusammenrechnen, war das gut, war das schlecht, dann kann man sich das ja überlegen. Was hält Alex von John Todd und John Ramirez? Jetzt geht es schon wieder um Serienkiller hier. Ich bin kein Serienkiller. Kanntest du, John Todd und John Ramirez persönlich? Nee. Hast du mit ihm einen Spaß, das ist jetzt so. Ja, ja, nee, keine Ahnung, wie gesagt, Leute, so Serienkiller ist jetzt nicht mein, äh, mein, Gebiet, also... Ja. Alexander, wie kann man sich äußerlich denn die Leute vom innersten Ring vorstellen? Würdest du sagen, die sehen ganz normal und unauffällig aus, oder gibt es neben Symbolen, zum Beispiel bemerkbare Charaktereigenschaften, die man oder du erkennen würde? Also es ist so, dass die ganzen, also wenn man so einsteigt in so einen satanischen Ort, dann hat man ja meistens schon so eine gewisse romantische Erwartung. Das heißt also, die haben so eine gewisse, erwarten so eine Romantik, so schwarze Kutten und was weiß ich, so ein bisschen Black-Metal-mäßig oder wie auch immer. Also die Leute denken so, ja, man läuft ja jetzt, muss in schwarz rumlaufen, trägt umgedrehte Pentagramme und Kreuze oder sowas. Das kann man in einer Anfangsphase auch alles ausleben. Man bekommt genug Raum, um schwarze Messen zu feiern, rauf und runter, irgendwelche Sex-Orgen und was auch immer. Ja, das kannst du alles in diesen äußeren Kreisen, kann man das alles machen. Das spielt aber ab einem bestimmten Punkt alles gar keine Rolle mehr. Oder beziehungsweise es ist nicht mehr der Mittelpunkt des Ganzen, irgendwo rumzulaufen mit Panda-Bär-Farbe im Gesicht, weiß ich nicht, wie diese Black-Metaller und dann da ein auf Satan und sowas. Das ist Kindergarten. Das heißt also, wenn die Leute ein bisschen älter und reifer werden und auch an dem Orden so ein bisschen aufsteigen, dann fangen die an, eher unauffällig zu werden. Das heißt, man fängt an, eher ein bisschen normaler rumzulaufen, um nicht ganz so auffällig zu sein. Weil es ist völlig kontraproduktiv, wie so ein Metaller da, wie so ein Rocker durch die Gegend zu laufen und die ganze Zeit mit irgendwelchen Pentagrammen und Heil-Satan-Schreien durch die Gegend zu hüpfen. Das ist affig, das macht keiner von denen. Das heißt also, in den inneren Kreisen ist es eher so, dass die Leute versuchen, unauffällig zu sein und nach außen sehr normal zu wirken. Und es ist auch so, dass viele, die in diesen äußeren Kreisen sind und eben eher so diese romantischen Black-Metal-Allüren haben, dass die auch gar nicht mehr weitermachen irgendwann, sondern dass die einfach im äußeren Kreis hängen bleiben und dann da so rumdümpeln. Und manchmal treten dann Leute auch wieder aus. Und das ist in den äußeren Kreisen ja auch überhaupt gar kein Problem. Ja, insofern, ja. Ja, ich würde an der Stelle sagen, belassen wir es dabei. Wir haben dich genug mit Fragen gelöchert. Ja, Alexander, hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. War sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend, was du erzählt hast. Und ja, also wenn du Lust hast, können wir das auf jeden Fall auch mal fortsetzen. Es waren noch ein paar Sachen natürlich, über die ich noch geredete. Also ich habe hier einige Sachen vorbereitet, aber die sind wir gar nicht zu sprechen gekommen. Aber ja, können wir ja nächstes Mal machen. Ja, wenn das so lange ist, dann können wir das gerne machen. Wer sich für deine Sachen interessiert, Alexander Stier, Okkultes Wissen, so heißt der Kanal. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deiner Arbeit. Ja, Dito, ich wünsche dir auch erfahren. Ich finde deine Arbeit ja auch super klasse. Ich gucke mir deine Videos ja auch schon sehr lange an. Und bin immer wieder gerne bei den Livestreams dabei gewesen. Auch manchmal bis spät in die Nacht. Ich habe auch immer wieder gut gelacht, weil da kam ja auch, es ist ja auch teilweise auch echt absurd und witzig, was da so abgeht im Islam. Teilweise sind das ja richtig absurde Sachen. Und ja, ist immer wieder unterhaltsam. Kann ich auch erleben. Kam sehr gut an. Ich würde meinen Leuten auch empfehlen, den Irrfall einfach mal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt und gerade zuschaut. Es lohnt sich. Ja, nee, kam es gut bei den Leuten an. Schauen wir mal, was wir als nächstes Mal machen können. Genau. Ich überlege gerade, wie mache ich das mit TikTok. Ich glaube, ich mache das so, ich bleibe gleich im Livestream drin und ich werde es dann nachher dann rausschneiden von YouTube und dann gesondert hochladen. Weißt, dass wir dann nur dieses Video dann, dass wir nur dieses Video haben, weil, keine Ahnung, wenn ich jetzt noch zwei Stunden oder ein, zwei Stunden TikTok gehe, dann, ja, es wird dann zu lang. Dann, ne, dann bleibe ich, dann bleibe ich hier gleich im Livestream drin und schneide es nachher raus. Willst du noch was sagen, Alexander, oder Werbung machen oder sowas? Ah, ich glaube, äh? Ah, ich glaube, Alex ist hängen geblieben. Tu mal kurz raus. Leider jetzt, genau jetzt ist er hängen geblieben. Ich weiß nicht, oder soll ich jetzt, ich kann jetzt auch einfach einen neuen Livestream starten, aber es ist auch unnötig. Ich kann das ja auch nachher einfach rausschneiden, ab der Stelle hier, 246 und dann schneide ich, schneide ich das einfach raus. Ach so, Alex, ach so, ja, okay, gut. Ja, dann danke dir nochmal und wir hören uns, wir hören uns dann, wir hören uns dann nachher nochmal und, oder morgen. Und ja, danke nochmal, dass du zu Gast warst. Schönen Abend dir noch. Gut. Ach, da ist er, okay. Oh, jetzt bist du aber komisch beleuchtet. Ja, ja, ja. Ist gut, dass du das erwischt geworden bist. Ich weiß nicht, was du lobst. Warum leuchtest du so? Ist ja auch so, wie ein Schlumpf. Ich weiß nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht macht meine Webcam hier irgendwelche Faxen. Nein, nein, egal. Du bleibst stecken und jetzt auf einmal bist du erleuchtet, blau. Ja, 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 ja. Hör bloß auf. Was für Rituale, wen hast du hier beschworen gerade? Ich weiß auch nicht, was jetzt ist. Mein Rechner ist einfach neu gestartet, dann war der Bildschirm komplett grün. Und jetzt bin ich blau. Vielleicht wurde ich gehackt oder so. Wer weiß es. Ja, ich hatte eh gesagt. Ja, gut, Alex. Dann, wie gesagt, hören wir uns einfach. Wenn du wieder Zeit hast oder so, schauen wir spontan. Dann haben wir noch eine Fortsetzung, Teil 2. Es können ja auch Sachen immer wieder dazukommen, die man dann analysieren kann, quasi aus dieser Perspektive. Und ja, dir noch einen schönen Abend. Falls du noch was sagen willst, bitteschön. Ja, danke auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte. Und hat echt Spaß gemacht. War auch super spannend abzugleichen. Mit dem Islam und Satanismus und alle anderen da draußen. Lasst die Finger davon, von diesen ganzen Extremismen. Ihr braucht das nicht, um ein glückliches, erfülltes Leben mit Wohlstand und Liebe zu haben. Dafür braucht man diese ganzen Orden und extremen Richtungen braucht man nicht. Ganz im Gegenteil. Die führen eher dazu, dass ihr ein sehr trauriges und vielleicht irgendwann auch gar kein Leben mehr habt. In diesem Sinne. Sehr gute Botschaft zum Schluss, Alexander. Bleibt bei euch, bleibt in eurer Mitte, vertraut Gott und wir sehen uns. Danke dir, Alexander. Ciao, ciao. Ja, war ein super Schlusswort. Ne, war echt interessant. War echt sehr, sehr gut. Also war echt sehr, sehr gut. Sehr, sehr interessant. Ja, wie gesagt, ich kann jetzt den Livestream beenden und dann einen neuen mit TikTok starten. Oder ich kann gleich drinbleiben, weitermachen, dann könnt ihr auch gleich drinbleiben. Und dann kann ich das nachher bei YouTube einfach rausschneiden. Ah, was wollte ich jetzt? Ah ja, genau, ich wollte die Lautsprecher. Moment, gleich geht's los. Sollen wir überhaupt noch live auf TikTok? Seid ihr sicher, dass ihr euch das antun wollt auf TikTok? Seid ihr euch sicher, dass ihr euch das antun wollt auf TikTok? Was ist das, Mann? Oh, dieses TikTok ist voll mit irgendwelchen, irgendwelchen, irgendwelchen arabischen Musik hier. Gut, dann gehen wir nochmal TikTok-Zerfetzungen machen. Moment. Also ich mache extra mit Lautsprecher, damit man die gegenüber auch besser hört. Wie ist der Ton übersteuert? Wie ist der Ton übersteuert? Tiki-Toki. Sagt mir mal Bescheid, den TikTok, ob der Ton gut ist. Weil ich habe jetzt das Handy von TikTok. Das Handy von TikTok habe ich verbunden mit Lautsprecher, damit man die gegenüber besser hört. Schreibt mir mal im TikTok-Chat. Hört man mich auf TikTok? Ton okay. Ja, perfekt. Gut. Perfekt. Also, heute mit Lautsprecher. Das ist light. Leise. Ah, laut. Ja. Erwan, hallo, hörst du mich? Hi, ja. Alles klar. Ja, ich wollte einfach mal reden, so was ich so hier gehört habe, wenn es geht, ja? Ja, ja. So einfach meine Gedanken, ne? So, ich bin ganz mal froh, dass ich jetzt dabei bin am Anfang, weil ich habe ein bisschen Angst bekommen. Letztes Mal, da hattest du Leute drin, keine Ahnung, die machen mir halt Angst, so. Und ich wollte aber trotzdem mal mit dir reden und einfach sagen, weil es wurde gesagt, wegen Blut und Herkunft und so weiter, du würdest nie ein richtiger Deutscher sein. Und so ein Quatsch halt kann ich halt absolut nicht nachvollziehen. Ich finde diese Argumentation Quatsch. Danke. Und das sage ich als richtige Bio-Kartoffel, also hat mein Wort Gewicht. Vielen Dank, danke dir. Warte ganz kurz, Test, der Ton ist gut jetzt mit den Lautsprüchen, auch auf YouTube, weil vor letztem Mal war es ein bisschen leise. So sollte es optimal sein, glaube ich. Gut. Und es wurde zum Beispiel gesagt, warum verhältst du dich wie Jürgen und Klaus? Also so abwertend, als wenn man halt komisch ist, wenn man so ist wie du. Also das ist halt lächerlich alles. Und das nehmen die halt als Argumentation. Die glauben wirklich, sie haben einen Punkt. Und all diese Dinge zeigen halt einfach, wer in Schubladen denkt und wer dieses alles mit der Herkunft und mit dem Blut hat, das zeigt im Grunde einfach nur Rassismus. Rassismus. Ganz einfach. Klarer Fall von Rassismus. Ja, auf jeden Fall. Klarer Fall von Rassismus, genau. Also erst einmal zeigt es natürlich dieses Antideutsche so, hey, schau mal, wie du ausschaust, warum verhältst du dich wie Jürgen und Manfred? Ja, ja, ja. Also es ist eine Abwertung, es zeigt erst einmal diese Abwertung, dieses Antideutsche, dieses Deutsch als Beleidigung, Deutscher als lächerlicher Allmann, den man nicht ernst nimmt. Richtig. Und wie du sagst, sie wollen ja immer einreden, die Deutschen werden dich nicht akzeptieren, die Deutschen, für die bist du immer Ausländer. Ey, ich kann euch nur das Gegenteil berichten. Ich habe keine Diskriminierungserfahrungen oder sonst was gemacht, auch nicht in rechten Kreisen oder sowas, hat mir nie jemand gesagt, hey, du gehörst nicht dazu oder so ein Schwachsinn. Also ich habe halt den Eindruck, dass sie versuchen, das Menschen einzureden, damit sie nicht ins feindliche Lager wechseln. Ja, genau. Damit sie sich, ne, das ist so, ja. Und ja, ich kann halt nicht so offensiv auftreten wie du, ich bin nicht so breit und so. Aber auch wenn ich, ja, eigentlich denke ich, eigentlich denke ich, wir sind oft viel zu nett. Also ich finde das, ich finde das, also ich kann das jetzt nicht so machen wie du, hätte ich auch Angst. Aber du bist auch einfach halt unabhängiger. Das ist halt dein Ding, was du, was du so machst. Und aber allgemein, je nachdem, was man so macht, muss man halt immer aufpassen, was man, was man sagt und so. Aber dazu braucht man halt auch die Eier. Also deswegen, mein Content ist gar nicht so offensiv. Und mir wäre einfach nur schon, mir wäre es schon genug, wenn Menschen einfach ein bisschen kritikfähiger wären. Das wäre mir schon lieb. Also ich brauche gar nicht groß jetzt nochmal Religionen anzugreifen. Einfach die Kritikfähigkeit, darum geht es mir. Und ich kritisiere halt allgemein Dinge so politisch und so weiter. Und damit dürfte eigentlich kein normaler Mensch, egal ob Atheist oder Moslem ein Problem haben, dass man halt in diesem Land einfach alle Dinge auch kritisieren darf. Natürlich auch Religion, alles hinterfragen darf. Und dass halt das Grundgesetz einfach mal an erster Stelle steht. So wie du es auch sagst, halt unsere Kultur und halt das deutsche Grundgesetz und nicht irgendein religiöser Staat. Wenn man einen religiösen Staat haben möchte, dann kann man das ja in anderen Ländern suchen. So sagst du ja immer. Danke, Britta. Johnny Rotten, ich habe da was von, Frage, ich habe da was von Sexorgien gehört. Kann man da auch nur beim B... mitmachen? Du hast Alexander verpasst, Alexander ist schon gegangen. Das nächste Mal beantwortet er dir deine Frage. Komm, hol mal jemanden rein. Er hat mich gefreut. Danke dir auf jeden Fall. Danke dir, Peter. Alles klar. Pass auf dich auf. Du auch, gell. Ciao. Wunderschönen guten Abend. Hallo, hi, guten Abend. Alles gut, Berlin? Ja, bei dir. Wow, gut. Ich habe dich ja schon öfter bei TikTok gesehen, bei YouTube. Ja. Das hat mich sehr interessiert. Was hat dich das? Das hat mich sehr interessiert, diese Themen zwischen Muslimen, zwischen Christen. immer diese Kriegerei, das hat sich auch gar nicht geändert. Ja, und du bist Moslem? Ich bin zwar Moslem, aber ich gehe nicht dahin. Was heißt das? Ich habe seit Jahren nicht mal gefasst, nicht gerade mal Gedanken gemacht. Also du bist nur so dem Namen nach Moslem, aber du bist nicht praktizierend oder sowas. Ich habe zwar ein bisschen Koran gelesen, aber ich habe nicht so viel gelernt. Also ich habe nicht alles, die ganzen Bücher durchgezogen. Und warum so? Hast du kein Interesse so für Islam? Das interessiert dich nicht so sehr, oder? Das ist für mich schwierig, weil ich weiß, damals war erst einmal Bibel. Und danach kam diese Koran. Ja. Die ist das, weißt du? Ja, ja. Aber als Kind war ich erst einmal nicht Muslim, sondern damals war ich erst einmal Zeugen Jehovas. Wie? Nach Zeugen Jehovas war ich hephagenisch, nach hephagenisch war ich muslimisch. Aber warte mal, bist du gebürtiger Moslem? Ja, ich bin der Moslem. Gebürtig. Und dann bist du Zeugen Jehovas geworden? Also ich war noch Zeugen Jehovas. Na, warte mal. Du bist von Geburt an Moslem? Nee, vor der Geburt als Zeugen Jehovas. Ach, du bist geborener... Aha, okay. Als Zeugen Jehovas geboren und bist dann nachher zum Islam konvertiert. Genau. Da war ich, glaube ich, 18 oder 19. Ach so. Ach so, ja, weil du hörst dich jetzt nicht zu Deutsch an. Was bist du gebürtig? Warum? Was bist du gebürtig? Aus welchem Land? Ich bin halb-Serva, halb-Albaner. Du bist halb-Serva, halb-Albaner. Ja, Mutterseite ist Albanien, Vaterseite Serben. Da gibt es auch diese Diskussion zwischen Serben-Albaner, aber das ist für mich völlig scheißegal, auch sagt ein Mensch besser. Und okay, und du bist zum Islam konvertiert, aber jetzt praktizierst du nicht Islam wirklich? Oder was? Ich hatte zehn Jahre nichts gemacht, weil das hat nicht gepasst, weißt du... Ja, okay, aber dann hast du kein Moslem, bist du ja kein Moslem mehr. Natürlich habe ich ein Moslem. Und du sagst doch selbst, es hat nicht gepasst und seit zehn Jahren praktizierst du nicht. Ja, okay, dem Namen nach bist du Moslem, aber du bist ja kein praktizierender Moslem. Ja. Ja, was hat dir nicht gepasst am Islam? Ja, allgemein, zum Beispiel damals, als ich jung war, ich weiß, war es zwar nicht zwischen Schiiten und Zoniten, ne? Das sind zwei verschiedene Wesen. Der andere glaubt an Mohammed, der andere glaubt an Ali, falls du schon mal gehört, zwischen Schiiten und Zoniten. Ja, ist mir bekannt, ja. Das hat mich auch besser verwirrt. Und wieso trittst du jetzt noch wieder raus? Du kannst auch den Islam wieder verlassen, dann? Was sollst du jetzt verlassen? Ja, du kannst auch wieder auftreten, das macht für dich keinen Sinn, die Religion, dann kannst du ja gleich rausgehen aus Islam. Oder was hält dich davon ab? Hast du Angst, umgebracht zu werden, oder was hält dich davon ab? Nochmal. Hast du Angst, umgebracht zu werden, oder was hält dich davon ab, Islam zu verlassen? Warum soll ich ja nicht sagen? Dass da jemand mich umbringt, wenn ich mir das Land verlassen werde, ich meine, das Religion verlassen. Du weißt, dass Mohammed gesagt hat, wer seine Religion wechselt, den tötet. Ja, ich hab das von dem Internet schon mal gehört und so, aber ob das so wahr ist, weiß ich nicht genau. Das ist wahr, das ist authentische Überlieferung. Also soweit bin ich schon nicht geforscht, also du hast ja mehr Erfahrung als ich. Ja, deswegen sage ich dir das. Und es gibt auch Leute, die schon ermordet wurden, nur weil sie Islam verlassen haben. Und die bedroht wurden. Ja, ich kenne noch, zum Beispiel dieses Thema mit Ehrenmord und so, falls du auch schon mal gehört hast. Ja. Die ist ja wenn, umgebracht und so, weil die, keine Ahnung, den Ehrenverstoß oder Ehrenverschmutz. Ja, das war auf diese Diskussion. Ja, gab's. Ja. Kommt. Jetzt kommt der nächste Kandidat. Ja. Samir, verlass den Islam nicht. Haben es doch gar nicht gesagt. Ja, ich meine, der Kollege sagte, du sollst den Islam verlassen. Erst einmal, hallo, 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 erst einmal. Du kommst rein, wer bist du, hallo, Vorstellung, irgendwas. Oder einfach nur rein und rein quatschen oder was. Ja, hallo. Ja. Was gibt's, was wolltest du sagen? Das, was ich gerade gesagt habe, aber jetzt ist der Kollege weg. Ja. Und warum soll er den Islam nicht verlassen? Was verliert er dadurch? Den Glauben. Ja, und was für den Glauben? Ja, ist es der wahre Glaube? Ist es der richtige Glaube? Das ist die Frage. Ich glaube daran, dass es der richtige Glaube ist. Du glaubst dran, aber er glaubt nicht mehr dran. Für ihn ist es nicht der richtige Glaube anscheinend. Ja, aber ich würde es uns ja praktizieren. Genau die gleiche Argumentation kann ich ja auch dir vorlegen. Warum willst du nicht, dass er weiter Muslim bleibt? Weil du glaubst, dass es nicht der richtige Weg ist. Ja, aber ich schreibe ihm nicht vor, was er zu glauben hat, sondern ich sage ihm nur... Ich schreibe ihm auch nichts vor. Ich sage, ich warne ihn. Und was passiert mit ihm, wenn er Islam verlässt? Du weißt ganz genau, was da passiert dann. Aber was bringt das jetzt zur Sache? Die Tatsache, dass wenn man Islam verlässt und man getürtet wird, ist das ein Indiz dafür, dass der Islam falsch ist? Aber die Leute wissen das nicht. Erklär, lass uns drüber reden. Was passiert, wenn er denn Islam verlässt? Versuch mir nicht hier unterschwellig was reinzudrücken, oder? Willst du nicht drüber reden, oder was passiert, wenn man Islam... Ja, weil wir in TikTok sind, über gewisse Themen kann man ja nicht reden. Genau, wenn ich jetzt nicht über einige Fakten, über den Christentum nicht reden darf, wo auch sehr heftige Sachen drinstehen und du weißt das. Erst einmal das Christentum und du kannst, man kann über alles reden. Schau mal, du sagst einerseits, Islam ist wahrer Glauben. Und jetzt machst du so eine Geheimreligion draus. Auf TikTok darf man nicht drüber reden. Warum darf man auf TikTok nicht drüber reden? Red doch offen über deinen wahren Glauben. Was gibt es da? Gibt es da Dinge, die man verstecken muss, oder was ist da? Nein, es gibt keine Dinge, die man verstecken muss. Aber warum willst du jetzt so hier gerade auf Weißzahn komm raus hier das ansprechen, unbedingt unterschwellig irgendwie hier den Lachen reinzudrücken? Weil er sagt, er ist nicht überzeugt vom Islam. Er sagt, er ist nicht überzeugt vom Islam. Kannst du ein bisschen Hintergrundgeräusche, wenn es geht, ein bisschen leiser. Augenblick, einen Moment. Besser? Ja, besser, danke. Er sagt, er ist nicht überzeugt vom Islam. Ich sage, verlass die Religion, wenn du nicht überzeugt bist. Und dann sage ich, du weißt aber, was passiert, wenn du Islam verlässt. Es gibt diesen Hadith, wo Mohammed sagt, wer seine Religion ändert, den töte. Dass darauf quasi die Todesstrafe ist. Und jetzt sagst du, ja, du willst nicht drüber reden. Warum soll man über den Punkt nicht reden? Stimmt es nicht, was ich gesagt habe. Du bringst dir einige Sachen durcheinander. So, erst einmal, wenn du sagst, du willst ihn überzeugen, dass er nicht vom Islam rausgehen soll, dann sage ich dir, ich wollte ihn überzeugen, wenn er noch da gewesen wäre, dass er im Islam bleiben soll. So, da gibt es keinen Unterschied zwischen dir und mir. Du glaubst, du hast deinen Glauben, ich habe meinen Glauben. Du sagst, ey, ich glaube das, deswegen mach das. Ich sage, ey, ich glaube das, deswegen mach das. So, zu der Thematik, dass wenn man aus dem Islam ausgeht, getötet wird. Ich weiß nicht, was du damit jetzt bezwecken willst mit dieser Tatsache, aber... Stimmt es oder nicht? Stimmt es oder nicht? Das stimmt. Ach, das stimmt. Okay, und ich sage dir, das ist ein Anzeichen dafür, dass dieser Glaube falsch ist. Denn Gott gibt Menschen die Freiheit und gleichzeitig sagt Gott, aber wenn er den Glauben verlässt, dann müsst ihr ihn wieder töten. Welche Logik gibt es da? Hä? Was macht das für einen Sinn, dass in einer geschlossenen Gruppierung man als Außenbetrachtender diese Regeln sich anschaut, die dort drinnen herrschen, in dem Falle der Islam, und man dann sagt, okay, da bin ich jetzt rein, man wird Muslim. Und dann, also man weiß doch schon, was passieren wird, wenn man aus dem Islam raustreten wird. Aber das ist ein Paradox, wenn man als Außenbetrachtender sagt, diese Regel in dieser geschlossenen Gesellschaft ist ein Indiz dafür, dass sie falsch ist. Aber warte mal, warum, warum habe ich nicht die Wahl zum Beispiel, man sagt, hey, ich Islam, ich fand Islam eine Zeit lang gut, aber jetzt will ich nicht mehr Moslem sein. Ich habe mich geirrt. Ja, du hast doch bestimmt, jeder Mensch hat Phasen, wo er gewisse Sachen macht und er sagt, ah, nee, das war doch nicht so gut. Warum muss der Austritt aus diesem Glauben mit dem Tode bestraft werden? Da bin ich ehrlich gesagt, ich gebe das auch zu mit meinem Wissen jetzt, das Wissen habe ich nicht. Warum? Da geht es nicht um Wissen, da geht es um Menschlichkeit. Jetzt überleg mal, er kommt und er wird Moslem und du befreundest dich mit ihm und so weiter, ihr seid Brüder. Und dann sagt er, schau, ich mag dich, du bist mein bester Freund und so weiter. Aber Islam ist nichts für mich, ich will Atheist werden oder Christ oder sonst irgendwas. Und du musst ihn dann töten. Beziehungsweise, ja, okay, aber du musst es für richtig erachten, dass er getötet wird. Ist das normal? Ist das menschlich? Es spielt doch keine Rolle, sobald ich das nicht mache. Doch, es spielt eine Rolle, dass dieser Mensch mit dem Tode bedroht ist. Ich mache es nicht, ich töte ihn nicht. Ja, du machst es nicht, aber irgendein Glaubensbruder von dir sagt, hey, ich mache es. Oder er ist in einem islamischen Staat und dann passiert das. Es geht darum, hat dieser Mensch den Tod verdient? Und machst du dir keine Gedanken drüber, was das für ein Glaube ist, der für Aussteiger den Tod vorsieht? Ist das nicht ein seltsames Gottesverständnis? Für mich als Gläubiger, das Credo, woran ich glaube, sagt sowieso, derjenige, der aus dem Islam raustretet, wird für immer und ewig in die Hölle landen. Für immer ewig in die Hölle landen. Genau, genau. So, was wird das da? Okay, das ist jenseits, das ist jenseits. Aber es gibt ja auch Diesseitsstrafe. Das ist jenseits mit Hölle. Der Gläubige, der Gläubige legt mehr Wert auf das Jenseits statt auf dies, diesseits. Ja, okay, ewige Hölle ist ja noch schlimmer als diesseits Tod. Absolut, ne? Aber, ich meine, du redest gerade nur über den Islam. Jede Religion ist genau dieser... Jede Religion sieht den Tod vor für Leute, die aussteigen, willst du behaupten. Das ist doch nicht mal im Annähernd so schlimm, als wenn man davon nicht profitieren werden kann. Warte mal, stell dich, was du sagst. Im Christentum gibt es keine Todesstrafe für Aussteigen. Im Judentum gibt es keine Todesstrafe. Im Hinduismus, im Judismus, in allem gibt es nicht. Gibt es diese Strafe nicht. Nur im Islam und in, was weiß ich, wir hatten jetzt Thema Satanismus. Ja, Satanismus gibt es auch die Todesstrafe für Aussteiger. Ja, aber genau das meine ich doch. Das ist nicht mal Annähernd so schlimm, im Gegensatz zu dem, was diese Leute im Jenseits erwarten. Ja, aber es ist noch... Wir reden jetzt schon... Jenseits, du sagst, du sagst, er kommt ewig in die Hölle. Deine Vorstellung. Ein anderer sagt, nein, das ist nicht so. Weißt du, du kannst behaupten, was du willst. Ich kann behaupten, was ich will. Keiner von uns kann das jetzt im Diesseits beweisen, was im Jenseits passiert. Deswegen müssen wir über Diesseits... Deswegen sprechen wir über Diesseits jetzt. Ich kann dir aber sagen, Diesseits hat das diese Konsequenz. Was sehr schlimm ist, dass Leute sterben müssen, Angst haben müssen, wenn sie aussteigen. Christe? Christe. Bist du Christ oder Christe? Ich weiß nicht, wie das aussprochen wird. Christe. Christ bin ich, ja. Okay. Ich kann dir auch sehr viele Regeln und Gesetze im Christentum aufzählen, die auch sehr schon in die Knochen gehen, wenn man sich das aufhört. Es geht nicht darum, was in die Knochen geht, sondern es geht darum, dass Islam, danke Micky, dass Islam Aussteiger mit dem Tode bedroht. Darum geht es. Ja, du beißt dich jetzt fest an diese Einheit. Das ist schlimm genug. Das ist schlimm genug. Abend. Abend. Wie geht's, Elfan? Gut, dir. Gut, ich verfolge ja immer so, wie du uns kritisierst und so. Ich will gar nicht mit dir diskutieren, ich verliere das sowieso. Aber ich würde dir ans Herz legen, einfach mal bei einer schönen islamischen Familie essen zu gehen und mal mit Leuten zu sprechen, die ein bisschen was im Kopf haben, weißt du? Weil immer diese Leute auf den Demos, da sucht ihr euch immer die Richtigen raus. Du weißt schon, dass ich gebürtiger Moslem bin und bei sich, wie viel islamischen Familien gegessen habe. Hast du aktuell noch so muslimische Freunde? Freunde würde ich nicht sagen, aber klar bin ich mit Muslimen in Kontakt, so Bekannte und sowas natürlich. Und in Familien natürlich Leute, die Muslime sind. Wie? Wie Leute, die Muslime sind? Jetzt hör ich mich mal bitte. Aber was, ey, schau bitte, dass du das ausmachst. Ja. Die Frage ist halt, was ändert es jetzt da dran? Ich gehe jetzt zu einer muslimischen Familie essen, Essen schmeckt gut, Familie ist nett. Was ändert es dann? Ändert gar nichts, weil meine Kritik ist nicht an irgendeiner einzelnen muslimischen Familie, sondern meine Kritik ist am Islam als Ideologie, als in der Theorie. Ja, und die Taten der Moslems, dass es nicht die islamische Familien gibt, die gut kochen können und wo man schön und gut essen kann. Das weiß ich, ja, das habe ich ja selbst schon erfahren auch. Das weiß ich, ja, das habe ich ja selbst schon erfahren. Aber Abo Ali, man hört das leider doppelt die ganze Zeit, deswegen, ich weiß nicht, irgendwas musst du da machen. Jenny, vielen, vielen Dank, Jenny. Danke, Miki. Danke. Danke. Hallo. Ja, Anam al-Aikum. Hallo. Hallo. Hier hört man mich? Ja, man hört dich. Ja, ich habe das mitbekommen, also der Herr Erfan, ich gebe dir vollkommen leicht, ich bin selber Moslem und ich bin sogar Imam. Ah, bist du der Rediger wie Abdul-Hei Fahri? Ich bin der Rediger. Ich tue mal nur so. Gibt es im Internet Vorträge von dir zum Downloaden? Ja, ja, kannst du auf YouTube machen. Auf YouTube, auf den Hi-Fahri, ja. Aber schau mal weiter an. Ja, ja, ich kenne deine Vorträge. Ich habe früher als Moslem deine Vorträge gehört sogar. Ich kenne dich natürlich. Ich hoffe, ich war nicht der Grund, warum du ausgetreten bist. Nein, 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 deine Vorträge waren gut, ich kann mich erinnern, so Vorträge so über das Wesen von Engel, glaube ich, und so Schicksal und so waren interessante Vorträge. Aber schon mal, Herr Erfan, ich möchte dir sagen, ich gebe dir vollkommen recht an Religion, die den Menschen sagt, wenn du aus dieser Religion austrittst, dann töten wir dich. Das ist keine Religion. Da hast du vollkommen recht. Und der Islam sagt das nicht. Man muss ja immer zwischen zwei Sachen unterscheiden. Was der Islam sagt und was die Muslime oder manche Muslime sagen. Du wirst nirgends im Koran die Aufforderung finden, dass wenn jemand der Islam verlässt, umgebracht werden soll. Die Regel, die es im Islam gibt und gilt, ich rede hier vom Koran. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Eine Religion, die nicht frei ausgeübt wird, ist keine Religion. Das allererste, was Gott den Menschen gegeben hat, wenn sie erschaffen worden sind, ist ihre Freiheit. Die Freiheit zu entscheiden, wie sie wollen und was sie wollen. Er hat ihnen diese Freiheit gegeben, dass sie sogar sich gegen ihn entscheiden können. Das ist ja der Widerspruch, den ich sagen will. Aber warte, schau mal. Bitte? Das ist ja der Widerspruch, den ich Ihnen gerade gesagt habe. Wenn Gott uns die Freiheit gibt, warum verhängt Gott ein Todesurteil? Du sagst jetzt im Koran, aber im Koran steht doch, dass man der Sunna folgen soll. Und wenn Mohammed das sagt, dann gilt das doch auch. Nein, also wir haben zwar mal, mein Lieber, zwar mal lieber, also ich gucke hier, was Mohammed zum Asallam gesagt hat und getan hat. In der Geschichte wirst du nirgends wo was finden, dass Mohammed zum Asallam irgendjemanden getötet hat, weil er nicht gläubig ist oder vom Islam abgefangen ist. Im Islam gibt es noch etwas, was noch schlimmer als vom Glauben abzufangen ist, und zwar Heuchler zu sein. Ja, und die kannte der Prophet auch, aber der hat niemals jemanden getötet. Ja, das ist ein anderes Urteil, weil er zeigt keinen Kuffer durch seine Taten. Er hat Kuffer in sich, aber er zeigt es nicht durch seine Taten. Und deswegen gibt es keine Basis, um ihn zu töten. Das ist eine andere Kapitalität. Du hast recht, aber ich meine, also Munafiq, das ist jemand zum Beispiel, dessen Nefaq oder Heuchelei bekannt geworden ist durch eine Nachrichtsüberbringung durch den Erzengel Gabri. Aber unabhängig davon, die Regel heißt, es gibt keinen Zwang im Glauben, Schluss aus. Alle Menschen, die sagen, wer ein Muslim, nicht mehr ein Muslim, den müssen wir töten, der muss das was in seinem Gehirn reparieren. Aber warum verstehen das dann so viele Muslime falsch? Du wirst ja nicht beugnen können, dass es diese Urteile gegen Abtrünnige gibt. Du kennst doch das. Ja, aber das ist dumme Urteile. Ja, aber was heißt dumme? Okay, schau mal, okay, du hast Ahnung, du hast Wissen, aber viele islamische Gelehrte, oder die Mehrheit der islamischen großen Gelehrten, werden dir widersprechen. Und ich könnte jetzt 500 Videos zeigen, die sagen, umbringen, 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 umbringen. Al-Fan, Al-Fan, schau mal, eine Sache musst du wissen, mein Lieber. Im Islam hat die Mehrheit nie recht, auch wenn du das Gegenteil hast, ja. Wenn du im Koran liest, aber hör mir bitte zu, was ich sage, ja. Wenn du im Koran liest, dann wirst du immer sehen, dass Gott, dass Allah immer die wenigen lobt. Aber die Masse, die Masse der Leute, ich rede aber von den Gelehrten, nicht von Masse der Menschen, sondern von den Gelehrten. Mein Lieber, ich rede von Gott. Ich sage dir, Gott sagt, und du sagst mir die Gelehrten. Weißt du, meine Herangehensweise ist, ich gehe zur Quelle. Und du willst mir, also ich komme zu dir mit, also Quelle, Quelle ist Gott, Quelle ist Koran, und du kommst mir mit Quelle, ist Gelehrter. Verstehst du mich? Nein, schau mal, Koran kann nicht jeder interpretieren, wie er will. Es gibt Urteile von Rechtsgelehrten, wie man diese Quellen auslegt. Und ich sage, 90 Prozent der islamischen Gelehrten verstehen es so. Du verstehst es jetzt anders. Okay, schön, dass es auch andere Gelehrte gibt, aber die meisten Gelehrten widersprechen dir. Und du nimmst jetzt Verse vom Koran und sagst, wenn Allah von der Mehrheit spricht. Das ist ein anderer Zusammenhang. Das ist über die Masse der Leute, wo Allah sagt, die meisten sind unankbar, die meisten sind das, die meisten sind das. Da wird nicht das gemeint. Das weißt du. Ja, du hast mich nicht verstanden, was ich sagen wollte. Doch, ich wollte halt... Ja, lass mich bitte erstmal ausreden. Ja, das wäre sehr lieb von dir. Schau mal, Herr Frank, was ich sagen möchte. Ist vorhin dermaßen. Und Gott lobt nie die Mehrheit. Das ist kein Grund zu sagen, wenn die Mehrheit ist dafür und dafür. Da können wir auch sagen, in der Zeit von Hitler war die Mehrheit dafür, dass die Juden vergast werden sollten. Ist das richtig? Nein. Das stimmt nicht. Das würde ich nicht sagen, dass die Mehrheit dafür war. Und du weißt, dass das geheim gehalten wurde. Nur als Beispiel. Ich meine, nur ein Beispiel. Die Mehrheit hat nicht unbedingt immer recht. Verstehst du mich? Und im Islam ist das kein Prinzip. Übrigens, dieses Mehrheitsprinzip und Mehrheitsnämmer nennt sich Ijmar. Ijmar ist erst im 8. Jahrhundert entstanden. Das heißt, 800 Jahre davor gab es diese große Mehrheit der Gelehrten, dieses Thema. Das gab es nie. Das wurde erst mal von Imam Shafi'i als Erster eingeführt. Das heißt, vor dem Imam Shafi'i gab es nie diese Aussage von Ijmar und die große Mehrheit. Und als er mit dem Gedanken kam, haben die Gelehrten seiner Zeit das abgelehnt. Die haben gesagt, nein, die Mehrheit muss nicht immer recht haben. Na gut, ich habe gesagt, es ist klar. Was ist mit dem Hadis, meine Oma wird sich nicht auf etwas Falsches einigen? Ja. Er hat aber nicht gesagt, mit meiner Oma, hat nicht gesagt, alle Muslime, hat er nicht gesagt. Und das bedeutet ja, was ich gesagt habe. Man ist sich ja nicht einig. Es gibt ja immer eine Gruppe, die sagt nein. Aber wenn ein Ijmar, eine Übereinkunft herrscht, dass der Murtad getötet wurde und Mohammed sagt, meine Oma wird sich nie auf etwas Falsches einigen, dann widerspricht er? Ja, das ist es ja. Ihr sagt es dir ja. Ijmar ist etwas Erfundenes von Imam Shafi'i. Also es kam weder vom Propheten S.A. noch von Gott. Ja, aber wenn Imam Shafi'i das abgeleitet hat von Koran und Sunna, dann hat er trotzdem Gültigkeit. Die Imam Shafi'i hat persönlich gesagt, wer das abgeleitet hat, hat persönlich gesagt, es gibt zwei, von denen man ohne Diskussion nimmt. Das ist Gott und der da. Und der zeigt er auf dem Grad des Propheten. Das heißt, die Imam Shafi'i sagt selber, man kann nicht von ihm was nehmen. Und warum ist mit dem Hadis, das man töten soll, der ist nicht authentisch? Wer seine Religion wechselt, den tötet. Ich weiß jetzt nicht mehr auf Arabisch. Nein, nein, der gibt es nicht. Den kenne ich nicht, mein Bruder. Den kenne ich nicht. Nirgendwo, also nirgendwo hat niemals der Prophet jemanden getötet. Wir haben Fälle, wir haben Situationen, wir haben einen sogenannten Sahabi. Der Prophet hat nicht eigenhändig einen Menschen getötet. Auch nicht ein Auftrag. Nein, nein, auch nicht ein Auftrag. Auch nicht ein Auftrag. Schau mal, mein Lieber, ich sage dir noch ein Prinzip im Islam. Ein Prinzip im Islam, das kennen die meisten. Die meisten kennen diesen Prinzip nicht. Im Koran steht geschrieben, An el-Hukmu illa lillah. Urteilen darf nur einer. Nur einer darf urteilen. Wer ist das? Gott. Wir Menschen, wir Menschen oder wir Muslime, wir haben nichts zu tun. Und deswegen mischen wir uns in den Angelegenheiten anderer Menschen ein. Das ist aber eine sehr komische Interpretation dieses Vers. In diesem Vers, wenn du im Tephsi schaust, geht es um Hukum Allah als Gesetzgeber. Als Gesetzgeber. Dann geht es um Hukum. Nein, nein, urteilen. Du meinst schon mit Arabisch. Was heißt Hukum? Was heißt Hukum? Ein Hukum urteilen. Ja? Hakama. Das kommt von Hakama. Ja, Hakama. Ja, Hakama. Ja, Hakama urteilen. Und Hukum ist Urteilen. Also Hakama urteilen. Ja, Hakama urteilt. Nein, nein. Das ist auch schon drin. Ich will damit sagen, also im Islam, ja, im Islam, also eigentlich gebe ich dir recht, außer du willst nicht. Ich gebe dir ja vollkommen recht, was du sagst, weil du gehst ja mit Vernünft an die Sache rein. Und Allah, weil du bist aus, die hat dir ein Vernünftiges, ja, ein Vernünft gegeben, ja. Da sieht man das Wort, dass du einfach die Sachen kritisierst, ja. Und sie auch in Frage stellst. Und ich finde, das ist richtig, wie du es machst. Und diejenigen, die halt diese Aussagen, ja, von irgendwoher ableiten, die werden die Verantwortung dafür übernehmen, dass du, dass so jemand wie du da steht und sagt, das kann doch nicht gehen. Das kann, das geht doch nicht. Ich wechsle meine Religion, da werde ich getötet. Ja? Wir, jeder muss sich um sich selbst kümmern und um seine eigenen Angelegenheiten. Wer unglaublich rausgeht, reingeht, das geht. Halaykum anfusakum, sage ich dir nochmal, ja. Halaykum anfusakum. Noch ein Vers. Dieser Vers heißt, kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten. Lasst die anderen Menschen Ruhe. Halaykum anfusakum. Und alihukmu illa lillah. Das sind ganz klare und deutliche Verse aus dem Koran, die die Sache uns klarstellen. Aber leider ist es so, dass mit der Zeit, die Menschen haben den Islam politisch ausgelegt, um halt bestimmte Ziele zu erreichen, ja. Und dementsprechend haben wir diesen Schlammer, ja, sowas wie islamischer Staat und so ein dummes, ja, die anfangen einfach die Menschen zu töten im Namen von Allah. Und Allah hat damit nichts zu tun. Allah sagt im Koran, al-Rahman, khalaq al-Insan, a'allamahul bayan. Al-Rahman, der Barmherziker, khalaq al-Insan. Er erschuf den Menschen. Was hat er gemacht, nachdem er ihn erschaffen hat? Er hat ihm beigebracht, Kultur zu tragen oder zu beten, a'allamahul bayan. Er brachte ihm das klare, freie, deutliche Reden. Was soll das heißen? Al-Bayan. Das heißt, die totale Meinungsfreiheit. Das ist das Erste, was Allah den Menschen, allen Menschen beigebracht hat. Nicht nur den Muslimen. Ja. Und dann kommen hier bestimmte Muslime oder bestimmte Gelehrte, sogenannte Gelehrte, und verändern das. Bayan ist doch Beweis oder sowas und nicht Freiheit. Ja, ja, weil mein Bruder, in der arabischen Sprache, im Koran, gibt es etwas, das nennt sich Al-Taraduf. Und Al-Taraduf bedeutet, dass im Koran ein Wort nicht immer nur eine Meinung oder eine Bedeutung hat. Du hast mir jetzt eine Bedeutung genannt. Ich habe zum Beispiel im Koran das Wort Umfa. Umfa bedeutet weiblich, bedeutet aber etwas anders. Oder ich habe das Wort Vakar. Vakar bedeutet Mann, aber bedeutet noch viel mehr. Das nennt man Al-Taraduf oder Al-Nisa. Al-Nisa im Koran bedeutet nicht nur Vam. Ja, da gibt es viele Bedeutungen. Das nennt man Al-Taraduf. Das heißt, im Koran darfst du dich nie auf ein Wort beziehen und sagen, das bedeutet das und das. Ja, ja, aber es kommt darauf an, was eben, wie die Gelehrten es erklären und was im Tafsir steht. Nein, 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 oder schau mal, schau mal, mein lieber Efran, Efran, schau mal, den Vers, du bist ja, Maschallallah, sehr gut gebildet. Ja, das merke ich, das gefällt mir, das respektiere ich auch sehr. Schau mal, mein lieber. Im Koran findest du nie die Aufforderung. Ihr sollt lesen, was die Gelehrten gesagt haben. Im Koran findest du geschrieben. Denken sie nicht über den Koran nach oder sind ihre Herzen mit Schlössern verschlossen worden? Erster Vers. Zweiter Vers. Und wir haben den Koran sehr leicht zum Lesen gemacht. Gibt es da niemanden, der es lesen möchte? Du wirst nirgendwo im Koran die Aufforderung hören. Ja, Muslime, ihr müsst immer gucken, was die Gelehrten sagen. Wenn du gestorben bist, da kann dir kein Imam Shafi und kein Albani niemand helfen. Also kann jeder den Koran und Sunnah selbst interpretieren, wie er gerade das versteht und wie er das kann jeder selbst interpretieren. Also Gott, schau mal, ich sag dir, das ist deine Aussage, aber schau mal, ich sag dir, was Gott gesagt hat, ja? Gott hat gesagt, Wir haben den Koran leicht gemacht, um daraus Informationen zu holen. Ja, aber schau mal, du sagst jetzt, Koran ist leicht und andererseits, wo Arabisch musst du verstehen, perfekt. Dann verschiedene Wörter haben verschiedene Bedeutungen und so weiter. Welcher normale Durchschnitts-Moslem, bitte, kann den Koran interpretieren oder verstehen? Das ist komplett unrealistisch. Warte mal, Elfa. Ich sag dir, ja. Schau mal, Elfa, du musst eine Sache wissen auf dieser Welt. Also ich bin, abgesehen davon, dass ich Imam bin, bin ich, ich habe angewandte Physik studiert, ja, ich bin angewandte Physik, habe studiert und ich habe eine Sache gelernt. Immer wenn ich vor einem Problem gestanden habe, dann gibt es immer zwei Ursachen dafür. Eine Ursache ist, mir fehlen Informationen, ja, oder ich habe falsche Informationen, eins von beiden. Das, was du mir gesagt hast, kann jeder den Koran verstehen? Das stimmt, du hast recht, das kann nicht jeder. Aber der Koran, mein Lieber, ist in vier verschiedenen Kategorien aufgetagt, ja? Einige Verse im Koran sind eine von diesen vier verschiedenen Kategorien. Wir haben die erste Kategorie, das nennt man Al-Jaza'at. Al-Jaza'at, das sind die Verse, wo drin nachzulesen ist, welche Strafe wofür ist. Das nennt man Al-Jaza'at. Okay, das geht zu weit, das wird jetzt so lange dauern, dass du das alles erklärst. Ich weiß schon, ich bestreite das nicht, was du sagst, aber ich sage nur, in diesen Sachen unterscheidest du dich von der großen Mehrheit der Muslime und der Gelehrten und so weiter, die genau das, was du sagst, ablehnen und die meisten Muslime sind nicht in der Lage, den Koran selbst zu interpretieren. Selbst die Araber, die meisten Araber, die können nicht mal arabisch richtig und dann sollen die jetzt selbst Koran und so weiter. Doch, aber du erklärst zu lange dann mit Koranwissenschaft und so weiter. Nein, nein, das ist ja was, weil dann widerlege ich das, was du gesagt hast. Was widerlegst du? Was widerlegst du? Weil dann verstehst du, worum es geht. Und ich darf, das ist nicht ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich hoffe, dass die Zuhörer das trotzdem... Ja, erzähl mal, hör dich. Ich muss bitte feststellen, weil diese Information ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also vier Menschen sind nicht muslimisch. Also der Koran, der Koran, ja, ist aufgeteilt in vier verschiedenen Arten von Versen. Die erste Art, habe ich dir gesagt, das sind Verse, wo drinsteht, also die Bestrafung und die Belohnung. Diese Verse versteht jeder. Ein Kind, das sieben Jahre alt ist, versteht das sofort, ohne Probleme. Dann haben wir die zweite Zeit, die 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 sind, die Verse, die uns sagen, was verboten und was halal ist, was erlaubt ist. Diese Verse sind auch von jedem Kind zu verstehen, mit sieben Jahren. Okay. Ja, und dann haben wir eine dritte Kategorie, das nennt sich Al-Mu'amalat. Ja, das ist eine Sache, die nicht essentiell ist, die kannst du verstehen, die fehlt dir schwer. Ja, und dann gibt es noch die vierte Kategorie, die nennen die Al-Kunus, die Schätze des Korans. Die verstehst du nur in Abhängigkeit von der Entwicklung deines Bewusstseins. Ah, das heißt, diese ersten beiden Kategorien, worum es geht, halal, haram, bestrafen, versteht jedes Kind. Und das muss jeder... Warum kommt es dann zu so vielen Missverständnissen, wenn das jeder versteht? Ja, weil sie meist nicht den Koran lesen. Die meisten lesen nicht den Koran. Die meisten lesen den Koran nur im Hasanat zusammen. Aber Allah sagt, du sollst das machen, du sollst darüber nachdenken, über den Koran. Nicht lesen, 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 Hasanat, Hasanat, Hasanat. Das, wenn du neben dem Koran geschrieben hast, steht, Aber was hat das alles jetzt damit zu tun? Verstehst du? Wir reden über Murtat und du sagst, ja, das steht nicht im Koran. Ja, aber es steht in der Sunnah. Deswegen haben wir darüber geliefert, mein Al-Fan. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich mitreden durfte. Vielen Dank. Und ja, danke schön. Okay, danke. Danke, Abdoulaye. Alles gut. Sehr, sehr gerne, mein Lieber. Alles Gute wünsche dir auch. Ja, tschüss. Ciao, ciao. Ja, gleich mache ich Kamera an, du bringst, Akku ist leer. Ja, also auf jeden Fall, ich habe jetzt nicht genau verstanden. Ich meine, es gibt eine genaue Reihenfolge, wie was zu verstehen ist. Nicht jeder kann einfach den Koran interpretieren, wie er will, abgesehen von den ganzen problematischen Inhalten im Koran, die, wenn du sie auch selbst so verstehst, oder wenn Moslems jetzt, Muslime anfangen, den Koran so zu interpretieren und wie sie ihn gerade lesen, wie sie ihn gerade verstehen, dann hätte das noch katastrophalere Folgen. Also es ist, natürlich kommt es darauf an, natürlich kommt es darauf an, wie die islamischen Gelehrten, die islamischen Gelehrten es interpretiert haben und die haben es halt alle oder überwiegend genauso interpretiert. Und wenn ich etwas kritisiere, dann kritisiere ich das auch immer mit islamischen Quellen. Ja, ich sage nicht, ja, ich verstehe das so oder was weiß ich, sondern eben mit islamischen Quellen. So, gleich geht es weiter. Ich tue jetzt nur die Kamera einrichten, dann hole ich noch jemanden rein. Ja, er ist nett und so weiter, ja, aber er weiß natürlich, dass die meisten Muslime auch ihn dann so, ja, liberaler und was weiß ich was. Also es ist halt einfach nicht mehrheitsfähig. Er ist nett, sympathisch, aber es ist nicht mehrheitsfähig, was er erzählt. Oh, Eva, meine Freundin, wie geht es dir? Oh nein, nicht schon wieder Kilmendi-Sujuk, Mann, schon wieder Kilmendi-Sujuk. Wie läuft es mit Kilmendi-Sujuk-Verkauf? Sehr gut, aber meine Frage ist, warum zum Beispiel der Kollege, der vorhin da war, warum bist du nicht froh darüber, dass es solche Leute gibt? Die passen die doch im Bett. Ich habe weder gesagt, dass ich froh bin, noch dass ich nicht froh bin. Ich weiß, dass es solche Muslime oder auch Imame oder Gelehrte gibt, die vernünftiger sind, die das so ein bisschen abschwächen wollen, die ganzen problematischen Sachen im Koran. Und ich weiß, dass es solche gibt. Nur ich sage, sie widersprechen den islamischen Quellen, sie widersprechen den islamischen Autoritäten, die über ihnen stehen. Er hat Ahnung, aber er ist auch nur ein Imam in Deutschland. Er ersetzt nicht, was die Gelehrten aus Al-Azhar-Universität sagen, was die Gelehrten aus Mekka und Medina usw. sagen. Die stehen quasi über ihn. Da kann er nicht kommen und sagen, ja, ich verstehe das anders und man soll das so und so. Das widerspricht komplett Islam und den Quellen, so wie die meisten Moslems es verstehen. Und deswegen bringt es halt nichts, dass wir so ein paar interessante, nette, sympathische Imame haben, wenn sie komplett Islam widersprechen. Und die meisten Moslems ihnen auch widersprechen werden. Bist du der Meinung, dass die meisten Mosleme in Deutschland ihnen widersprechen würden? Ja, klar. Aber willst du mir sagen, dass die meisten Mosleme in Deutschland nach der Scharia leben, oder was? Nicht nach der Scharia leben, aber die Scharia befürworten. Sie leben nicht danach, weil es für sie zu schwer ist. Aber wenn du die meisten fragst, was passiert mit einem, der Moslem ist und dann austritt, die meisten werden sagen, ja, laut Islam muss der getötet werden. Das ist die Mehrheitsmeinung. Und die stützen sich natürlich nicht auf ihre eigenen Gedanken, sondern auf den ganz klaren Hadith, wo Mohammed sagt, wer seine Religion wechselt, tötet. Da kann nicht ein Gelehrter aus Deutschland heute kommen und sagen, ah nee, das stimmt nicht und so weiter. Das ist in den Quellen drin. Und für die meisten Moslems ist es relevant, was Allah und Mohammed ihnen gesagt hat und nicht, was ein heutiger Imam ihnen sagt. Verstehst du? Das kann dadurch nicht ersetzt werden einfach. Also ich bin der festen Überzeugung, auch wenn man Statistiken darüber macht, dass wenn überhaupt 10% der Muslime in Deutschland überhaupt praktizierend sind, wenn überhaupt. Es ist egal, wie viele praktizierend sind. Es geht um die Folgen, verstehst du? Es geht um die Folgen. Schau mal, einer, der Islam und Islamisierung befürwortet, auch wenn der selbst nicht praktizierend ist, allein wenn er das befürwortet, ist schon negativ für das Land. Musst du nicht selbst erobern. Es ist genauso wie jetzt bei den Attentätern. Einer schreit Allahu Akbar, sticht auf Leute ein und dann sagen die, Ja, aber er hat manchmal Alkohol getrunken. Sein Mitbewohner aus der WG hat gesagt, er war nicht so praktiziert. Ja und? Was interessiert das die Leute? Die Leute wurden trotzdem abgestochen von einem durchgeknallten Moslem. Ob er praktizierend war, ob er sich an seine eigene Ideologie zu 100% gehalten hat, das ist absolut zweitrangig. Verstehst du? Das ist zweitrangig. Ja, wenn jetzt irgendein Kanake jemanden abschlägt, dann ist es doch meistens nicht an der Religion. Das hat doch meistens was damit zu tun, weil er sich irgendwie gekränkt fühlt oder in der Schlägerei den Kürzeren zieht und dann halt mit. Das gibt es auch. Das gibt es auch. Und das ist auch ein Problem. Ja, und da sage ich, da ist das Problem halt in dieser Kanakenkultur, gewaltverherrlichende Kanakenkultur, die aber sich auch natürlich aus dem Islam abfällt. Warum ist das so? Welche Religion haben die meisten Kanaken, wie du sagst? Sind doch Moslems oder nicht? Oder sind das Russen und Polen? Sind doch Moslems. Ja, wo haben sie ihr Bild? Wo haben sie ihre Gewaltaffinität und so weiter? Und ich rede nicht von solchen kriminellen, so im kriminellen Milieu, sondern ich rede von richtigen Anschlägen, die islamisch motiviert sind. Ich denke schon, dass das eher kulturell bedingt ist. Schau, am Endeffekt egal, ob Islam oder kulturell, von mir aus kannst du es so ändern, dass wir dann sagen, ja, dann hauen wir halt die Kulturen raus. Dann tun wir alle islamischen Kulturen raus. Okay, dann ändere ich das so ab. Keine De-Islamisierung oder nichts gegen Islam, aber gegen islamische Gewaltkulturen. Kannst du von mir aus sagen? Islamische Gewaltkulturen. Ja, islamische Gewaltkultur ist das. Ja, ist doch so. Das ist schon ein bisschen weit hergeholt, mein Freund. Weit hergeholt. Liest du Nachrichten? Liest du Nachrichten? Siehst du, was jeden Tag in Deutschland passiert? Was ist daran weit hergeholt? Ja, aber da sehe ich auch Afrikaner und so, die Christen sind zum Beispiel. Das interessiert mich nicht auf die Christen. Wenn die gewalttätig sind, dann vorbei. Oder letztens war es ein orthodoxer Kasache, der da einfach auf dem Jammat welcher abgestochen hat. Du nimmst jetzt Ausnahmefälle, wo es auch mal ein afrikanischer Christ oder ein georgischer Christ oder was weiß ich. Die große Masse, die große Masse sind Moslems. Und abgesehen davon, mein Ziel ist nicht immer nur Islam, 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 sondern ich kritisiere auch Masseneinwanderung. Ich will auch nicht Millionen elitreische Christen oder sowas hier haben, weil die kulturell einfach so unterschiedlich sind, dass das nicht funktioniert und fertig. Also, Islam ist halt Hauptfaktor, aber es gibt auch andere Probleme. Lassen wir ein paar andere Leute hier rein. Okay, aber woher soll Deutschland die Arbeitskräfte holen? Die sagen doch, uns fehlen zwei Millionen Arbeitskräfte. Woher sollen die die holen? Bitte kommen wir nicht mit Arbeitskräftemangel erst einmal. Wie viele Arbeitslose gibt es, wie viel deutsche Arbeit oder wie viele Arbeitslose gibt es schon im Land? Die kann man umschulen, die kann man besetzen und so weiter. Das, was fehlt, sind hochspezialisierte Fachkräfte in gewissen Bereichen. Und die Asylanten, die herkommen, sind die Letzten, die überhaupt zu so etwas, die dafür geeignet sind. Weder sind sie qualifiziert dafür, noch sind sie geeignet. Und wir sehen seit 2015, Fachkräfte, 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 Millionen kommen ins Land, Millionen kommen ins Land und immer noch Fachkräfte, Fachkräfte. Wir haben doch schon Millionen reingeholt. Warum werden die Stellen nicht besetzt, wenn es darum geht? Das ist eine von vielen Lügen. Es ist eine von vielen Lügen, um die unkontrollierte muslimische Masseneinwanderung zu rechtfertigen. Es ist nichts anderes außer eine riesige Lüge. Hi, Peti. Hi. Alles klar bei dir? Ja. Erinnerst du dich noch an mich? Hallo? Warum sollte ich mich an dich erinnern? Hast du, hört man mich, weil ich sehe gerade... Ja, man hört dich. Hast du, man... Okay, ja, wir hatten letztens diese Diskussion gehabt. Da war der Ilya ja mit dabei. Und da meinte er, ja, da ging es ja um Geopolitik und so weiter. Ja, was genau? Wo ich gesagt habe, dass Soros mit da reinhängt, also dass er da was zu tun hat mit Amerika und so... Ach so, ja, 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 ich erinnere mich, ja, genau. Weißt du, ja, ja, da habt ihr mich einfach so rausgekickt, weil ihr meint, ich wäre Moslem oder so. Hast du eine, hast du einen Anspruch auf unbeschränkte Diskussion hier im Livestream oder was? Hast du doch keinen Anspruch drauf? Ja, wir haben auch genug geredet, das stimmt. Aber ich... Danke, Yusuf. Ich habe mal... Ich habe mal, ähm, hier, äh, guck mal, ähm... Die hat nicht vielleicht letztlich... Ich habe mich letztens vielleicht nicht so klar und deutlich ausgedrückt, ne? Wenn ich, äh, sage, es geht nur um mich, dann, dann heißt, äh, ähm, dann heißt es nicht, dass mir alles andere egal ist. Weißt du, was ich meine? Ach, der Kurde, jetzt, jetzt, ja, Kurde, ja, okay. Weißt du noch? Ja, genau, genau. Aber ich, ich zeig dir mal ein, äh, ein Beispiel, wie ich, wie ich das mit Interesse meine, guck mal, ich will ja AfD, ne? Weißt du? Super, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Und, ähm, ähm, ich will die AfD aus bestimmten Gründen, weil sie haben, äh, meine Ansicht in Vertritt, weißt du, was ich meine? Ja. Und so wird meine Seite Partei. Aber das heißt, das meine ich ja halt, ne? Zuerst komm ich, ne? Und, äh, der, also, dann kommt der Rest. Und so meine ich das halt mit Interesse. Ja. Aber so, so geht's ja auch, oder? Ja, ich meine, das ist eh vernünftig, das, was du sagst, ist vernünftig, das ist ja logisch. Du wählst die Partei, die in deinem Interesse handelt, also, das, dann geht's ja nicht, das haben wir ja gar nicht kritisiert, das ist ja was ganz anderes. Ja, ja. Aber, guck mal, ich hab jetzt, ähm, lass mal so über ein paar Fakten reden, ne? Ähm, jetzt meint ihr ja irgendwie, äh, die AfD, äh, von 2015 bis 2023, nee, 22 sind 10 Millionen Flüchtlinge hergekommen, ne? Fast alles junge Männer. Also, wenn ich jetzt so oft die Straße gehe, ne, wenn ich auf die Straße gehe, ne, dann haben, also in Westdeutschland zumindest, ne, überall was, da haben ja die Migranten schon die Straßen erobert, oder? Ja, ja, schon, sieht schon danach aus, oder? Ja, hörst du mich? Ja, ich hör dich jetzt, hast du mich wohl gehört? Ja, ja, das sieht schon danach aus, dass die Migranten die Straßen erobert haben, oder nicht? Ja, klar, klar. Und, ähm, dann ist natürlich jetzt die Frage, so, überleg mal, die nächsten 10 Jahre, wenn nochmal 10 Millionen kommen, ne? Ja, eh. Und diese 10 Millionen, die schon da sind, die machen auch alle Familien und so. Ja, ja. Also, grünen Familie und holen ihre Familien nach, äh, wie soll es dann so weitergehen? Ja, eh. Wie läuft der Tomaten noch, ne? Das fragen sich viele. Wenn du jetzt schon, äh, nicht normal spazieren gehen kannst in deutschen Fußgängerzonen und wie es da, und wie es da schon ausschaut wie in, äh, Damaskus und in Bagdad. Ja, kannst du dir vorstellen, wenn das jetzt so weitergeht, immer mehr Deutsche hauen ab, ja, die gut verdienten, ich glaube, 200, 300.000 im Jahr verlassen Deutschland, gehen USA und was weiß ich was, fangen rüber. Also, dort wo sie halt besser leben, Schweiz und so weiter, Kanada. Ja, äh, die anderen Deutschen ziehen sich aufs Land zurück und die Städte werden geflutet mit mehrheitlich muslimischen, muslimischen Migranten, die mehr Kinder bekommen und so weiter. Und das Land ist jetzt schon in einem katastrophalen Zustand, jetzt schon, geschweige denn, wie es ausschauen wird in, was weiß ich was, pff, übel. Du kannst jetzt schon, jetzt schon eigentlich nicht normal leben so, kommt drauf an, wo natürlich. Aber, pff, wenn das so in diesem Tempo weitergeht, das ist, das heißt, was hat das noch mit Deutschland zu tun, Alter, hört mir auf, streicht, streicht dieses Deutschland komplett raus, bundesbunte, bundesbunte Republik, könnt ihr das nennen, bundesbunte Republik, aber mit Deutschland hat das nicht mehr. Das ist ja überall in Westeuropa so, weißt du? Achso, ja. Ich habe gedacht, du sagst Westdeutschland. Ich wollte sagen, Ostdeutschland wird auch immer schlimmer. Gerade jetzt, weil jetzt kommen viele Flüchtlinge, übrigens auch das, was ich dir gesagt habe, heute habe ich wieder gelesen, mit russischer Visa über Belarus und dann Tschechien, Polen, nach Deutschland. Und die landen alle in Ostdeutschland. Und deswegen hast du zurzeit so viel aus Ostdeutschland, weil die alle über die Ostroute kommen, nicht über Balkanroute oder Mittelmeer oder Spanien, sondern über die Ostroute Belarus, Polen, Tschechien. Und jetzt wird Ostdeutschland, ist richtig immer voller. Ist immer voller jetzt. Und Ostdeutschland hat ja nicht so viele Einwohner. Ich glaube, die haben ja nur 3 Millionen. Ja, es ist voll dunm besiedelt. Ja. Dann ist Ostdeutschland ja genau wie hier. Ja, klar. Und Westdeutschland ist schlimmer. Westdeutschland ist wie Frankreich und Ostdeutschland ist wie Westdeutschland. Danke, Jusa. Vielen Dank. Ja, okay, krass. Ja, aber... Und dann sage ich dir eins, was ist dann passiert? Dann geht es nicht nur den Deutschen an den Kragen, sondern dann wird auch... Dann werden die Muslime auch abrechnen mit linken Kurden. Ja, türkische, türkische muslimische Sunniten werden dann aufräumen wollen mit linken Kurden, mit PKK und so weiter. Sunnitische Moslems werden dann aufräumen wollen mit Jesiden und so weiter. Diese ganzen Minderheiten, ja, oder syrische Christen, Armenier, diese ganzen Minderheiten, christliche Minderheiten, die im Land sind, die werden auch massiv unter Druck kommen, wenn Moslems in der Mehrheit sind. Deswegen wählen ja auch viele von den rechts und so weiter, die einzelnen Parteien, die das verhindern wollen. Auch wenn sie selbst zum Beispiel... Du kannst linker Kurde sein, aber trotzdem AfD wählen, weil AfD trotzdem auch für dich als linken Kurde dein Interesse noch am meisten verfolgt. Ganz kurz, ich möchte mit dem ganzen links-rechts nichts zu tun haben. Ich bezeichne mich nicht als links, weißt du, oder als rechts. Mit deutschen Begriffen will ich nichts zu tun haben. Ja, aber man muss sie trotzdem verwenden, weil du kannst nicht einfach Begriffe löschen. Ich weiß schon, du kannst sagen, ich für mich persönlich, ich verstehe schon so, dass man sich da nicht mehr einordnen kann, weil man darunter nichts mehr versteht. Diese Definition ist überholt in diesem Sinne. Aber das schon zu sagen, ist ein Anzeichen für Rechtsextremismus, das weißt du. Wenn du sagst, ja, für mich gibt es sich links-rechts, dann sagen alle Linke, oh, damit hast du dich geoutet, du bist Nazi und so weiter. Ja, aber guck mal, wenn du jetzt sagst, wenn hier alles islamisch ist, du hast recht, wenn zuerst die Gegner bekämpfen, die Jesiden, die Christen und so weiter, aber das Land, das wird dann erst recht untergehen, oder? Weil, wenn alles islamisch ist, und die Muslime bekämpfen sich auch untereinander, das jeweils, guck mal, man tut immer so, die Muslime, die tun immer so, ja, wir Muslime gegen alle und so weiter, gleiten zusammen, aber das stimmt gar nicht. Die Muslime bekämpfen sich ziemlich stark untereinander. Ja, ja, später dann auch, ja, sie halten zusammen, müssen sie die Macht erobern und dann fangen sie untereinander an, das ist natürlich, ja, genau, genau. Das kann sein, aber das ändert die Zeit, dann hast du hier Mord und Tod. Schau Taliban an, in Afghanistan, Taliban, ah, wenn wir an die Macht kommen, dann wird das Land blühen, alles wird super. NATO zieht ab, Taliban kommen an die Macht, schau, die Leute stehen vor Banken, Banken zu, sie können kein Geld abheben, die Leute hungern, ja, an jeder Ecke, Scharia, Polizei kontrolliert die Bevölkerung. Und was fängt an? IS-Khurasan, also IS in Afghanistan bekämpft die Taliban, macht Anschläge, tötet Taliban und wird immer gefährlicher und will auch Anschläge in Europa und im Westen machen. Das heißt, sobald die Machtergreifung kommt, dann setzt dieser innerislamische Konflikt, der fang dann auch an, das stimmt. Also, da haut natürlich, guck mal, die islamische Ideologie rein, ne? Ja, genau, genau. Letztendlich, es ist ja so mit dem Islam, ne? Guck mal, wenn man, was, was, guck mal, Religionen sind nichts für mich, weißt du? Religionen sind viel Schwachsinn, weißt du? Religion. Das ist deine Meinung. Wenn wir es ganz untersachlich betrachten, ne, nehmen wir die Islam jetzt an, ne, ich, wenn man, wenn ihr so diskutiert, auf, also auf, hier auf TikTok, auf YouTube und so, ne, ihr sagt immer, ja, Allah hat es gesagt, Allah hat es so gemacht, Allah hat es so gesagt, okay, das steht da so drin, ne, aber ganz sachlich gesehen, guck mal, der Koran, ne, der ist doch komplett nach Mohammeds Interessen ausgerichtet, warum sagt das keiner? Ja, das sagt man oft, das habe ich oft schon erwähnt, dass zum Beispiel Mohammed, alle Muslime dürfen nicht mehr als vier, nur vier Frauen, Mohammed, auch unbegrenzt Frauen, viele Verbote oder das mit, mit seinem, mit seinem Neffen, wo er seine Frau quasi ausgespannt hat und so weiter, so wenig öfter, dass Mohammed so Ausnahmegenehmigungen für sich gewohnt hat. Es hat ja mit Gott, ne, nichts zu tun. Ja. Es ging einfach nur darum, seine Interessen. Ja, so einfach ist es nicht. Das ist jetzt aus deiner Perspektive, aus einer aufgeklärten Perspektive, aber für Muslime, du musst auch schauen, wie die Gegenseite überlegt. Das weiß ich, ja. Und so weiter, und das ist das Problem. Du kannst nicht nur sagen, das ist meine Sicht, das hat nichts mit Gott zu tun, das war alles nur Mohammed. Nein, nein. Aber sie glauben nicht dran, sie glauben anders, sie machen das so. Genau, was ich meine, also ganz sachlich gesehen, wie gesagt, das hat mit Gott und so nichts zu tun, mit Allah, dies, das, es ging ganz sachlich gesehen um Mohammeds Interessen, so ist der Koran ausgelegt. Das sage ich, natürlich muss man auch sagen, für die Muslime, die sehen das natürlich anders. Das muss man natürlich erwähnen, das ist richtig. Aber ich finde, dass, weißt du, diese, diese, diese Komplexität, ne, die sollte man auf jeden Fall aussprechen, ne, wie das in der Realität ist, ne, und wie das natürlich mit dem Glauben ist. Ja, das mache ich doch ständig, Mann, das mache ich doch ständig. Das muss man auf jeden Fall machen, ja. Aber jetzt, komm mal, das ist eine andere Sache, ne, guck mal. Warte, ich kann nicht so lange, ich muss mir Fragen beantworten. Sag noch eine Sache, komm. Achso, von 1,1, 1,1, sag noch mal. Aber ich finde schon, weil du hast letztes Mal gemeint, die Mehrheit der Deutschen, ne, die wäre gegen sowas, ne. Aber ich, ja, aus meiner eigenen Erfahrung, ne, die Mehrheit der Deutschen Vito-Links-Grün, auch, äh, auch wenn es alle, klar, viel, die sind viel manipuliert, ist wichtig, ne. Aber irgendwann, ne, kann man nicht mehr die Begründung von Manipulation nehmen, weil das ist so krass, dass es abgeht. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, das kritisiere ich ja auch an den Deutschen, dass ich denke, egal Medienmanipulation, öffentlich-rechtliche, man muss, ich weiß nicht, wie behindert man im Kopf sein muss, um sich noch manipulieren zu lassen. Das ist natürlich auch die Kritik von mir an Deutschen oder auch von den Deutschen, die es begriffen haben, an den anderen Deutschen, dass sie sagen, hey, seid ihr gestört im Kopf? Was wählt ihr für Parteien? Was wählt ihr für Politik? Ja. Wie schlimm soll das noch im Land werden, äh, bis ihr mal aufwacht? Das ist, ja, da gebe ich dir recht. Also, vielleicht wollen die es ja doch, oder? Die meisten. Ja, natürlich gibt es einen, nicht Großteil, aber einen großen Teil in der deutschen Bevölkerung, wo ich sage, das ist so, du kannst es so betrachten wie, 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 wie sagt man, Selbstmord. Ein Teil eines Volkes, welches sich selbst quasi vernichten will, sich selbst auslöschen will. Wir sind so schlimm, wir sind für das alles, für das Schlimmste verantwortlich. Wir haben keine Existenzberechtigung mehr, uns sollte es nicht mehr geben. Wir sind so schlimm, wir haben alles, wir sind schuld am 1., am 2. Weltkrieg an allem, uns sollte es nicht mehr geben. Das sagen sie ja selbst offen. Ja, klar. Das sagen sie selbst offen. Ja. Ja, schwierig, aufgau auf jeden Fall. Ja, du hättest Fragen beantworten, alles klar, ne? Hey, danke dir, gell? Ja, okay, gerne, mach's gut, ne? Ciao. Ciao, ciao. Das ist kein Senf auf meinem Hemd, das ist das Logo, das ist kein Senf, was für Senf, als ob ich mit schmutzigem Shirt in Livestream gehe. Für wie asozialiert er mich? Um Hemd und nicht Senf, mein Glück. Jürgen Lusenski, wieso hast du Kollegen an deinem Diagramm direkt in der Mitte angeordnet? Grüße. Boah, Kollegen an deinem Diagramm, warum ich ihn in der Mitte? Ich habe ihn nicht ganz in der Mitte, glaube ich. Ich wollte ihn mehr so in Richtung, in Richtung, in Richtung, äh, boah, jetzt habe ich die Kategorien, meine eigenen, meine eigenen erfundenen Kategorien habe ich vergessen. Ja, er hat, weil ich denke, er hat, in ein paar Sachen hat er schon Zweifel, aber er ist halt jetzt zum Islam konvertiert und jetzt bleibt er halt so. aber echter Berliner, komm rein, echter Berliner, komm rein, wenn du dich traust. Komm, komm rein, wenn du zur Fetzung willst. Oh, letzter Überlebender von Terroranschlag. Der einzig Überlebende von Terroranschlag in Wien. Hey, letzter, der letzte, der letzte Überlebende. Wie geht's? Du, du, du hast eine, dieser heftige Tipp. Brambo, alles klar bei dir? Ja, bei dir. Sag, wann bist du schon live, Mann? Wann bin ich live gegangen? Du weißt, bei TikTok ist keine Uhrzeit, so, äh, eine Stunde fast, nicht mal, glaube ich. Ach so, so, okay. Ja, aber ich bin auch parallel, bin ich auch bei YouTube noch. Auf wie viel Stream, wollte ich fragen, auf wie viel Plattformen streamst du gleichzeitig? Momentan auf YouTube, 950, auf Twitch, weiß ich nicht, habe ich nicht, hoffe. Was, mit D-Live gibt's das nicht, ne? Ich war nie bei D-Live, gibt's schon, aber ich war nie bei D-Live, keine Ahnung, ich hab das so, hat mir nicht so gefallen, die Plattform. Wie war's gestern? Ja, gestern war ich im Stream von Kian, ne, war gegen fast vier Stunden, also gegenüber vier Stunden. Ja? Ja, das war's. Ziemlich, halt, Themen, die üblichen Themen halt, ne, nichts Neues, großartig. Eben wegen dem Terroranschlag zum Beispiel haben wir ja geredet. Keiner traut sich mehr live zu kommen hier, Alter, was für Schisser, Mann. Keiner traut sich live zu kommen. Wie die Schisser, Alter. Wie die Schisser. Immer großes Maul, bla, 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 Alter, und jetzt keiner kommt. Ja, da ist ja noch ein anderer, sehe ich gerade, okay. Also, also lief gut gestern, ne? Ja, normal ist das Smalltalk übliches, gerede halt über die Themen, was Davis ist. Genau. Bist du auf TikTok manchmal live? Ja, ich bin eben live auf TikTok, aber jetzt nicht wegen dem Thema jetzt, ne, was du machst. Und natürlich spreche ich das auch hin und wieder an, wenn ich gefragt werde. Aber die meisten, die bei mir dann reinkommen, das sind Leute, die halt diese lustigen Videos halt bei mir feiern, ne? Wie viele Leute hast du im Live ungefähr? Nicht viele, echt. Vielleicht zehn oder so, ein paar Mal. Ja, wirklich nicht viele. Aber ein Video ist wieder allgegangen, gell? Ja, mehrere Videos sind viral gegangen. Insgesamt, meine ganzen Videos insgesamt haben, glaube ich, über drei, insgesamt über drei Millionen Aufrufe. Aber TikTok, ja, TikTok ist so, keine Ahnung, Alter. Der macht, was er will. Ich sehe manchmal so welche, Video zwei Millionen viral gegangen und der hat 500 Abonnenten. Denke ich mir, was bringt es, dass du jetzt viral gegangen bist, wenn du, wenn du keine Stammzuhörerschaft oder Zuschauer hast. Ich sag dir ehrlich, da ist, YouTube hat eine verlässlichere Reichweite. Ja, YouTube ist tausend, ja, in der Hinsicht YouTube, ich weiß immer ungefähr, wie viele Leute und fertig. Und TikTok ist so, keine Ahnung, so, was ihr da, dort... Ja, sicher ist, das stimmt die Relation, ich sehe, manche, die haben eine Million Follower und dann haben die ein Video, was nicht einmal 100.000 Aufrufe erreicht. Und dann das nächste Video, was die hochmachend geht, geht aus Kolb noch die Decke. Ja, so, keine Ahnung, Alter, es ist komisch, komisch, TikTok. Ja, 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 voll. Hier eine Frage, Irfan Teris, der Islamistenjagd. Wie sieht es eigentlich mit dem morgigen Boxkampf der Asis aus? Gibt es da eine Chance, bei dir reinzugucken? Vielen Dank nochmal für alles und Grüezi aus der Schweiz, ich esse jetzt meine Raclette. Vielen Dank. Ich bin morgen unterwegs, deswegen, ich werde nicht live auf den Kampf reagieren. Aber ich schaue ihn mir nachher an und dann schaue ich, äh, und dann reagiere ich drauf. Was für ein Kampf? Böse Mann gegen Manuel sind morgen. Ja, bitte. Was glaubst du, wer gewinnt? Oder was ist das? Die machen sich so peinlich damit. Was ist das? Der eine, alter Zwerg, nur so, der andere 150 Kilo, alter. Blödsinn. Weil nach 20 Sekunden kann er nicht mehr atmen, weil er keine Kondition hat, Mann. Ja, egal, die machen damit aber Kohle, was? Die machen ein bisschen Kohle damit, denen sich auch egal. Ja, ich habe gesagt, Gewinner, Sieger gegen mich, gar kein Problem. Ey, was glaubst du, was für Security da sein musste, wenn tatsächlich ich da campen würde, jetzt gegen Manuel ist ein böse Mann. Ich glaub, das kommt gar nicht zum Spanien, Mann. Nur Karnacken dort. Die bräuchten 500 Sicherheitskräfte, damit ich da nicht gelüncht werde. Ja, auf jeden Fall. Das liegt gar nicht hin an. Stell dir vor, die kommen ja immer so mit 100 Fans und was weiß ich was und dann haue ich einen K.O. oder sowas. Die würden den Boxring stürmen, das wäre Eskalation vom Feinsten. Ich weiß nicht, wo das war. Ich glaub, Sinan Di gegen böse Mann, glaub ich, war das. Da war mehr Action unter diesen Zusehern, ne? Die haben sich viel mehr gefügelt, als die... Die Asis, Mann, Alter. So Asi-Karnacken, die da... Immer dasselbe. Überall nur sich 10 Asi-Karnacken versammelt. Dort hast du Schlägereien, dort hast du rumgeklauert. Dort hast du den ganzen Scheiß, Alter. Und dann die Asi-Karnacken, die zuhören, ihr wisst, dass das so ist, Mann. Ihr wisst es. Überall, wo ihr hinkommt, habt ihr nur Scheiße im Kopf. Und nur Scheiße bauen, Scheiße machen, schlagen, bedrohen, bla, bla, bla. Ich muss aber schon dazu sagen, danach haben sich auch wirklich viele Ausländer sich davon distanziert und das auch öffentlich verurteilt und sich dafür geschämt. Ja, ich red nicht von Ausländern allgemein. Ich red speziell von diesen Asi-Karnacken, die sich so so verhalten, verstehst du? Und davon gibt es einfach zu viele, Mann. Zu viele. Ja, stimmt schon, das stimmt. Das haben die Leute auch keinen Bock. Deswegen wollen solche Leute auch nicht solche in Discos haben oder sonst was. Überall, wo sie auftauchen, sie können nicht friedlich sein, genießen oder locker bleiben. Sie müssen gleich... Den üblichen Scheiß, Alter, du weißt es. Ja, so wie auf der Kundgebung, so wie auf den Kundgebungen, ne? Ja, ja, wie auf die Kundgebung, da auch, ja. Überall, so. Ja, keiner traut sich, Alter. Keiner traut sich von den Schüssen. Alle Angst. Samir, erzählt Samir. Hallo. Hallo, hallo, Samir, hallo. Samiré. 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 Ok, er schläft. Er ist Moslem geworden, aber seit zehn Jahren ist er nicht praktizierend. Geborener Zeugen Jehova, Moslem geworden, aber zehn Jahre nicht praktizierend. Wie ihr seht, ist ein Problem. Alles gut. Hallo, Violeta. Hi, Yvonne, hi, Yvonne. Guten Abend und Shalom. Gottes Frieden sei mit uns. Amen. Wie fandest du den Stream? Oh, sehr düster, ganz ehrlich. Aber ich... Sehr, sehr, sehr düster. Wahnsinn. Aber was hast du erwartet, Satanismus? Was hast du erwartet? Ja, 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 natürlich. Aber ich musste genau hinhören, ob er denn wirklich... Na ja, die pure Wahrheit sagt oder nur so ein bisschen Futter gibt und so ein bisschen in die andere Richtung lenkt. Man muss genau hinhören, was die Leute sagen. Und was ist dein Eindruck? Mein Eindruck ist so ein bisschen Mittelmaß. Also es ist noch nicht so das ganz, ganz... Ja, also er sagt ja nicht, er sagt ja nicht, dass er Christ ist oder sowas. Er sagt so, spricht auch schon über seine... Das meine ich nicht. Ich meine dieses Satanismus-Zeug. Wenn du darüber was erfahren willst, kann ich dir wirklich sagen, auch wenn viele ein Problem haben mit Reza Harapur in irgendeiner Art und Weise, aber diese Thematik Satanismus, Illuminati, diese Aufklärung von Reza Harapur ist wirklich top. Also wenn du da Interesse hast, musst du ihm zuhören, weil da ist er wirklich absolut top. Ja. Aber das Stream war schon interessant auf jeden Fall. Also ich finde das interessant und es hat sich ergeben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nur Satanismus, Satanismus... Alter, dieses Thema macht mich so zu... Ich weiß nicht, was ich meine. Irgendwann nervt es. Ja, ja, besser nicht. Du erfandest, es ist wichtig für dich, dass du erstmal biblisch fest wirst, weil du wirklich mit der Bibel dich und mit gesunden Brüdern begibst, dass du wirklich im Wort Gottes gefestigt bist und agieren kannst. Wenn Fragen kommen, dass du... Weißt du, wie du im Islam oder in der Politik fest bist, dass du auch mit den biblischen Dingen antworten kannst. Das ist wichtig. Dinko. Stremer. Nichts bei dir. Nicht viel. Chill. Wo bist du bei dir jetzt noch voll hell draußen? Bei mir ist nicht hell. Was? Mach mal ein bisschen leiser deine Hintergrundgeräusche. Bei dir ist es voll hell draußen? Nein, das ist nur Licht. Es gibt so eine Erfindung, Lampe, Licht. Auch nachts, dann kann es hell ausschauen, ja. Ja, was gibt es? Erzähl, komm, erzähl, gibt es was Interessantes? Na ja. Ja, genau. Egal, schau es mal raus. Aber TikTok ist langweilig jetzt schon. Wenn keiner sich traut zu diskutieren, ist man... Wo sind denn all die Burschis? Wie ein Schiss. Na, alles gut? Ja, bei dir? Gut. Ich hätte mal eine Frage, Irrfan. Ja. Also, du bist wie wiedergeborener Christ, richtig? Also, du hast dich getauft. Christ, ja, Christ, weiter. Meine Frage, inwiefern hältst du das vereinbart mit deiner Tätigkeit für die FPÖ und AfD etc. etc.? Könnte ich mal wirklich verstehen. Inwiefern widerspricht sich das? Du musst das erklären. Ich weiß nicht, was inwiefern das jetzt dem Glauben widersprechen würde, für eine rechte Partei oder sowas tätig zu sein. Ich sag mal so, Chorbinismus, Nationalismus und all diese Sachen. Ich sehe da jetzt keine Schnittmengen mit dem Glauben. Überhaupt nicht. Nein, du musst jetzt mal... Du musst erst mal... Was heißt weltliche Sache? Du musst erst mal die Widersprüche aufzeigen und sagen, hier, glauben, das, was die AfD oder FPÖ macht, das verstößt gegen den Glauben. Das musst du erst mal jetzt. Du sagst Nationalismus. Es gibt in den Parteien, gibt es liberale Rechte, Nationalisten... Was? Was? Dass ich Menschen mit einem bestimmten Hintergrund, wie soll ich sagen, bevorzuge, gegenüber anderen Menschen. Beispielsweise, dass ich sage, ja, die Europäer sind dies und jenes, ja, und andere Leute sind dies und das. Und das sehe ich bei der FPÖ sehr oft. Und das ist ja in Österreich, warum sage ich jetzt einfach mal... Ja, insbesondere mit diesen Identitären, ja. Also, das... Das ist schon mal auf einer Ebene mit NPD. Okay, ist auf keiner Ebene mit NPD. Und ich kann mich zum Beispiel jetzt an die Kundgebung mit Martin Sellner, weil du Identitäre erwähnst, er hat oft gesagt, und er sagt sogar öfter als ich, wir haben nichts gegen andere Kulturen. Wir wehren andere Kulturen nicht ab. Nur wir wollen sie nicht hier haben. Kulturen, die nicht hierher passen, wollen wir nicht hier haben. In ihren Ländern können sie ihre Kultur leben, machen, stolz sein und so weiter. Gar kein Problem. Danke, Sani. Aber es gehört nicht hierhin. Und schau, das ist halt immer der Denkfehler. Ihr begreift es immer so, oder viele begreifen es immer so als Abwertung oder als, wie sagt man, Entmenschlichung. Wenn ich sage, jemand oder es sollen gewisse Völker nicht massenweise hier reinkommen, dann heißt das nicht, dass ich sie entmenschliche oder sowas, sondern ich sage einfach nur, wir wollen sie hier nicht haben. Und ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch zum Glauben. Und das ist halt auch diese falsche Vorstellung durch die heutigen Kirchen, die mitmachen bei LGBTQ, bei Massenmigration und so weiter, die das ganze Politische, alles mitmachen, dass die Leute halt dann denken so, ach so, ach so muss der Glaube sein. Der Glaube muss sein, dass ich illegale muslimische Asylanten reinhole. Christentum muss sein, dass ich meinen eigenen Schlechter zu mir nach Hause hole und so weiter. Irfan, darauf beziehe ich mich gar nicht. Ich lehne auch diese Sachen mit LGBTQ, insbesondere von diesen Amtskirchen ab. Und ich will auch keine Massenmigration oder sowas eben. Darauf beziehe ich mich doch gar nicht. Aber wo ist der Widerspruch? Dass man natürlich nicht alle Welt aufnehmen kann. Ich glaube, das ist auch nicht der Anspruch von den meisten Menschen. Aber es geht darum, dass man bestimmte Thematiken auf eine sachliche Ebene thematisiert. Ja, wo bin ich nicht sachlich? Nicht versucht, den Ressentiments zu schüren, weißt du? Wie schüri ich Ressentiments? Ja, das ist alles schön und gut, aber du musst bezweilen, wo schüri ich Ressentiments? Wo tue ich was weiß ich was? Das trifft nicht zu. Verschließt, ich sehe nicht, dass das bei mir zutrifft. Guck mal, beispielsweise auf den Grundgebungen. Man kann ja ein bestimmtes Thema ansprechen. Man kann ja den politischen Islam oder den Islam ansprechend kritisieren. Aber ich merke schon, dass du sehr mit den Emotionen der Menschen spielst. Inwiefern? Inwiefern spiele ich mit den Emotionen der Menschen? Weil du sagst, dass du, okay, nehmen wir mal an, Jugendliche lassen sich provozieren. Dass du gerne damit spielst, wo du weißt, dass diese Kinder sind und dass es eigentlich nichts bringt. Ich spiele nicht damit. Und schon mal, die Sache ist, wenn ich etwas sage und Leute fühlen sich davon provoziert, dann ist das nicht mein Problem, sondern ihr Problem. Wenn sich Leute durch deutsche Nationalhymne provoziert fühlen, wenn Leute sich provoziert fühlen, wenn du sagst, wenn dir das Land nicht gefällt, dann verlass das Land und so weiter. Das sind alles ganz normale, stinknormale, logische Forderungen und Aussagen. Und wer sich davon provoziert fühlt, der stellt das Problem dar. Ja, verstehst du? Ich tue nicht provozieren, wäre für mich zum Beispiel, ich beleidige jemanden, seine Mutter oder sonst irgendwas. Das hat der Grund, auszurasten. Aber das, was ich sage, inhaltlich, nichts davon ist irgendwie unsachlich oder persönlich beleidigend in der Form, dass man sagt, hey, schau, du versuchst zwanghaft irgendwie zu provozieren oder so, du versuchst zwanghaft irgendwelche Konflikte darzustellen, sondern es zeigt nur das, was schon existent ist. Und ich sage dir, abgesehen davon, auch Provokation ist eine legitime Methode, Dinge, Probleme aufzuzeigen. Ich gebe dir ein Beispiel, eine Frau lernt einen Typen kennen und sie hat die Vermutung, dass er sehr aggressiv ist und dass er sie später in der Ehe schlagen wird. Also testet sie ihn, sie provoziert ihn und will sehen, was passiert. Und wenn er ruhig bleibt, dann sieht sie, ja, schau, er ist normal, meine Vermutungen waren falsch. Aber wenn er ausfüllt, bam, und sie wegboxt, dann war diese Provokation jetzt falsch oder war diese Provokation nur sinnvoll, weil sie nur gezeigt hat, was schon existent ist, was da ist. Es wirkt nur demaskierend und entlarvend. Und auch hier ist Provokation ein legitimes Mittel. Verstehst du? Ganz kurz so ein Mikrofon, das quietscht so ein bisschen. Also es kommt so ein Pfeifen drüber. Vielleicht ist das zu nah am Handy von dem anderen. Keine Ahnung. Bei mir oder bei Irfan? Nein, nein, bei Irfan. Weil der hat ja zwei Kanäle gerade laufen. Ja, so vielleicht besser. Danke, Sascha. Verstehst du das mit Provokation? Gut, es ist schon ein gewagter Vergleich. Aber guck mal, wenn es darum geht, ein bestimmtes Thema anzusprechen, das sehr wichtig ist, oder für dich jedenfalls sehr wichtig ist, eine gewisse Problematik, genau so, dass es sinnvoll ist, dies auf einem, okay, man kann natürlich ein bisschen, ich sag mal ein bisschen, was attraktives Reintun oder sowas ähnliches. Aber in einem Maß, dass es nicht schon kindisch wird, weißt du? Und ich sehe manchmal schon gewisse Dinge, man kann es auch von der anderen Seite kritisieren, das will ich nicht leugnen, aber ich sehe schon von beiden Seiten irgendwie schon, und das ist mehr so, wie soll ich sagen, Kinderkacke ist, ja, um das jetzt auch gut Deutsch zu sagen. Und was ist da dann Kinderkacke? Und das muss eigentlich nicht sein, ja. Ich will jetzt nicht spezifisch auf bestimmte Fälle eingehen, das wäre jetzt irgendwie ein bisschen, äh, ja. Schau. Also, ich finde, das ist keine Kinderkacke, und das Beispiel ist auch passend, weil hier geht es um viel mehr als das, hier geht es um viel schlimmere Auswirkungen. Dein Mikrofon macht Geräusche, Pedro. Bei mir? Ja. Ich mach mal. Es geht hier um viel, viel schlimmere, um viel, viel gefährlichere Sachen, nämlich um Millionen von Menschen, Millionen von Menschen, äh, die ein Fremdkörper in diesem Land darstellen. Und wenn das so weitergeht, dass das alles auf einen blutigen Bürgerkrieg hinausläuft, ja, auf einen blutigen Bürgerkrieg. Und deswegen... Aber dann musst du damit nicht. Guck mal, wo ist es? Pedro, warum übertreibt denn Irfan damit, wenn die Ideologie dieser Religion, ja, aufgeklärt und aufgezeigt werden muss, da diese Bestandteile sich nun mal da drin befinden? Es ist ja Fakt, dass diese Dinge da drin sind. Und wie der Irfan gesagt hat, wieso fühlt sich ein Mensch von jemandem angegriffen, der diese Dinge einfach nur aufzeigt und laut zitiert? Denn es ist ja nicht unser Gedankengut, dass wir behaupten, dass wir so denken, dass das so ist. Sondern wir zitieren aus den islamischen Quellen, die nun mal da sind, vorhanden sind. Warum fühlt sich der Moslem aufgrund seiner eigenen Schriften provoziert von Menschen, die dies aufzeigen? Erklär mir diese Logik. Wenn mir jemand... Er meint nicht die Schriften, er meint so die Art, wie wir reden, oder? Ja, aber die Frage, die wir reden, ist ganz normal und sachlich. Und auch mit einer gewissen Haltung und einer gewissen Kraft. Weil wenn du dorthin gehst und redest wie ein kleines Mäuschen, dann nimmt dich auch keiner wahr. Dann nimmt dich auch keiner ernst. Du musst gewissermaßen mit einer autoritären Persönlichkeit und Charakterstärke dort auftreten, weil du ja für etwas einstehst. Also das funktioniert ja nicht, wenn du da hingehst und auf Kuschelkurs tust. Du musst ja schon ein bisschen etwas auch repräsentieren in der Form, dass man dir auch Gehör schenkt. Weil es ist wichtig. Das ist völlig in Ordnung. Das ist gar kein Problem. Das war überhaupt nicht mein Thema. Ob man das hier thematisiert wird, ist völlig okay. Das ist euer Recht. Das ist eure Freiheit, dies zu tun. Ob man es mag oder nicht. Mir geht es nur darum, dass man das, ihr seid ja beide Erwachsenen, ihr seid ja in der BPE, auf eine Art und Weise geschieht, dass es, wie soll ich sagen, ich habe mich ja wiederholt, sozusagen mit dem Rahmen überschreitet. Schau, ich denke, ich denke... Das ist mein Punkt. Man kann es gerne auch rechnen anmachen. Roman? Schau, ich denke einfach, dass es nicht angebracht, diese Kritik, weißt du, warum? Auf der einen Seite hast du eine Handvoll Leute, die sachlich aufklären. Ja, wir sind alle Menschen. Kann sein, dass ich mal provoziere oder über die Stränge schlage und so weiter. Und auf der anderen Seite hast du fast immer einen wütenden Mob, die mit Umbringen drohen, die Dinge werfen, die angreifen, körperlich werden und so weiter. Und in dieser Situation kommt deine Kritik, ja, aber ihr provoziert ein bisschen zu viel. Das war so wie, keine Ahnung, das war so wie, zwei Leute stehen sich gegenüber, der eine haut mit Baseballschläger auf ihn ein, schlägt ihn zusammen und einmal schafft der andere ihn mal eine zu klatschen und dann kritisiert man den, der klatscht. Verstehst du, diese Kritik in dieser Situation, in dieser ist vollkommen unverhältnismäßig und vollkommen fehl am Platz einfach, vollkommen, vollkommen fehl am Platz, weil die massive Gewalt und Aggression und Gefahr, die von der anderen Seite ausgeht, einfach zu groß ist. Ich sage, selbst wenn ich den Koran dort zerreißen würde, wäre das noch meiner Meinung nach, wäre das noch im Rahmen. Verstehst du? Ich könnte auch so viel weitergehen und machen und sagen, das wäre angebracht in dieser Situation. Verstehst du? So schlimm ist die Situation. Aber was hättest du davon, wenn du den Koran verdrennst? Mache ich nicht und gar nichts davon will ich auch nicht, mache ich nicht, sonst würde ich es auch nicht machen. Ich meine damit, ich meine damit, in dieser Situation, in dieser Situation wäre es berechtigt, dass überall in Deutschland sich Bürger zusammentun und die Asylheime belagern und sagen, sofort heraus mit diesen Leuten, sofort, jetzt sofort. Wir stehen hier, bis diese Leute rausgehen, bis die Illegalen rausgehen. Verstehen wir? Heftigere Maßnahmen werden gerechtfertigt in dieser Situation, denn wenn es so weitergeht, dann wird es zum Knall kommen. Und dann kommen wir, ein kleiner Haufen von Leuten, reden bis in Klartext auf den Straßen und dann kommt gleich so, oh, ihr provoziert, ihr dürft das nicht, ihr dürft das nicht, ihr dürft nicht die heiligen muslimischen Goldstücke, dürft die nicht provozieren, dürft die nicht bedrängen. Bitte, hey, weißt du, was in Osteuropa los wäre, wenn das passieren würde, was in Deutschland passiert, weißt du, was auf dem Balkan los wäre, weißt du, was auf dem Balkan mit diesen muslimischen Migranten passieren würde, nach so ein paar Vergewaltigungen. Verstehst du? Und wenn das deutsche Volk nur ein Blut macht, nur ein Mucks macht, dann haut man schon drauf. Ruhe, Ruhe, du hast es zu ertragen, du hast deinen Maul zu halten, du hast alles geduldig und ruhig zu ertragen. Verstehst du? Stefan, wir können uns doch darauf einstimmen, wir stimmen dir in einen Punkt zu, dass das Justizsystem, das Rechtssystem momentan verschärft werden wird. Stimme ich dir in diesem Punkt, würde ich dir wirklich zu tun. Wenn wir uns wirklich die Strafen anschauen, für bestimmte Taten, die begangen wurden, dass Menschen überhaupt nicht bestraft werden, dass Leute im schlimmsten Fall mit Bewährungsstrafen davon kommen und dass Menschen, die kriminell sind, nicht abgeschoben werden, da stimme ich dir völlig zu, dass das sich ändern muss. Und das zu 180 Grad. Stimme ich dir völlig zu. Allerdings sollten wir damit keine Politik betreiben. Ich weiß, emotional kann ich aus einer emotionalen Winsicht verstehen, aber es gibt gewisse Dinge, wo man sich auch überlegen muss, okay, bevor man eine Sache tut aus dem Effekt, ist es besser, dass man innen hält. Ja, aber was, wo habe ich den Schaden angerichtet? Selbst wenn ich etwas über den Titel habe, wo habe ich den Schaden angerichtet? Du sagst, du bist ein Rechter, richtig? Ja. Ja, und bei euch Rechten merke ich leider immer wieder, dass ihr Probleme überdramatisiert, dass ihr versucht, eine Stimmung zu erzeugen, ja? Ohne, aber, ohne nachdenkliche, wo überdramatisiert ist, wenn ihr Lösungen findet, ja? Ich habe Lösungen, ich habe Lösungen. Ich habe die Lösungen und ich präsentiere auf die Lösungen. Was? Was für Lösungen? Was ist denn die Lösung? Okay, okay, wir schieben jetzt alle ab. Was passiert da? Ja, weil... Wir schieben jetzt alle Affiliaten ab, ja, alle Leute, die irgendwie einen subsidiären Schutz haben, schieben jetzt alle irgendwie nach Afghanistan, nach Syrien oder Irak, wo auch immer ab. Was dann? Schau, es kommt darauf an, redest du jetzt über ein Problem? Ob die Leute eine Ausbildung haben, die irgendwie erwärmt sind, was passiert dann? Ich habe nicht gesagt, meine Lösung liegt nicht in der plumpen Abschiebung von einfach Ausländern, das habe ich nie gesagt, so plump. Es kommt darauf an, redest du jetzt über Islam oder Massenmigration oder von beiden? Es gibt einen langen Katalog an legalen, sinnvollen Lösungen, das Problem zu lösen. Abschiebungen illegaler, Abschiebung krimineller, Schließung radikaler Moscheen, Verbot politischer Islam, Abschiebung von Hasspredigern und so weiter. Das sind jetzt nur so Kontra, das sind jetzt nur so Maßnahmen, wo es quasi in diese Richtung geht. Aber wo ich sage, es gibt ja auch viele Maßnahmen, die förderlich sind für das eigene Volk. Verstehst du, das Bildungssystem ist katastrophal. Der Schuldkult in Deutschland muss abgeschafft werden. Die Leute müssen wieder... Schuldkult? 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 Dass du gar nichts triktisieren darfst, weil du sonst direkt ein Nazi bist, direkt. Egal, was du sagst. Du darfst als Deutscher dein eigenes Land nicht lieben. Du darfst deine Flagge nicht hissen, weil sonst bist du ein Nazi. Aber jeder, jeder andere in jedem anderen Land darf sein Land lieben, darf für sein Land einstehen, darf patriotisch sein. Aber der Deutsche, der darf das nicht, weil er sofort als Nazi gilt, weil er sein Land liebt und sagt, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. So, das ist schon, bist du ein Nazi. Verstehst du? Und das ist ein Problem für dieses Land hier. Ein Riesenproblem. Das ist der Schuldkult, der absterben muss. Und auch der Deutsche hat das Recht, seine Flagge zu hissen, sein Land zu mögen und dafür einzustehen, ohne dass er als Nazi degradiert wird und verspottet wird. Wegen gar nichts. Weil jeder, egal ob Albaner, ich bin selbst Albanerin, unser Volk ist so nationalistisch, dass ich glaube, ich kenne kein anderes Land, was so nationalistisch ist wie die Albaner. Aber der Deutsche, der darf das nicht. Und das ist einfach ein Problem. Verstehst du das? Ich verstehe schon, was du meinst. Ich wundert mich wirklich, dass du das sagst. Wieso wundert dich das? Schuldkult in Deutschland, ist dir das nicht bewusst, was das bedeutet? Nein, ich verstehe schon, was du meinst. Aber gerade bist du auch stolz sein auf seine Flagge. Gerade, du weißt ja, bist ja sehr steingläufig. Nein, nein, ich rede jetzt gerade weltlich politisch. Nicht für mich als mit meinem Glauben, sondern weil du die Frage gestellt hast. Du tust so, als ob, wartet mal, du tust so, als ob man als Christ nicht stolz auf seine Flagge sein konnte. So als wäre der Glauben komplett gegen Nationen gerichtet. Als wäre das ein Widerspruch zu sagen, ich bin stolzer Deutscher und auch Christ oder sowas. Das ist doch kein... Aber du sagst doch nicht auf eine Sache sein, die du nicht erschaffen hast, die du die Menschen gemacht hast. Wer sagt das? Wer ist, dass das verboten ist? Wer sagt das? Darum geht es gar nicht, Pedro. Du hast die Frage gestellt, auf eine weltlich-politische Hinsicht hin, was meinst du mit Schuldkult für Deutschland? Und daraufhin habe ich dir diese Frage weltlich-politisch beantwortet. Das hat mit meinem Glauben, dass ich an Jesus Christus, an Gott glaube und ich ein Himmelsbürger bin, und mein Zuhause bei Gott, dem Vater ist, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Sondern ich habe auf deine weltlich gestellte Frage weltlich geantwortet. Alles gut, genau. Danke, kein Problem. Ja, aber mit typischem Schuldkult. Müssen wir doch klar sein, dass wir als Deutschland eine gewisse Verantwortung haben. Das ist doch okay. Ja, aber Verantwortung ist das eine und Schuldkult ist das andere. Das sind zwei verschiedene Sachen. Was heißt für dich Verantwortung? Was heißt für dich eine besondere Verantwortung? Beispielsweise diese Frage auch, der Zweiter Weltkrieg, Holocaust, dass wir irgendwie eine Erinnerungskultur haben. Dass wir gewisse Dinge erinnern, dass gewisse Dinge nicht mehr passieren. Ja, aber wie erinnern? Man kann daran erinnern und sagen, das war schlimm, das darf sich nicht wiederholen. Das war damals so. Die und die Leute waren die Täter und das ist erinnern. Aber es ist was anderes, den Deutschen wie so eine Art Erbschuld, die vererbt wird, die heutigen Generationen, die nichts mehr damit zu tun haben, eure Vorfahren waren das. Ihr wart das. Ihr dürft das. Und das ist das. Und da fängt der Schuldkult an. Schau mal, was andere Völker, was die Engländer gemacht haben, was Franzosen gemacht haben, was Amerikaner gemacht haben. Keiner zelebriert irgendwas, was in der Vergangenheit, was sie Falsches getan haben. Welches Volk zelebriert die dunklen Kapitel in der, jedes Volk hat dunkle Kapitel in der eigenen Geschichte. Kein Volk zelebriert das und sagt, wir waren so schlimm, wir waren so schlimm. Siehst du, das ist... Ja, aber ich kann auch nicht so ganz folgen, was dein Punkt ist, Pedro, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, was genau so dein Ausgangspunkt ist. Also, wenn man etwas kritisiert, dann ist es Kritik. Das kannst du verpacken, wie du willst. Es kommt immer darauf an, wie dein Gegenüber mit Kritik umgehen kann, ob er überhaupt kritikfähig ist. Du kannst es verpacken mit Gummibärchen und Schleifchen und er kann dir das Geschenk dieser Kritik ins Gesicht schlagen. Verstehst du? Kritik ist nun mal Kritik. Das kommt darauf dein Gegenüber an, wie er mit dieser Kritik umgehen kann. Ob er das annehmen kann, bedenken und analysieren kann. Oder ob er einfach ausrastet und Kritik einfach mit Füßen tritt und dich angreift aufgrund seiner Problematik in seiner Ideologie. Da kann ich oder er fahren oder Michael oder egal wer, wir können da nichts dafür. Verstehst du? Man muss sachlich an die Sache gehen. Ganz einfach. Okay, du beziehst dich bestimmt auf den dünften Punkt, also auf den herzlichen Punkt, die Art und Weise, wie man die Sache rüberbringt. Du beziehst mich auf alles, was du sagst, weil ich kann ihm nicht so ganz folgen, worauf genau... Ja, okay, die Diskussion geht mir zu lange. Ich höre jetzt jemand anderes. Ja, ich verstehe mal nicht mehr, sonst würde ich nicht angreifen. Aber, aber... Ja, aber du redest viel um den heißen Brei. Ja, irgendwie schon. Mein erster Punkt war einfach nur die Art und Weise, wie er auftritt, gerade um... Ja, ja, ich weiß jetzt nicht, was er... Ich tritt gemäßigt auf, ich tritt gemäßigt auf. War ja, nur eine Frage. Ja, das ist gar nichts, wie ich auftreten würde, wenn ich... Wie ich auftreten würde, wenn ich... Wenn es nach mir ginge, wie ich auftreten würde, mein Freund. Das ist gar nichts, Mann. Und selbst das ist auch schon zu hart für die Leute. Ja, also ich finde auch, das ist ganz normal und sachlich hervorgebrachte Schriften des Islams, die man zitiert, aufzeigt. Verstehe ich nicht. Ja, was heißt sachlich? Man muss doch nicht immer sachlich sein. Manchmal kann man auch provokant sein, manchmal... Wer sagt, dass man immer... Das ist halt einfach Kritik, Irfan. Das ist Kritik an einer berechtigten Sache, wie dem politischen Islam, der halt auch die Muslime selbst, die hier leben, bedroht. Was soll man da... Wie soll man das sonst machen? Ganz einfach. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ja. Ich bin nochmal von gestern. Ich habe vielleicht ein bisschen komisch reagiert. Wer von gestern? Was für gestern? Was war gestern? Was war gestern? Was war gestern? Das war gestern. Das war gestern. Ja, dafür wollte ich mich nochmal entschuldigen. Für was? Weil du dachte, dass ich wieder gedroht habe, aber ich habe da niemanden gedroht. Hey, an dem Abend haben wir 20 Leute gedroht. Wer warst du von den 20? Das weiß ich nicht. Nein, hier, mein Gewichtsvorsorge. Ich bin auch live. Ah, aus Berlin. Aha. Warum jetzt auf einmal entschuldigen? Genau. Aber wir vergessen die Sache. Deswegen, wenn ich auch hinkomme, bin ich bei dir auch entschuldigt gerade. So nimmt sich persönlich, weil ich bin von niemandem in dem Leben, das ist nicht mein Recht. Nur, was ich sagen wollte, warum ich so reagiert habe, ist, wenn ihr immer gegen den Islam hetzt. Okay? Wenn ihr immer gegen den Islam hetzt, gegen den, was früher passiert ist, weil die Leute halt den Krieg geführt haben, weil die das mussten, um sich zu ernähren, um die Familie zu retten oder keine Ahnung was. Das ist das gleiche so. Es kann auch zu den Deutschen gehen und sagen, hey, du hast eine Million Juden vergraßt, was ich meine so. Und warum siehst du das als deine Pflicht, dann jemanden zu bedrohen, der kritisiert? Aber wie habe ich dich dann bedroht, kann ich das sagen? Weil ich weiß, du hast gesagt, du wirst mich schlagen wie mein Vater oder irgendwie sowas hast du gesagt. Nein, 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 nein. Ich habe nur zu dir gesagt, ob ich dir mein Gesicht zeigen soll oder nicht, wenn ich dich beleidige. vater oder sonst was habe ich gesagt habe ich bin ich bei dir entschuldig ist was gehört vorgestern passiert ist und nun geht es mir nicht mehr ging es gerade nur darum weil ihr die ganze zeit auf uns muss niemand hat gegen uns hetzt und sowas alles woher kommst du das bist du albaner oder was bist du ich bin albaner ich wollte auch später noch mal zu viola bisschen dazukommen ja gut angenommen ja okay dass du mir kannst du sagen warum du so gegen den islam ist obwohl du selber muslim ist nur damit ich das verstehe ich war mal muslim genau warum bist wird so gegen gegen uns also gegen der religion das ist das ist jetzt große frage so was das würde lange dauern kennst du hast noch nie was von mir gehört oder gesehen oder sowas vielleicht verstehe ich so vielleicht verstehst du dieses beispiel ich bin so sehr dagegen weil die meisten moslems genauso wie du ticken und und was hast du gemacht du siehst dich angegriffen und bist sofort bereit gewalt an zu drohen und da und dort und genau unter anderem wegen solchen verhaltensweisen wie du dich verhalten hast sehe ich eine große gefahr in islam und in den muslimen und diese gefahr muss eben eingedämpft eingedämpft aber was kann denn aber was kann denn meine religion dafür dass ich dir beispiel jetzt gerne in die fresse hauen will was kann meine warum warum wolltest du mir gerne in die fresse hauen weil ich dich persönlich beleidigt habe ich konnte dich nicht mal wir haben nicht mal geredet oder weil du moslem bist und dich durch kritik persönlich angegriffen fühlst und dann denkst du kannst zu gewalt greifen du gehst ja auf die menschen generell zu du gehst jetzt nicht auf die religion sondern um anzugreifen es geht nicht um die ideologie des islam es geht nicht um den einzelnen menschen weil er kennt dich ja überhaupt gar nicht er hat sich mal ein gesicht wie kann er dich beleidigen ohne dass er überhaupt weiß wer du bist das ist wachsinniges denken sei mal ganz ehrlich wie kann ich einen menschen beleidigen den ich überhaupt nicht kenne erster punkt zweiter punkt gibt es rein um die ideologie dieser religion die juden und christner als affen und schweine betiteln ja dass man die ungläubigen töten wo auch immer man sie finden soll 56 länder wurden durch jihad erobert durch krieg und schwert bis heute albani christlich falls du das nicht weiß unser nationalheld skander beyo hat gegen die osmanen gekämpft verstehst du das und es geht um diese inhalte nicht um dich als person weil ich kenne dich nicht ich kann dich überhaupt gar nicht beleidigen außer du fühlst dich beleidigt aufgrund deiner identitäts verbindung zu dieser religion fühlst du dich als milli als mensch beleidigt aber das ist nicht meine schuld und nicht ihr von schuld oder von sonst irgendjemanden schuld sondern deine persönliche egal für die diskussion dann dass das jetzt andere ich bin ex muslim und jetzt christin ja okay weil ich bin weil ich mag es nicht über religion schlecht vertreten ob es jetzt christ ist oder keine ahnung was ist mir völlig egal gottes gott wenn ich jetzt sage die christlichen schweine natürlich nicht angesprochen ja doch deswegen aber ich habe das nie so gesagt irgendwas muslims und das und das und so weiter nein das sagen wir auch so gar nicht aber die aber das ist warum wir so wieder gehen weil die ganze ding und unsere betet aber nicht auf die art und weise nicht mit beleidigungen und selbst wenn du dich angegriffen fühlst und so weiter gleich so mit der reaktion und was weiß ich was mit gewalt und so weiter das bestätigt ja genau die vorurteile gegenüber moslems dein verhalten du hast die vorurteile gegenüber moslems bestätigt genau dein verhalten hat es bestätigt verstehst du du kannst mir eins glauben ich kenne sehr viele ich habe auch sehr viele christliche brüder und sind wirklich viel gewalttätiger als ich also du kannst wirklich nicht sagen dass weil ich moslem bin und jetzt aggressiv bin das ist jetzt die ganzen moslems so scheiße das ist alles klar alles gute dir ja vieles ist ohne sinn ganz tiktok ist ohne sinn ja tiki toki das ist unglaublich dass sie sich immer als person angegriffen fühlen wobei es um die schriften geht was sich da drin befindet das ist immer wieder ein phänomen hallo hallo keiner da hier noch ein paar fragen gibt es bei deiner gott sei dank immer weiter wachsenden reichweite eventuell mal ein gast aus dem englischsprachigen raum würde mich jedenfalls sehr freuen schabbat schalom mögest du ein wunderschönes wochenende vielen vielen dank dir auch englisch sprachen da habe ich nichts geplant weil ich kann zwar englisch aber jetzt mich so frei auf englisch so einem live stream unterhalten weiß ich nicht christian steffen steifen vielen dank kannst du nicht über den tik tok pc app dort live gehen dann wäre der ton doch super aber heute schon besser als letztens dank nein also man hat gesehen das funktioniert denkt wenn ich mit ich doch gut und gleichzeitig youtube das weiß ich irgendwie und dann kommen irgendwelche fehler meldungen was weiß ich was was sind das für geräusche guten abend guten abend und die herrschaften ja ist ja toll dass ich hier angenommen werde dafür möchte ich mich erstmal bedanken ja ich habe was am herzen liegen herr eiffen kannst du bitte etwas freundlicher sein das du hast keine anderen probleme außer meine freundlichkeit das liegt dir am herzen ich habe schon viele probleme aber das liegt mir halt am herzen ich gucke auch gerne deine show abends oder wenn du immer live gehst aber mir fehlt halt so bei dir dieses dieses menschliche fehlt mir halt diese freundlichkeit ja also warum bist du so unfreundlich ich bin ich bin nicht so unfreundlich und ich muss ehrlich sagen also ich bin so wie ich bin und wenn dir das irgendwie unfreundlich rüberkommt oder sonst was zwingt dich keiner das anzuschauen oder anzuhören naja ich guck's halt gerne ja okay aber wenn ich so unfreundlich bin dann kannst du es ja nicht gerne gucken oder doch ich guck's gerne ich sag's dir halt ich würde mir wünschen wenn du manchmal auch ja die die auch mal zu wort kommen lässt oder du kriegst die manchmal einfach raus dann denke ich mir der hat doch kaum was gesprochen und das kannst du ja und 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 du beurteilen kannst das beurteilen dass dass ich die leute zu früh rauskicke ich guck's gerne ja ich guck's fast eigentlich immer ich habe gefragt ob du es guckst sondern ich habe gesagt wie beurteilst du das dass ich leute zu früh rauskicke ja du du schmeißt die gleich raus und ich deine diskussionen manchmal führst du ja dann auch und führst die vor und was weiß ich aber das ist der sinn das ist der sinn und zweck sie vorzuführen ja alles alles schön und gut für dich ist es nicht schön und gut sonst sonst würdest du dich ja nicht beschweren wenn es schön und gut wäre du beschwerst dich dass ich die dass ich die moslems vorführe dann hast du überhaupt nichts verstanden vom prinzip doch 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 ich verstehe es sehr gut und ich würde mir halt wünschen wenn du nicht so ja ich weiß nicht du sagst du hältst denen den spiegel hin und machst halt im endeffekt nichts anderes du bist radikal radikal bin ich genau ich bin radikal wie die moslems bin ich radikal genauso noch schlimmer ich bin noch radikaler und noch unfreundlicher also dragen ganz ehrlich ich kann dir überhaupt nicht zu stimmen manchmal ist der ehrfand provokant ja bewusst provoziert ja in einer art weise dass der gegen also der der dann zuhört egal violetta du musst das nicht erklären ich habe alles erklärt fertig da braucht es keine erklärung nein aber das ist nicht unfreundlichkeit ja das ist doch egal was sie denkt oder sagt oder sonst denkt was wir haben auch unter uns haben wir so gut menschen die sich so ein bisschen daran stören an der harten art die wollen halt so das wie gesagt oh lieber ach mit warte ich erkläre ich dir nochmal und so weiter ist nicht meine art wenn dir das nicht gefällt wie gesagt keiner zwingt dich und ich nehme kritik an aber diese kritik ist für mich nicht nachvollziehbar das sind persönliche persönliche geschmäcker einfach genau das ist das halt weißt du und das kann man man kann nicht jedem menschen angepasst gefallen weil wir sind auch nicht hier um der welt zu gefallen sondern wir sind da aber eine gewisse botschaft nach draußen zu tragen ja ich bin mehr so mit meiner message unterwegs dass ich den herrn jesus christus halt verkündige und bezeuge und auch diese dinge aufkläre und auch manchmal sagt ihr das gleiche alles was nicht christ ist ist ungläubig und kommt in die hölle oder also ich glaube die wollte ich glaube die wollte bei radio deutschland 1 berufen das ist eher so radio deutschland 1 zuhörer ich weiß nicht also die bibel sagt ganz klar wer in seinen sünden stirbt gott ist heilig wer in seinen sünden stirbt der aber haben alle ein gott keine solche diskussionen hier mit ich wollte das nur ganz kurz erklären also wir haben alle einen gott das stimmt die weiß das schon alles sie will nur provokante fragen und einmal in ihrem leben aufmerksamkeit also du hast die aufmerksamkeit bekommen deine kritik ist angekommen ist abgelehnt ich bleib weiterhin unfreundlich schönen abend danke dir viel spaß so muss man mit den leuten wir ja naja man kann auch nicht jedem menschen gefallen das ist auch gar nicht die intention die wir hier verfolgen interessiert gefallen oder sonst was nein endlich danke bin ich endlich bin ich drin danke erst mal ja vorhin sind so viele themen gefallen und ich wollte halt immer wieder mal missreden ich stelle mich jetzt erst mal auf stimmung zu gucken wo das gespräch hinführt damit ich mich wieder daran beteiligen kann weil ich will jetzt nicht irgendein thema aufmachen von vorhin es kommt immer wieder mal was wo ich dann was zu sagen habe ich würde gerne mich ein bisschen mit euch austauschen ist das in ordnung gefangen weiß ich noch nicht schauen wir mal ja das sehen wir dann sehen wir dann an die xxx vielen dank warum wissen diese stolzen muslime fast nichts über ihre eigene religion selbst ich weiß mittlerweile mehr als die meisten von denen er kommt immer beantworte uns das war dann wissen die stolzen muslime so wenig über ihre religion wer sind die stolzen muslime wird die stolzen muslimen ach so ich kann mich im namen der stolzen muslimen regt du bist islam kritisch oder das mit diesem stolz bei menschen allgemein hängt damit zusammen dass sie mangelndes selbstwertgefühl haben und sie brauchen kein wissen über ihre herkunft ihre religion oder sonstwas die haben halt den stolz da und denken sich ja das ist das beste was ich habe und das lässt sich von niemandem kritisieren oder angreifen weil das meine selbst wird gefühlt ist meine identität dr dr psycho als erstes möchte ich mich für eure arbeit bedanken ich habe fast alle eure kundgebungen verfolgt im live stream und ich habe nie nie eine hetze von euch erlebt nie er geht respektvoll um ihr klärt auf die hetze kommt immer von der anderen seite also von den von den anderen und auch hier beobachte ich das hier kommen die leute rein ganz freundlich ganz freundlich erst mal und dann hause die auf die fresse ja am nächsten tag entschuldigen sie sich wie diese eine hier er hat sie mir gesagt ich schlag dich wie dein vater dich geschlagen hat komm her blablabla und jetzt ja entschuldigung ich weiß ich beobachte das ja in vielen in vielen live streams hier mit welcher aggression viele viele nicht alle viele moslems hier zu viel auf jemand einhauen der nur anderer meinung ist oder der den koran kritisiert das darf man ja aus meiner sicht und das kriege ich immer wieder erstaunt und da würde ich schon als als wenn ich keine ahnung hätte davon da würde ich schon gleich sagen zu der religion möchte ich möchte ich gar nicht gehören dr psycho ich bin aber auch aus dem selben grund also ich bin auch da um irgendwie mal auf die fresse zu hauen aber halt ich weiß nicht wie du das meinst aber argumentativ weiß man tauscht sich aus ich habe eine meinung deswegen bin ich hier und weil ich meine ja gar nicht ich dankeschön ich weine nicht überhaupt nicht ganz kurz dieser albaner der sich gerade bei dir entschuldigt hat beleidigt mich jetzt im chat auf albanisch mit den schlimmsten wörtern die es gibt also und dann war heute dann war heute ja hier jemand da der den joker verteidigt hat ja und ich habe den joker gehört in einem live stream wie er wirklich wörtlich gesagt hat man müsste alle christen umbringen und ich kenne den joker und das glaube ich nicht dass da so etwas sagt ich habe das nicht gehört aber das glaube ich nicht ich kenne den joker das kann nicht stimmen ich habe es gehört wartet kurz hallo warum beleidigst du violetta wenn es immer wenn es zum thema kommt dann schmeißt du mich schon mal raus ihr seid dumme leute ja ich bin ja ganz ehrlich du bist du mich beleidigst du meine mutter haben wir die ganze zeit nur scheiße da aber du hast gar nichts ahnung oder ist der er von der host was habe ich damit zu tun wie ich hab ich damit zu tun wie ich hab dich rausgeschmissen ich hab dich rausgeschmissen ich hab dich rausgeschmissen und jetzt immer wenn ich anfange die wei zu sägen dann schmeißt mich dieser iphone raus und beleidigt und ich entschuldigen für heutige beleidigung ich habe ich bedroht habe 50 großer zwerg hat wo willst du mich bedroht und das ist doch kratten kommt alleine damit familie schämst du dich nicht als erwachsener mann eine frau zu beleidigen in diesem ton hast du keine erziehung genossen gelabert dass man das keine ahnung von islam du hast an und von islam ist das recht mich aus du bist doch nicht nur hier wenn es bei euch ein bisschen zu ernst wird oder keine ahnung was dann kriegt er mich hier raus ich werde ich persönlich beleidigt werden aber ich sehe sofort allein schon wie du sprichst du bist ungefähr so sonderschulniveau ungefähr so es gibt keine wahrheit sonderschulniveau muss ich beleidigen wenn du bist du vollidiot was würde ich du würdest neid schieben du neid schieben auf deine halbe glatte doch was neid schieben das zeige ich dir wenn du dich herkommst du kannst du dir ist auch kein problem du kannst hast du ein das ist mein auto und dann komm ich gleich rüber zu dir da muss keine blödzeit dastehen oder sonst irgendwas wieso warst du nicht bei grundgebung in berlin was möchte ich nicht kennen du vollidiot habe ich dir doch heute schon gesagt auf so viel zu beleidigen sonst kriege ich wegen dir eseln hier noch sperren komm nächste grundgebung berlin kommt kommt man ist und das ist das ist natürlich auch das ist ein datum und uhrzeit da schau verstoß nur die entfernen schau ok kommen dann nächste kundgeber berlin und dann sehen wir weiter ob du dann noch ein großes maul hast dann wenn wir sehen ob du noch ein großes maul hast dann der herr jesus christus segne dich kommen einfach das war wieder so etwas wo ich keinen bock habe dann im stream zu bleiben ist man kann auch meinen verleidigen aber weiß wenn man mit beleidigungen und so ja es gibt ein wenig auf die karte leidigung von wem kann beleidigungen ja ja klar ich sag ja nicht dass es von dir kam aber die bühne weiß wenn es so krass habe ich noch was sagen weil er hat gesagt joker hätte gesagt alle christen sollten jetzt joker ist auch hier so streamer der mit einem anderen hier und joker hat immer wieder gesagt er liebt die christen aber gegen diesen anderen davor weil der halt wirklich die muslime beleidigt oder auch den islam sonst nicht augmente bringt also deswegen dr psycho ich kann mir nicht vorstellen dass joker so etwas gesagt hat und ich bin kein muslimger ich bin kein löschen meinst du am jahrer vor dass er den meint dass er keine argumenten bringen würde das ist nicht wahr das stimmt einfach nicht amir arbeitet nur mit quellenangaben eins zu eins auf youtube hat er einen bildschirm riesen fernseher wo er alle quellen die er gerade zeigt benennt oder darüber spricht er blendet die quellen ein ja die kann jeder nachprüfen das ist quatsch dass der irgendwie nicht mit argumenten arbeitet das stimmt einfach nicht das ist gelogen also wir müssen schon bei der ich werde jetzt nicht hier eine wissenschaftliche diskussion über quellen und sonst was aufstellen aber an mir hat keine quelle haben hier ist nicht da aber das ist nicht diskussion ist ich möchte jetzt zu dir kommen warum ich unbedingt rein wollte du hast vorhin gesagt ja hey man darf mal produzieren und und du hast gesprochen von fremdkörpern in diesem land und du hast gesagt assi kanacken und all diese begriffe sind kamen von dir ja ja ich wollte mal fragen was meinst du mit was meinst du mit assi kanacken kannst du mir erklären was assi kanacken kennst du das wort assi kommt von asozial und kennst du das wort kanacken ich weiß nicht was die wortwurzel ist aber kanacken sind kanacken und die kombination als sie kanacken sind assi kanacken was ich dir erkläre was du damit meinst warum soll ich das erklären das ist selbsterklärend das ist doch komplett logisch ok ist das nachvollziehbar ist das beleidigung nein das ist fakt das ist feststellung beschreibung ok und das ist dann meinung das ein und ja ok und du fühlst dich jetzt davon provoziert oder was ich fühle mich nicht provoziert nur damit der chat auch weiß mit denen sie jetzt tun haben schon mal du kommst du kommst du reise zu was ist dein ziel was ist dein ziel du hast es hier sachlich seien sachlich sachlich das ist nur mit aus aus deinem gefühl ich hoffe du dich jetzt schau wie du dich jetzt entlarmst du hast dich so eingenäst du hast dich reingeschlichen wie so eine schlange hast du dich reingeschlichen und jetzt zeigst du du bist nicht immer kein moslem sondern du bist immer richtiger moslem ich habe vorhin geredet von box kämpfe und kanacken die sich schlagen und habe gesagt ja solche asi kanacken stellen ein problem da und jetzt und jetzt mal schneidet es auch hier noch ein ausschritt verbreitet es überall wenn juckt es man glaubt sich abschneiden nein ihr fand jetzt bleibt doch mal cool man bleibt doch mal cool alter bleibt doch mal cool wenn ich das vorher hätte dann hätte ich das auch so gemacht bin ich scheiß drauf und du es vorst oder nicht verbreit mich doch nein ich habe dich gefragt was du damit meinst ich war nicht dabei als du irgendwelche leute geredet hast dann sagt mir ich kann was ach so was das du hast das wort als die kanacken gehört aber du hast nicht den zusammenhang gehört in welchen zusammenhang mit schlägereien und gewaltig ich habe dann bist du schwerhörig dass gesagt hast ich habe nicht gehört dann hör besser zu man dann hör besser zu was ich dir sagen also du hast mir vorhin gesagt ja du bist falsch und schönste ausseite kannst jemand anderen verarschen der moslem schleife schleicht sich rein und dann höchst meinst du sollst sehen und so weiter er weiß vielleicht nicht was damit also was ansozial bedeutet heißt also kann sie kranacken ich tue sogar ich tue sogar nicht allgemein von kranacken reden sondern ich grenze es noch ein und sagt verspricht von gewalttätigen asi kranacken und auch das ist das ist ja 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 man hört sich hallo war nicht auf diese masche ein solche leute kommen täglich bei mir in live streams sie sagen sie sind keine muslime sie sind atheistisch und dann gucke ich konnte so wie vorgestern da kam einer hat gesagt ich bin christ geworden frage ich ihn ist jesus gott ist jesus gott für dich der sagt ja er sagt nein ist nicht der war ein menschensohn ist so voll vorsten das ist ein titel ja und jesus hat ja auch im verborgenen immer gehandelt hat immer gesagt sagt es nicht den leuten dass ich so die man allmacht habe von gott also ich habe ihnen alle 50 verse gezeigt die eindeutig beweisen dass der gott ist dann habe ich einen beauftragt gehe mal auf seinen kanal guck mal bitte ob er wirklich ein christ ist wir haben festgestellt dass er nur moslems folgt die lügen dann die geben sich aus als das und als hier und als dort sie lügen damit das dann glaubhafter rüberkommt deswegen habe ich einen kanal erstellt um auch das den leuten zu zeigen was die da betreiben und sagen nein das ist daiv das abrogiert komischerweise gibt es das nicht in der bibel dass wir sagen es es ist abrogiert es ist daiv es ist schwach also sie versuchen immer die leute zu verarschen um sie in den stand zu verführen ja und dieser hat ja auch immer dieser sonnenschein wollte unbedingt mal hoch da heißt ja da kann ich das auch küsst ich komme gleich wieder könnte schon mal weiter einen schönen guten abend ich bin endlich drin tschuldigung aber da war hast du ja mitbekommen da kann man nicht so gut zu wort hallo violetta wie geht es dir ja ganz gut dank dem herrn geht es mir gut und dir auch gut so weit kann das ist schon das ist mein neuer kanal ich kann aber leider nicht zurückverfolgen weil mein kanal so schnell gepusht wurde dass ich eine woche bleiben warten muss bis ich euch alle folgen kann ich habe einen neuen namen das heißt jetzt holy spirit aber ich werde das bald wieder umändern damit ihr wisst wer ich bin ich bin also das war ja das wissen ich tue aufklärungsarbeit schon seit langem schon vor stürzenberg habe ich mit der christlichen mitte zeitung aufgeteilt was der islam vor hat das war schon in den 90er jahren 97 97 habe ich schon die zeitung ausgeteilt dass die türken schon die flagge über die deutsche flagge tun so nach dem motto deutsch türken das hat ja natürlich was mit der islamisierung zu tun ich habe das ja schon vorher gemacht bevor ich ihn überhaupt kennengelernt habe habe ich schon so zeitung ausgeteilt und dann mit den ganzen koranzuchen und mit den ganzen aussagen der politiker was die davor haben und so und so weiter habe ich schon vorher schon NRW gewandt aber viele haben weggeguckt dass sie auch die erfahrung dass sie sagen der ist einfach ein islam wasser und wohl der ganze hass vom islam kommt ja mit den ganzen zogen bestimmt dass der ganze hass aus dem islam kommt man betiteln sie anderen als hasserfüllte islam ja hallo hier fang grüß dich ich wollte noch mal ganz kurz ich glaube vor zwei oder drei tagen war das gewesen da ist hier ein miami arben irgendwie in den stream gekommen hat also eine ganz lustige so einen ganz lustigen trick versucht nämlich diesen trick ja so nach dem motto der heinz und franz die würden sich ja sowieso nie als deutschen akzeptieren und so also da kann ich wirklich nur sagen das ist ein absoluter witz ja uns deutschen geht es bestimmt nicht darum welcher ethne jemand angehört oder aus welchem land jemand kommt es geht einzig und allein um die identifikation mit unserem land das ist alles also braucht ihr euch gar nicht jeder der jetzt hier drin ist mit dem migrationshintergrund ihr braucht gar nicht glauben dass wir deutschen so denken wir sind keine nazis wir sind alle deutsch und österreichisch und austria wir sprechen eine sprache und glauben an jesus christus ganz kurz an die hervorragende stimme waren denn in jedem lobby wo man reingeht ganz schlimm aber der ist klar mit stärker werden wir nicht schaffen weil wir glauben ich gehe ganz kurz ich will was mehr davon sagen irgendwann kannst du das buch allahs täuschen sagt mir gar nichts ich kaufte euch das ist das beste buch mit dem tafsir also das ist mit dem tafsir schon mit erläutert ja deswegen wenn ich da rauszitiere wie der joker der sagt der koran zu 3 4 28 seien nicht so zu verstehen das ist ja mit dem tafsir noch mit dabei und der von botten hat google benutzen hat gesagt dein buch stimmt gar nicht das ist gelogen habe ich mich gar nicht daran erinnert dass eigentlich der tafsir ist damit dabei die erläuterung du musst ja auch noch die erläuterung zum vers noch mit raus schlagen was sagen die gelehrten und so weiter und das ist in drei fällen darfst du ja lügen da hast zum beispiel die schlimmen dinge übrigens dann kannst du ruhig schönreden dass das keiner weiß dann gibt es die koran suche dass sogar muslime über muslime lügen dürfen also zum beispiel ein muslim fragt es stimmt der vers ist das so wirklich zu verstehen kann man muss dann sagen nein die koffer lügen guck mal das ist abrogiert also und ist da noch weit zu behandeln die sich noch gut halten hallo hallo warum sozialamt nicht geben weihnachtsgeld oder urlaubsgeld geben sozialamt kann man nehmen kredit von arbeitsamt warum nicht geben da kennst du dich besser aus respekt für den nerven ich verstehe was du hier noch was was sucht du noch hier auf tiktok was für jihad willst du noch auf tiktok machen gehirnzellen jihad maximum das ist gehirnzellen jihad maximum jihad muss überall geführt werden auf allen schlachtfeldern auch auf tiktok überall ich hoffe du guckst hier die debatten von haki klaus das war pure comedy hat und ist gar nicht darauf eingehen auf die argumente noch gar nicht nur der klaus hat ihn total auseinander genommen mit den ganzen bibelfakten und dann haben wir gar nicht ich kann nicht mal verstehen ich kann nicht mal verstehen hat ich verstehe nicht wenn er redet so wie er redet das ich verstehe auch nicht drei geglätteten das ist komplett krank das gestört ich habe mich zu lächerlich dann bin rausgegangen und aktiv ist auch durchgedreht hat die ganzen leute wollte gekippt ja eine frage hat auch keine geduld der hacke doch seid ihr eigentlich noch da war das nicht kurz eine frage vorlesen hallo ist von wie lange traust du dir zu tik tok psychisch verkraften zu können würdest du dich auch bereit erklären mit medikamenten zu hantieren du wirst die wirst du zweifelst ohne irgendwann brauchen nein natürlich nicht dann ist so weit kommt dass ich die brauche dann höre ich auf bislang brauchen alles klar das wollen die muslime damit die video machen und dann guck mal der ist schon psychisch und so weiter weiß was ich meine aber bleibt wie du bist danke dass wenn ich sein die ganzen und die kommen und sagen die von du bist mir zu aggressiv da sagen sie zu mir auch in meiner live streams dann hat er gleich den ganzen zwiebeln wenn du nach allen leuten ausgehst also gottes herkuchen danke dir danke dir auch ja also wenn da wie sich keine anfragen mehr sind wie sich keiner traut alter wie sich keiner traut von hast du keine anfragen von irgendwer doch kann ich mir nicht vorstellen oder ja von irgendwelchen aber ist ja egal nein ich bin nicht von jedem guten Abend guten Abend guten Abend guten Abend grüß dich du kennst mich schon ja wir haben ja letztes mal kurz miteinander geredet ja ja ich bin ja auch ein geschwister glaube auch an jesus christus ist aber was eingefallen jesus hat mal gesagt zu seinen jüngern dass man nicht missionieren soll ja dass das man also das evangelium verkünden soll aber werden wenn 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 ihr in die stadt kommt und es nicht gehört werden will soll man sich den staub von den füßen schütteln und weitergehen also den leuten müssen die auftreten oder aggressiv oder so ich meine ich empfehle euch jetzt nicht als aggressiv aber heute empfinde ich euch so ein bisschen aufgebracht also ja und dann hat es jetzt nur lieblos er auch in der zeit selber lieblos ist sollte man das nicht spiegeln finde ich aber es ist nur so jetzt meine subjektive ja ja und so denkt eigentlich jeder dass er alles immer besser weiß besser kann und muss überall hinkommen und dann hier ja das muss man so und so und das weil du kannst 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 du die liebste person auf der welt sein und dann machst du es und du zeigst wie lieb du bist und fertig aber dann muss man bei einem anderen im livestream reingehen und sagen ja das ist nicht so lieb wie eigentlich lieb sein sollte und so weiter mach doch einfach in deinem eigenen ja ich hab das nur so mir mal überlegt ich hab das jetzt danach gefragt was deine überlegung ist das ist alles gute tschau ja von ist ja nicht so schlimm wenn der meinte nein aber jeder die ganze zeit kommt rein hey du bist so unfreundlich hey ihr müsst lieber sein hey ihr müsst das hier muss das macht doch jeder wie er will der lasst doch jeder ja aber respektvoll soll man sein oder nicht wer bist du jetzt auf einmal hallo hallo wer bist du das muss man sein aus der letzten ecke irgendwo hinten ja das ist so frech frech jetzt bist du kleiner ich bin 22 22 und ich bin ich mit 34 bin frech zu dir oder was genau genau erzähl was gibt's du bist einfach bist du hast vorhin so ein geboren oder warst du schon immer ein Hohen so das ist das das ist das nicht so frag deine übergewichtige jetzt entfernst du mich jetzt entfernst du mich weil du Angst hast nein du sondern du vollidiot du vollidiot darfst nicht beleidigen im stream deswegen ich hab dich nicht entfernt sondern stumm geschalten frag deine übergewichtige türkische Mutter wer was ist okay frag sie einfach und sie erzählst dir dann okay ehren ja ne also du kommst hoch und dann sagst du von wegen nett sein und dann beleidigst du mit den schlimmsten Wörtern also ich hab ihn hier rausgeschmissen Wahnsinn kleiner türken rotzlöffel türkischer kleiner rotzlöffel also beleidigen und solche Sachen ist eine andere Sache aber wenn ein Bruder im Glauben sagt ja ein bisschen lieblos und so das ist jetzt nicht so schlimm da muss man nicht so drauf ein ja aber trotzdem nervt mich mir auch wenn Bruder im Glauben trotzdem muss ich mir nicht alles anhören nur weil er Bruder im Glauben ist ja man muss auch nicht alles so ernst nehmen in dem Sinne wenn es nicht ernst aber wenn es mich nervt dann nervt nein nein ich meine auch die Zuschauer weißt du das wirkt vielleicht so wenn man halt mit Leuten redet in einer hitzlige Diskussion ist kann es wirken dass es lieblos rüberkommt aber muss es ja nicht sein nur weil es so wirkt ja aber man muss doch nicht zu viel klug scheißen ne das muss man auch nicht Kalmendi unser Freund oh Fahne oh Violeta ich hab jetzt meine wirklich ganz ernst gemeinte Frage hey mein Zudruck ist ausgegangen wann kommt neue Packung schick mir mal neuen Kalmendi Zudruck ich hab kein Zudruck ich schick Adresse aber ich kann nichts für garantieren Adresse ach so soll ich so ein Großstuhl jetzt oder was Spaß man nein ich hab jetzt mal eine ernst gemeinte Frage an euch beide denkt ihr wirklich dass in Österreich oder in Deutschland irgendwann mal die AfD oder generell rechte Parteien an die Macht kommen werden? das weiß ich nicht aber hoffentlich ehrlich gesagt weltlich gesehen ist mir das fast egal wer an die Macht kommt weil für mich zählt wer die Macht ist und das ist Jesus Christus der Herr und er wird zurückkommen und diese Welt richten von daher solltest du und all deine Glaubensgeschwister gerade du als Albaner zu deinen Wurzeln kehren die Christ nicht waren die Wurzeln sind heidlich aber lass das mal nein 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 doch doch die Lüriere sind älter als Jesus oh meine Güte Jesus ist von Ewigkeit her er ist das Wort Gottes er ist der Schöpfer denn das Wort war bei Gott ist doch jetzt ist doch jetzt egal dein Glauben dieses Wort aber dein Glaubensgeschwister ist jetzt relativ wenig ja genau das ist ja dein komischer Geist der dich nicht interessiert aber das ist so Jesus Christus ist Gott und er wird diese Welt richten ja das werden wir aber nicht D mal D ist im Endeffekt unwichtig weil diese Welt wird von Gott gerichtet Punkt Jesus Christus der diese Welt so sehr geliebt hat dass Gott seinen Sohn gegeben hat und jeder der an ihn glaubt nicht verloren geht sondern das ewige Leben hat okay aber den Irfan geht es ja schon auch eher so ein bisschen politisch um würde ich mal sagen das ist ja eher so sein sein Ding die Politik muss Irfan fragen was sein Ding ist das weiß ich nicht genau dann fragt ihn bitte was hast du nochmal gefragt ob AfD an die Macht kommt ja generell ob so rechte Parteien in Österreich oder Deutschland das die mal wirklich hier sag man mal politisch mitmischen ja ich meine in Österreich waren die ja schon an der Macht verstehst du das ist ja jetzt nicht so die waren noch nie in der Macht es gab mehrere mehrere Regierungen wo FPÖ beteiligt war und deswegen ist das natürlich realistisch und schau dir die jetzigen Umfragewerte Umfrageergebnisse an und das ist sehr sehr realistisch dass die nächste Regierung eigentlich fast schon sicher ohne FPÖ-Beteiligung nicht geht in Deutschland ist es noch ein bisschen anders mit AfD aber auch da ich meine AfD wird immer stärker in den Umfragen aber speziell Österreich da haben wir doch in den letzten Jahren gesehen irgendwie da die Köpfe dieser Parteien geendet haben der eine an Autounfall gestorben der andere mit irgendwie Ibiza vorgeführt denkst du das ist Zufall oder das ist schon eher so gewollt ja gute Frage ja Zufall wahrscheinlich nicht nein natürlich haben gewisse Kreise Angst davor ja dass Politik für das Volk gemacht wird und dann greifen die zu allen zu allen Mitteln zu allen Methoden um die Regierung abzusetzen und das hast du wie du gesagt hast auch jetzt mit Ibiza und so weiter hat man das ja auch gesehen dass das so ist dass die zu allen zu allen schmutzigen Tricks bereit sind um ihre Macht zu sichern das ist das ich bin der festen Überzeugung wenn in Deutschland zum Beispiel die AfD zu stark werden würde ja dass der Verfassungsschutz zum Beispiel den ganzen einfachen Ende setzen würde ja gut die können jetzt nicht einfach dem Ende setzen aber du hast recht das siehst du ja jetzt schon je stärker AfD wird sobald die bisschen stärker werden ja Verfassungsschutzbeobachtung sie erklären sie zu Rechtsextremisten jetzt haben sie die AfD-Jugend die junge Alternative als gesichert Rechtsextreme eingestuft und so weiter ja also sobald sobald die zu stark werden dann lassen sie sie eben spüren so ihre quasi die staatliche Repression und dann nutzen sie eben Verfassungsschutz und Behörden und so weiter um die Oppositionspartei zu schwächen weil sie Angst davor haben das stimmt das hast du gut beobachtet ja ich denke halt einfach dass es nicht so weit kommen wird auch wenn es die Deutschen wollen würden dann würden es halt andere Mächte nicht wollen wer die in Deutschland halt tätig sind ja das da ist schon was dran was soll ich da sagen da ist schon was dran was du sagst vor allem auch bei der AfD wegen ihren Pro-Russland-Kurs weißt es wird damit Amerika denke ich niemals zulassen ja 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 vor allem der Mandy weißt du das Problem ist ja und das lässt sich ja schon seit langem beobachten die AfD wird aus eigener Kraft denke ich nie über 50 Prozent kommen dass sie die alleinige Mehrheit bekommt die absolute Mehrheit und alle anderen Parteien Mauern geschlossen gegen die AfD man sieht ja selber wie das läuft teilweise werden Anträge von der AfD einfach komplett abgelehnt einfach nur weil sie von der AfD sind und später bringen andere Parteien genau die gleichen Inhalte auf den Tisch und dann werden die durchgewunken es wird einfach gemauert und das ist halt leider eine ziemlich schwierige Sache solange die zusammenhalten wird das nicht funktionieren und ich glaube auch wenn jemand wie beispielsweise Sarah Wagenknecht eine eigene Partei gründen sollte werden auch ziemlich viele potenzielle AfD Wähler zu dieser Partei überlaufen und dann sind die Chancen sowieso gegen null das glaube ich nicht erstens wo will Wagenknecht eine eigene Partei und das kann ich mir nicht vorstellen ist da massenweise ja ich hoffe dass ihr das nicht macht das würde der AfD auch recht nicht gut tun ich meine die die Wagenknecht an sich finde ich jetzt nicht so grundsätzlich verkehrt außer dass sie halt eine absolute Kommunistin ist und das würde in dieses Land einfach nicht reinpassen wir sind ein Industriestaat da funktioniert das nicht ich kenne kein Land wo Kommunismus jemals funktioniert hätte und das ist genau das gleiche wie im Islam das ist da wird immer gesagt das war kein das war nicht der Islam das war kein richtiger Islam der hat den Islam nicht verstanden wenn es irgendwo Stress gibt genauso läuft das mit Kommunismus auch wenn es irgendwo nicht funktioniert hat dann heißt es immer das war kein richtiger Kommunismus das ist immer so da lassen sich so viele Parallelen ziehen und das ist total lächerlich ja und das mit den Parteien was du sagst mit mit Regierungsbildung das kommt immer darauf an ja in Österreich haben sie auch gesagt ja mit der FPÖ machen wir nichts machen wir nichts aber wenn es dann um ihre eigene Macht geht und es nicht anders geht ja zum Beispiel für die CDU CSU dann wird natürlich die CSU CDU auch mit der AfD koalieren jetzt können sie sich erlauben jetzt sagen sie nie mit der AfD nie mit der AfD aber wenn die Situation kommt dass sie es machen müssen um ihre eigene Macht zu sichern dann werden sie es natürlich machen klar ja ich glaube auch dass die CDU die einzige Partei überhaupt wäre die dafür überhaupt in Frage kommt also bei allen anderen traue ich das nicht so also auch der FDP nicht obwohl die ja eh ein kleines Licht ist und die kann man von mir aus auch die können doch irgendwo in der Versenkung verschwinden die FDP ist die letzte Lappenpartei ja dabei muss man auch sagen dass der Söder eigentlich schon ganz gut gegen die AfD hier in Bayern schießt ja klar weil es die größte Gefahr ist für CSU ich höre euch zu alles klar ich wollte mich verabschieden ich höre euch im Chat weiter zu und wünsche euch allen Gottes Segen alles klar alles klar ja auch weiter zu haben darf ich krass ich brauche nur die Gedewego da was denn was denn was denn was denn was denn was denn auch was in langleiche Anzeige aus oder er hat heute afrikanisch gegessen du kannst nicht mal du kannst nicht mal den islamischen gruß gescheit aussagen ja ich habe die videos gekriegt das eine habe ich nicht ganz gecheckt damit überwachungskamera was passiert man da sieht man doch gar nichts ich will dir den minuten zeigen der macht isis rufe das ist der der mich immer vor der polizei die hat nichts gemacht ich habe das einfach so ein bisschen überflogen und habe gesehen da passiert doch gar nichts ich werde dir nachher die minuten zeigen welche minuten den rauf macht das ist doch ein anderes wie das muss ich noch suche der jagt den polizisten der polizist red von die weg der geld vor dem weg ohne scheiß ohne scheiß 16 jahre süge polizisten vor dem weg aber das ist doch gar nichts das video habe ich in einer gruppe gepostet mit dem rapper die alle dieses leute alles gute wünschen das habe ich gesehen das habe ich gesehen ja ich habe es nicht ganz angehört aber paar ausschnitte kannte ich schon immer schön wieder dich zu sehen ehrlich und die kotze durch dich auch richtig aber nicht weiter ich habe dich mal schon zweimal angezeigt ich mag dich aber nicht gerne ich mag nicht aber ich würde es nicht zugeben man hat doch nichts los sollte auf tiktok also wir haben alles was wo sind deine hate die trauen sich was viele das ist nix die trauen sich nicht mehr das war zu schlimm letztes mal ich habe sie so demoralisiert und vorgeführt dass die dass die traumatisiert sind jetzt eine geschichte erzählen jetzt ohne spaß es ist alles mit und ich habe so schriftlich ich habe einen streiten mit einem türkengrauer wolf der beleidigt mich die ganze zeit weil ich mit der afd sympathisiere da habe ich immer was in seinem community aufgeklärt habe ich sage leute er ist er ist linksextremist sagt er ja bin ich stolz drauf wie bringst du das in verbindung dass du grauer wolf bist das sind ja richtige rechtsextremisten ja meine meine privatische dinge sind meine das geht nicht gar nichts an die politische einstellung so wei 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 dann hat er mich wirklich wie ein kranker sechs monate gestorpt beschimpft beleidigt jetzt kommt der hammer und irgendwann habe ich gesagt traust du dir das ins gesicht zu sagen ich schwörst du die polizei kommt so wieder aus gefährde ansprache er hat sich angezeigt er wollte ich wollte ich nur seine familie angeblich oben reden da kommt der polizist zu hause ja was haben sie ja für ein problem mit dem dem und dem aber ich sage mit dem dem und dieser kommen sie jetzt beim rechten sagte wieso der kurse was er seit sechs wochen mich veranstaltet das ist ja der wahnsinn sind alle polizisten stoppen sie mal stoppen sie mal warte mal stoppen sie mal was denn ich sag warum muss ich ja meine unschuld beweisen er muss doch meine schuld beweisen anzeige wohl freigelassen der redet immer noch durch aber das ist so typisch so sie bedrohen schüchtern ein machen alles und dann wenn du einmal was zurück sagt dann gleich kommen sie mit anzeige richtig feige großes kino also jetzt gegen mich ermittelt die trovatos ich bin kokain süchtig ich bin spielsüchtig ich habe mein leben noch nie was erreicht stundes ab noch nie gearbeitet stimmt es oder die kennen dich bei sein das merkt man schon seit sieben monaten habe ich diese scheiße da waren sich auch schon leute was ich habe wirklich arten probleme ehrlich da habe ich konnte kann das bestätigen der labert der labert ich habe auch long kokain gestreckt oder hier oder aus kolumbien oder wie das bei dir von kartell und kartell was schon wieder verstoß man was ist das für ein blödsinn dein leid wurde für alkohol tabak und drogen gemeldet ja fast weil wir gucken können weil wir kappen punkte erwähnen aber aber immer was du nicht halte ich in tik tok wenn du jetzt auf die straße ist was er sich so wie wirst du angefeindet erkennen dich die leute oder wer wer soll sich trauen auf straße ich meine internet internet gelaber ich sagte doch noch niemand lerne ich angefeindet noch nie mein leben ja fans was es fällt so zuschauer ja ich kenne dich von kundgebung super arbeit aber noch nie negativ noch nie noch die keiner du mann ich habe gestern gestern habe ich das interview von mir gesehen hier fahren mit dem der ist ja anis islam oder irgendwie sowas wo du weichen war wo die da hattest du glaube ich auch das war dann da warst du bei bild tv gewesen das meinte ich wo du auch gesagt hast hast du absichtlich auch auch keinen polizeistutz und so weiter wollte das hat sie schon extrem gut von dir und quatsch also die eier hätte ich nie nehmen polizeisch und seite irgendwelche lka hansel sie dann zu viert mich überall überall begleiten und wenn irgendein professioneller ich sag wenn dann schon mal wenn ein wenn einer sich umbringen will ein professioneller typ dann werden auch diese drei leute mich nicht schützen können verstehe ich weiß ich will ich jetzt nicht sagen aber ich meine nur wenn einer entschlossen ist dich umzubringen dann erwischt er dich immer dann egal wie du gesichert bist egal ob polizeisch oder nicht verstehen sich man gehen bekannt du kannst dem nicht in drinnen weißt du kannst auch nicht dein leben lang polizeisch zu bekommen ja das stimmt auch das denke ich auch wirklich das komplette leben ein dann ist man überhaupt nicht mehr frei ist ja hallo ich gehe jetzt einkaufen bei widel kommt ihr bisher bekommt ihr jetzt mit ja okay was das für leben weiter was das für leben man lieber gegen risiko einer schossen zu werden abgestochen zu werden als sein als sein leben zu was das für leben war denn schon mal so eine konkrete gefahr da ja einmal haben sie so ist polizei auf mich zugekommen und gesagt ja wir haben abgehörte telefonate und die haben sich unterhalten wie sie dich am besten umbringen könnten und so weiter aber das war nur so es war jetzt nicht so konkret so hey wir suchen da sondern sie haben so als abgehört und dann haben die halt gelabert so hey diesen nicht von den müsste man umbringen wenn ich wüsste wo der wo und ich würde nur weiß so so dieses gelabert so was ja okay aber so komponiert da funktioniert eine polizei einigermaßen ja ja der sache funktioniert schon aber wenn ich dann auch mitbekommen auch mit von diesem von diesem ex muslim von dem amistar mit der mond auch bei mir hier in der in der ecke wie oft man von dem auch mitbekommt dass da wieder irgendwelche leute da zurückgehalten wurden die auf dem weg zu ihm waren und die nochmals haben wir nicht alles eines ist der andere haben ja 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 schon damit ich wieder nicht nur noch mal noch mal Ich habe so ein interessantes Buch. Ich habe so ein interessantes Buch. Das hat mich als deutsche Kartoffel komisch angehört, ohne Witz. Schau mal, was ich lese. Interessantes Buch. Die besonderen traditionellen Regeln der Partnerwahl der Jesiden und deren Auswirkungen auf die Integration. Echt interessant. Ich küste den Herd. Ich küste den Herd. Richtig sympathische, vielmehrlich, weil du das auch erwähnt hast und meine Kundgebung. Aber ich habe dich das allererste Mal verfolgt, wo du das erwähnt hast. Und das tut sehr wenige. Aber Jesiden, ihr heiratet auch Cousinen und so, ne? Es kommt drin vor, aber ich halte davon gar nichts. Aber ihr seid schon ein bisschen verschreckte Araber. So Cousinen heiratet und so eine Geschichten und Ehrenmord und so was. Guck mal, ganz kurz. Es gibt immer welche, die zurückgeblieben sind. In jeder Religion. In jeder Herkunft gibt es das leider. Hey, zu welcher Kategorie gehörst du? Es gibt doch unter Jesiden so drei Kategorien. Irgendwie diese Scheich, Scheich, Scheich oder sowas. Die Muridze. Scheich, Pir und Murid. Was bist du? Mirid, Mirid. Was bist du? Mirid. Ach so, das, okay. Kurdische Bedeutung, Arab-Mitglied. Die Wünschenden, die zu Gott beten. Der Murid liegt an seinem Todestag in Erinnerung. Okay. Ja, das ist schon interessant. Hier wird auf, du findest ja auf Deutsch fast nichts über Jesiden. Und der erklärt das so, woher ihre Religion kommt, wie das aufgebaut ist und so weiter. Also das ist echt schon interessant, so wenn man, um die Jesiden zu verstehen und sowas. Ja, du hast es an deiner Codegebung öfter noch angesprochen. Respekt. Ja, den verfolge ich dich auch. Wie, du verfolgst, Mirid. Klar, sonst hältst du nicht zweier Chaos. Das wäre doch jetzt nicht die Polizei da letztens. Dich hat die Polizei da letztens. Ach so. Das war das Wort. Mirid, da sagt einer, ihr Albaner heiratet auch eure Cousinen. Das stimmt nicht, ne? Erzähl dir das mal. Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Ich habe noch nie gehört, dass er ein Albaner Cousinen heiratet. Auch nicht Bosnia und ich Serben. Das macht keiner aufmerksam. Bei uns, wenn du sagst, hey, Cousine heiraten, die wollen dich umbringen. Bei uns, wir wollen erzogen, Cousine ist wie Schwester. Verstehst du das? Wir heiraten nicht mal in seinem Dorf. Aber schau mal, es kommt darauf an, wie du erzogen wurdest. Ich verstehe in anderen Kulturen, Cousine ist nicht wie Schwester und dann ist es für die halt auch anders oder beziehungsweise leichter. Verstehst du das? Das kommt darauf an, wie man einfach erzogen wurde. Aber wenn Cousine wie Schwester ist, dann... Ja, ja, manche geben Cousine nicht mal Hand, ne? Bei der Tür ist es aber auch so, glaube ich. Bei der Tür ist es, glaube ich, auch so. Ich bin wohl. Ja, aber im Islam darfst du... Im Islam darfst du nicht... Im Islam darfst du nicht... Wo ich jetzt mal gespannt bin, was die Masseneinwanderung so auch angeht, wie dann so diese kleinen Gruppen, wie zum Beispiel eben Jesiden oder so, wie die das verkraften werden. Ja, schlecht. Wenn wir hier... Ja. Ich glaube, das wird noch richtig krass und dann... Wurden schon Jesiden umgebracht von Moslems? Viele, viele. Das war ja mit einer in Stuttgart. Die hat auch sich beschwert, die hat mein Peiniger erzählt, der meine ganze Familie umgebracht hat. Wie kann er sich hier frei bewegen? Dann lief es vom deutschen Staat so, ja, wir können es ja nicht nachweisen. Dann ist das Mädchen abgehauen, wieder in den Irak abgehauen. Also die Behörden haben sich dann wieder geholt. Bevor sie gekommen sind, und das ist jetzt keine Propaganda, hat der einen Anschlag gemacht. Wir haben 2014 den Terrorismus impotiert. Das ist keine Lüge, das ist die Wahrheit. Weil die müssen wir so sehen, das ist wirklich jetzt keine Propaganda, das ist die Realität. Die Jesiden wurden angegriffen. Die Jesiden wurden umgebracht. Und was haben wir ins Land geholt? Ja, denk doch mal an. Was haben wir ins Land geholt? Das ist die Täter. Ja. Richtig. Die Täter. Weißt du, wie oft, wenn Abschiebungen, wenn abgeschoben wird, die schieben irgendwie Christen ab oder so. Die schieben so Minderheiten ab. Und die Sunniten lassen sie. Die Sunniten haben keine Chance, die können wir nicht abschieben. Aber irgendwelche arabischen Christen schaffen die abzuschieben. Oder Georgische, Orthodoxe oder was weiß ich was. Sie schieben alles ab, nur nicht die Täter. Schließt du, das ist Wahnsinn. Ich kann dir eine Geschichte erzählen, jetzt wirst du dich gleich erschrecken. Und das ist Real Talk jetzt. Pass auf, ich habe ja damals, als Rapper, ich mache seit zwei Jahren keine Musik mehr, ich habe Manuelsen gedisst und ich wurde angezeigt von einem Islamverband. Ich habe auch mal angezeigt. Von einem Islamverband. Warte, Bruder, ich wurde von einem Islamverband angezeigt. Und jetzt, du musst mal googeln. Deutschland hat mehr Islamverband als ganz Europa zusammen. Boah. Nein, weiß ich nicht. Frankreich hat auch sauviele Engel. Doch, Google, Google mal, bitte, Google mal. Google mal, bitte. Du wirst vom Globo wegfallen. Aber warum, Manuel? Und der ist doch auf eurer Seite, auf der kurdisch-jesidische Seite. Der nicht, Mann, der schauspielert immer, Mann. Warte. Dankeschön, Yelfer. Warte, wir waren auch mit dir so docks Frau zusammen, oder was? Also erzähl mir bitte nichts. Der tut immer, wir können nichts gegen den Sieden, oder nichts gegen den Nukus, oder nichts gegen den Dollar, oder nichts gegen das. Das ist ein Opportunist, Alter. Der passt sich bei jedem an und labert da, da redet er türkisch, dann redet er kurdisch, dann redet er, da weiß selbst nicht, was er ist. Er hat 20 Identitäten in sich selbst, der weiß nicht, was er ist, Mann. Wenn der, wenn der, wenn der Dix ist, wenn der, wenn der Kurden so mag, warum ist er mit dir so docks Frau verheiratet gewesen? Er ist doch nach Irak gerannt, Kurden umgebracht. Also ich bitte dich. Ja, wo ist seine Frau gerade jetzt weniger, was dafür, ne? Ja, trotzdem. Warte mal, wie, 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 Der war doch mit dir so docks Frau verheiratet, Nadja, ist doch dir so docks Ex-Frau. Ja, ja, stimmt schon. Aber die, ja, okay, aber die war, die war eigentlich so eine, ist eigentlich eine ziemlich moderne Frau, die trägt kein Kopftuch, kein Nix. Ja, ja. Ja, aber trotzdem war es ja drüben, ne? Die war ja auch drüben. Ja, ja, ist das Ding, wo sie sie mal gefilmt hat. Ich hab jetzt was gedacht. Ja, ja, die wirst du in der Öffentlichkeit nicht sehen, die wirst du nicht sehen, die hat sich so abgeschottet. Ich find das eh so abartig, wie sie so die Frauen so rumreichen. Der hat mit der zwei Kinder, der nimmt die mal, der ist mal mit ihr einjagd. Was ist das, Alter? Wie ein Bordell, Alter. Sie reichen die Frauen vom besten Freund, dann bekommt sie der Cousin, dann bekommt sie der. Was ist das, Alter? Ist das dieses... Dann wärst du der Familie, Bruder. Ist das der Begriff von Ehre, was die haben, oder was? Was ist das für... Abartig, Alter. Und die hören sich unter anderem noch nicht mal ihr auf. Ja, wenn ich mit einer Frau zusammen bin, mit einer Frau zusammen bin, zum Beispiel, und die macht Schluss und dann mit deinem Bruder oder mit deinem Dings, Alter. Ich will nicht drüber nachdenken, was ich machen würde. Oder mit deinem besten Freund oder sowas. Wo gibt's sowas, Alter? Ja, das ist so. Ja, das sind die, die über Ehre und sowas reden. Was? Ich hab dir gesagt, schade, du hast keine Hater vorgedacht. Ich hätte die islamisiert. Die trauen sich nicht. Ich hab die so demoralisiert, Alter. Die sind alle psychisch am Ende, Mann. Die haben gesagt, oh, jetzt haben wir endlich noch einen verrückteren Psycho als wir gefunden. Also, vorgestern gab's wirklich mehr Zerfetzung. Boah, vorgestern war der Junge. Hallo. State of the... Kaffeepause. Ich würd mal wünschen, du und Arafat gehen, aber das würde ich ja am liebsten wünschen. Er hat ein Angebot mit Arafat. Kein Problem, wenn er will, kann er jederzeit mit Arafat online. Aber er ist nicht so auf Eskalation. Ich glaub, mit dir ist einer der wenigen eher, mit dem man normal reden kann. Ja, aber ich hab Aufnahmen von ihm, wie er über Jesiden redet, er ist schon ganz, ganz hinterhältig. Ja, aber dann hat er zurückgerudert. Dann hat er zurückgerudert. Ja. Weil Jesiden sind schon Macht in Deutschland. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. SPF-Fan, liebe Grüße aus dem schönen Bayern. Wir hatten München mit dem Stuzi letztes Jahr September was zu tun. Liebe Grüße, freut mich. Und wie geht's dir? Gut, dir? Ja, muss. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja. Jetzt haben wir jetzt Wochenende ein bisschen entspannen. Ja, nur heute, aber am Sonntag wieder arbeiten. Sonntag? Wo arbeitest du Sonntag? Ja, Tankstelle. 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 Shit. Du meinst als nix. Ja, das geht. Irrfragen, um was geht's denn bei dir im Live? Ich hab kein Thema bei TikTok. Wer hat's Thema bei TikTok? Bei dieser Plattform ist nur laba laba. Bei dieser Plattform gibt's keine. Wir können ja Tandems machen. Aber warte, warte. Ich hab fast viele Zuschauer. Leute, ich hab ne Bitter an euch. Ich mach hier eigentlich nie Betrug oder so. Aber hier geht's um Spendenaufruf. Es geht um verrugerte Suboringer. Jetzt fragt mich, spendet einfach auf mein Konto. Dankeschön. Ach, Falser, du hast so einen Synapsenfehler, Alter. Nachdem sie bei mir gespendet haben, können sie bei dir spenden. Also spendet erst mal Irrfragen und der Rest, also diese 10, 15 Cent, die können dann gerne an Falser gehen. Ich bin verarmter Islamaufklärer. Ihr wisst, dass ich ein verarmter Islamaufklärer. Ich hörst du, du bist auch mit Fofi. Maschallah, danke, Bruder. Aber 100 Euro Hemden da. Was für 100 Euro? Das ist zwar aber das habe ich bei Ticke Max für 25 Euro oder sowas gekauft. Kommen wir nicht mit 100 Euro hin. Das ist auch der Senzfleck auf. Das ist Ralf-Laurin-Zeit, das ist kein Senzfleck. Also ich bin mit 100 Cent. 100 Euro. Das ist 100 Euro. Er kann sich hinterhältig sein. Wer? Er kann sich hinterhältig sein. Nein. Ich überlege nur die ganze Zeit, wie ich ihr von dem Besten sage, dass er doch bitte viel freundlicher an seinem Live sein soll, aber mir ist noch keine Formulierung eingeführt. Lass lieber Formulierung. Wenn du nicht rausfliegen willst, dann lass die Formulierung. Boni, Irfan ist doch freundlich. Hallo, du musst dir mal die Kundgebung ... Wo warst du? In Wien? In Wien, ja. Du musst dir mal die Kundgebung in Wien angucken. Irfan ist top freundlich. Ja klar, was wollt ihr mehr? Das ist der freundlichste, freundlichste Mensch in ganz Wien. Aber ich finde das aber auch viel glaubwürdiger, wenn wir zum Beispiel auch so Blümchen verteilen würden oder so. Schau mal. Nee, Irfan kann machen, was er will. Also, wie gesagt, ich bin so, wie ich bin. Ich sage nicht, dass es super ist. Ich sage nicht, dass es nur positiv ist. Es ist verschiedene Meinungen. Man kann sagen, ja, du bist das, du bist das. Aber ich will nicht mich verstellen. Ich kann jetzt auch freundlich tun oder mich verstellen. Ich bin so, wie ich bin. Weißt du, wenn du so ein total lieber und netter und so zurückhaltend wärst und so wollen kommunizieren, du hättest überhaupt keine Reichweite. Du würdest total untergehen. Du bist halt so monikal, so wie du das machst, weil du kein Blatt vor den Mund nimmst. Ist das genau richtig? Ich mache das nicht künstlich, um Reichweite zu bekommen. Ich bin so. Alle Leute, die mich privat kennen, wissen das auch so, dass ich so bin. Deswegen kann ich so ein bisschen nicht anfangen mit, ja, du musst das und du musst hier und du musst dort. Du kannst auch nicht jemanden, der irgendwie voll liebt ist, einreden, hey, du musst aggressiver auftreten. Er kann das vorspielen, er kann das künsteln, aber er kann nicht so sein. Verstehst du? Ich meine, ich finde, ich sage nie jemandem, hey, du bist zu das oder du bist zu das, sondern so wie du bist und fertig. Vor allem ist es ja auch wirklich dein Life. Es ist doch deine Sache, wie du das machst. Was soll das da reinzukommen und dir irgendwelche Verhaltensregeln davor zu schreiben? Was soll denn sowas? Und dann, und sie denken, manche Katzenvideos angucken auf TikTok. Und manche denken jetzt, okay, ich bin Christ geworden, ich bin Christ und jetzt müssen sie das nur so religiös verpacken und dann können sie alles sagen, machen und ich muss das annehmen, weil, ja, so und so. Was hat das damit zu tun? Jetzt nimm das nicht falsch auf, aber ich habe es meinem Vater damals in München auch gesagt, Irnpfern ist wie eine Hämorrhoide, er reizt Arschlöcher und das kannst du sehr positiv aufnehmen. Danke, danke für dieses schöne, liebe Argument. Der ist nicht schlecht. Sehr gut. Ja, wie gesagt, also ich war, bei der Kundgebung von Michi, wo Irnpfern auch dabei war in München, wo auch diese jungen Gruppe, dieses Banner an der Kirche aufgehangen hat. Ah, die Kundgebung war super, die Kundgebung war echt gut. Ja, genau, genau, und da habe ich dich ja auch erst das erste Mal live kennengelernt und ich muss echt sagen, Irnpfern, die Liebe ist einfach, dass du auf positive Weise die Wahrheit so aus der Gegenseite rauskitzelst. Ja. Man hat bei dir wirklich auch gemerkt, du bist mit Kraft und Energie dabei und die Gegenseite, die hatte nichts dagegen zu melden. Ich will nur, das war, glaube ich, letzte Stunde oder letzte eineinhalb Stunden von dieser Kundgebung, wo du auch zu den Gegenleuten gesagt hast, ja, verkleidet ihr nicht euer Land und seid bei uns in Deutschland und ich habe das so gefeiert. Auf diese Afghanen, ja, ja, die ÖZEA, die sind gekommen, so genau, ganz stolz. Ich fand das immer geil, wir stehen nicht vor Erde, wir stehen hinter Erde und irgendwie sowas und dann sagst du jetzt mal, aber warum in Deutschland, warum nicht hier in Türkei, warum schießt du in diesem Land zu deinem Präsidenten, geh doch in die Türkei zu deinem Präsidenten, ich habe mich kaputt, aber diese ist ja auch diese Afghanen waren echt und da hat dich einer angespuckt und du bist ruhig geblieben, ich hätte es nicht machen können. Mir hat keiner angespuckt, wir haben ihn gespuckt. Ich war kleiner Junge, auch nicht unter der Schnupfenberger. Nein, ich habe sicher keiner direkt angespuckt, Stürzenberger vielleicht, mich hat keiner angespuckt. Ich fand, warte mal, ich habe, ich habe letztens so einen Albaner aus England, der war aus TikTok, dann hat er erzählt, sein Vater in England, der war Moslem, dann hat er seine Religion gewechselt und ist Christ geworden und er meinte, nur aus dem Grund, damit die Pakistaner ihn auf der Arbeit nicht mehr Bruder nennen. Und ich schätze dich ein, du willst einfach nur nicht mit den ganzen anderen einen Topf geschreckt werden. Das ist nicht der einzige Grund, es gibt schon noch andere Gründe, aber ich verstehe, das ist ein Bruder, ein Geister, ich verstehe seine Logik der Humboldt. Kelmendi, Kelmendi, ich kenne es bei mir in der Arbeit an der Tankstelle auch, ich habe teilweise Kultkraft, auch unsere Fachkräfte, da gibt es einen, der kommt jedes Mal rein und sagt so, hey mein Bruder, ich denke mir immer so, sag ich jetzt was oder sage ich nichts? Wie gesagt, also ich habe meine eigene Meinung dazu und ich muss sagen, Irfan, mach weiter so, du bringst wirklich Feuer in dieses Thema und du bist wirklich einer, also Michi ist auch wirklich verdammt gut, aber du bist einer, der geht auf die Barrikaden und das ist das, was wir brauchen. Danke, danke dir, danke dir. Wozu seid ich in Deutschland? Was? Wozu seid ich in Deutschland? Ich wohne jetzt in Wien. Irgendwann ist ein Österreicher. Oh, Kuhl, wie der Zentralfriedhof, dann in Falco. Ich weiß gar nicht, ist der hier beerdigt? Der ist doch in der Dominikanischen Republik gestorben. Ich weiß gar nicht, was er beerdigt. Nein, ich war doch schon wieder in der Zentralfriedhof, da ist auch ein Kraft. Du bist eigentlich da wegen Falcos Klappi hergekommen. Das war mein Vorbild. Echt? Wirklich, das war ein Vorbild, wo du weißt. Ich war eh ein Genie, war eh genial, Falco. Dankeschön. Der hat seine Zeit vorausgelebt, danke. Also der war genau so ein Genie wie Mohamed. Auf andere Art. Auf positive Art, nicht auf so destruktive. Ich kann keinen Unterschied, wenn ihr es gerne hören wollt. Er kommt von mir, das ist mein Zitat. Der Unterschied zwischen Jesus ist, Jesus hat sich für die Sünden der Menschen geopfert. Mohamed hat die Menschen für ihre Sünden geopfert. Ich sage doch, ich sage doch, ironisch. Alles klar. Du kommst aus Bayern, ich komm aus Nordbotscher, weil sie dann haben wir ganz andere akzeptiert, freilich. Ja, mei. Ja, aber da fällt mir ein Video, ein Kilmandy, ich habe so ein Video, letztens habe ich es im Livestream sogar gezeigt, dass ein Albaner sitzt da, sondern auch Zigarette erzählt so und dann beschwert er sich so, dass alle Moslems jetzt immer Salam alaikum grüßen. Weißt du, früher war ja, das war ja nicht Standard, so wer hat Salam alaikum gesagt? Und dann macht er so voll lustiger Albaner, sagt so, sagt er, ich gehe da hin, Bulgare, Salam alaikum, ich gehe hier hin, Pakistan, Salam alaikum, ich gehe da hin, Kurde, Salam alaikum, überall Salam alaikum, sagt er, jede Kaka-Lake, Salam alaikum, lasst uns lieber auf Deutsch grüßen. Aber das ist doch jetzt Deutsch mit Drille, Salam alaikum, Salam alaikum, die sind dann auf Eikon. Polly, Polly, du bist jetzt ruhig, du bist jetzt ruhig, Polly, ich schwörst dir, du bist ruhig. Geht vorhin, ich war heute lecker afrikanisch essen, du musst fragen, was gab's. Alter, Ruhe, du bist ruhig, ich war heute lecker afrikanisch essen. Und jetzt? Was ist das los? Du musst fragen, was gab's? Was gab's? Was gab's? Garzelle. Nichts? Ich hab gedacht, gegrillte, gegrillte Garzelle oder sowas. Gegrillte Garzelle. Aber einmal einer, einmal einer sagt, aber wollte mich einladen, der sagt, lass uns in Stuttgart afrikanische Restaurant gehen. Sag ich, ja, was essen wir so, was gibt's da? Dann kommt er so, Garzelle, was noch? Schlange, und so haben sie gesagt, geh mir weg, ich esse doch keine Schlangen oder irgendwelche komischen Viecher aus afrikanischen Busch, vergiss es mal. Und das ist extrem scharf, dein Essen ist extrem scharf. Vor vier haben sie mich aus dem Fußballverein rausgebrochen, ohne Scheiß, was auch. Da kam so ein Opa, der war mal jeden Sonntag auf dem Sportplatz und war ein Trainer. Ach, dachte ich, der Faisal, ich sag, ja bitte Ernst, kannst du mir erklären, warum die Afrikaner so schnell sind? Ich sag, Ernst, wenn du vom Kleid auf bis jetzt von Löwen weggrennst, da kannst du nur schnell sein. Da haben die mich ausgeschmissen, die kannst du das wussten. Was ist daran rassistisch, Mann? Das ist doch... Aber ich küsse dein Ernst, habe ich mich auch gefragt. Das kann doch passieren, das ist doch in Afrika nicht so unrealistisch, dass du mal vor einen Löwen abhauen musst. Wo ist das unrealistisch? Guck mal, ihr fang, du wirst ja gleich verkuppelt im Chat. Mit wem verkuppelt? Leonie? Ja. Ja, Leonie, dann kann es noch selber fragen, komm mal rein, ich gehe nämlich jetzt eh raus. Ja, komm mal. Ey, 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 Irrfahren, Rebellious Spirit, dank euch Rechtsradikalen wähle ich nicht die AfD, danke für die Widerspiegelung. Ob wie süß. Was? Nio, komm mal. Ey, auf deine Stimme kommt sie eh nicht dann, deswegen mir egal. Ich sag, ich sag, wegen mir, ich sag, wegen mir, keine Ahnung, ob hunderte Leute wählen AfD, ob jetzt einer wegen mir weniger wählt, das macht keinen Unterschied. Also ich will jetzt grüner, habe ich mich entschlossen. Aber die Leo ist gar nicht immer kleber, oder? Was? Ich glaube, die Leo ist auch halt praktisch da nach den Nifan. Wer ist da? Genau dein Schieb, oder? Von was redet ihr? Ich weiß nicht mal, von was ihr redet. mit der dich verkuppeln will. Oh, ich hab einer braune Gesocks, wo ist eigentlich deine Woodies? Ja, das ist Rebellious. Ich schlafe mal. Der hat das mit der AfD aufgeschrieben. Das war mal auf die Uhr, zwei Uhr, ich kann nicht die Leute verpflichten, meinen Livestream zu moderieren. Die Leute haben noch Privatleben. Naja, nicht viele. TikTok-Suche. Ja gut, ich bin mal raus. Alles klar. Hey, hat mich gefreut. Ja, alles Gute. Alles Gute. Ich hole mich ohne Gott, Stefan, machst du weiter? Danke dir. Das ist Sonny, schönen Abend. Ciao, Pony, ciao. Alles Gute, Ciao. Aber, Irfan, jetzt mal ohne Witz, machst du das so beruflich, also verdienst du damit doch was, oder machst du was anderes beruflich? Ich mache noch was anderes. Okay. Das ist privat. Bau Stehler, oder? Ich bin im Vertrieb bei Kilmendi-Sucuk. Ich sorge dafür, dass viele Kilmendi-Sucuk verkauft werden. Aber da ist Halal drauf, ne? Da ist Halal-Tiegel drauf. Aber der ist zu scharf. Ich sage dir ehrlich, der bosnische Sucuk ist der Beste. Der albanische ist mir so, nicht scharf, aber der hat so viel Gewürze drin, so du kriegst Magenschmerzen dann. Also bei mir halt. Aber er hat von Schweinefleisch essen, wenn er halal geschlachtet ist? Ey, weißt du, was du machen könntest, Kilmendi? Sucuk aus Igel. Halal, weil Igel ist halal, wusstest du nicht. Ich kann dir nichts zeigen, Igelfleisch ist halal. Aber isst du eigentlich so Schweinefleisch, oder hast du da so generell eine Abneigung, so kulturell halt? Ich hab so paar Mal probiert gegessen, aber schmeckt mir nicht so Schweinefleisch, so esse ich nicht regelmäßig so. Aber ist doch schon so ein bisschen das kulturelle, weil man es von klein auf macht. Ja, stimmt, stimmt. Das fließt ein bisschen mit rein. Das kulturelle fließt mit rein. Wenn dir so 25 Jahre lang immer nur kein Schwein, kein Schwein, kein Schwein, kein Schwein, dann ist das so... Aber du musst dich ja rechtfertigen. Aber Christus ist es doch auch verboten, rein theoretisch gesehen. Ich weiß nicht, ob es verboten ist, aber zum Beispiel Jesus hat ja auch nie Schwein gegessen, oder sowas. Ja, weil es ungesund ist. Ja, gibt es verschiedene Beine. Aber ich sag dir so, wie es ist, Bratwurst muss ich schon auch Schweinefleisch essen. Aber sonst... Ja, Bratwurst bestimmt zum Beispiel schmeckt schon gut, so weißt du, aber kommt drauf an, was. Ja, in Österreich habt ihr ja Käsekreiner mit Rinderfleisch. Ja, Käsekreiner ist gut und allgemein ist das Essen in Österreich ist super. Ich muss sagen, in Österreich besseres Essen als in Deutschland. Ja, auf jeden Fall. Oh ja, das stimmt. Definitiv. Ich will einmal nach... Ich will einmal nach Wien zu diesen Dönerwahn. Ich hab den immer auf YouTube gesehen. Er ist so mit Holz, mit Holzgrill sein Döner macht. Ferhat-Döner oder so. Ja, Grundgebung. Die Grundgebung war direkt bei diesem Dönerladen. Direkt da in der Nähe. Und hast du dir da dein Gewalt nach der Grundgebung, oder? Ja, genau. Nach der Ding. Das habe ich richtig. Aber es soll schon sein. Sie haben so eine Frage an dein Bruder. Hast du eigentlich auch muslimische Freunde? Oder gar nicht? Das interessiert mich jetzt mal so persönlich. Was heißt Freunde? Ich habe schon Leute, mit denen ich in Kontakt bin. Jetzt gehören jetzt nicht zum engeren Freundeskreis, aber so Bekannte und sowas habe ich schon. Familie halt auch, ne? Ja, Familie auch, ja. Wobei die auch so, keine Ahnung, was heißt es? So dem Namen nach, aber keiner von denen ist so praktizierend. Ich hatte ein paar so praktizierende, aber mit denen habe ich nicht so Kontakt. Also traditionelle Balkan-Muslime halt, ne? Ja, wenn überhaupt. Du bist serbisch, ne? Ja, mir ist gemischt. Bei mir ein Teil ist aus Serbien, ein Teil sind aus Kosovo ursprünglich. Ja, der Nachname ist auf jeden Fall ja eben, das ist diese Seite, väterlicherseits. Also die sind ursprünglich aus Nordalbanien und dann nach Kosovo. Und wir haben einen Minister in Kosovo, der ist auch PC mit Nachnamen. Für was ist der Minister? Innenminister. Für Abschiebung. Für Abschiebung. Wen willst du kurz nur abschieben? Da gibt es Zeit zum Abschieben. Der ist Religionsminister. Für religiöse Angelegenheiten. Nein, nein, der ist irgendwas so, keine Ahnung, irgendwas im Recht halt. Aber, ja. Aus dem Komitiv, ja. Ja, meine kommen auch von dort. Ja, ist große Familie. Große Familie, gibt es viele. Ja, die bezeichnen sich ja, oder die sagen, dass sie die Nachwand von Isa Valentini sind, ne? Kennst du doch. Ja, ich weiß, ja, ja. Dieser albanische Nationalheld da. Oh, aha. Ja, ja, die sagen, die sagen nicht so, die sind das auch so. Die sind das auch, ja, ja. Die sind das auch, ja. Gehst du auch schlafen? Alles klar. Ja, ich beende, ich beende, ich beende jetzt eh auch gleich, weil von den Moslems keiner klaut sich. Was? Danke, dass ich beruhig durfte. Ja, was ist das? Und auf jeden Fall, bleib wie du bist und nur Liebe für dich. Nur Liebe für dich. Danke. Egal, was passiert, also ihr siehnt und wir sind alle hinter dir. Danke, Bruder. Ich spür's dein Herz, Bruder. Danke, Bruder. Schlaf, schön, bleibt gesund. Du auch. Alles Liebe. Alles Gute. Ciao. Ciao, ciao. Okay, dann wünsche ich dir auch mal eine gute Nacht. Ich hab nix gegen, ich hab nix gegen dich so, weißt du? Na, dann kannst du dich erinnern. Im Endeffekt haben wir schon Blutsverwandtschaft irgendwo, ne? Kann sein, ja. Auch wenn wir uns hier bei einigen Sachen nicht einig sind, aber Blut ist dicker als manchmal, auch Ideologien und so ein Scheiß. Das musst du entscheiden. Naja, ich würde, wenn ich dich jetzt auf der Straße sehen würde, ich würde dir niemals feindlich, verstehe, was ich meine, die ich jetzt anpöbeln oder so ein Scheiß, das würde ich niemals machen. Ja, warum auch? Ja. Weil, schau mal, es gibt ja genug albanische Christen. Das ist noch meine Brüder, so. Das ist scheißegal, der Glaube im Endeffekt. Es gibt Albaner, die werden Buddhisten, so sind das keine. Ja, aber die Aggression geht ja nicht von den albanischen Christen gegenüber den Moslems aus, weil es kein albanischer Christ sagt, hey, warum seid ihr Moslems, werdet Christen, sondern da ist ja mehr Druck von den albanischen Moslems gegenüber den Christen, verstehst du? Ja, aber das ist auch eher so ein Internet-Ding. Ich schwöre es dir, in Kosovo, das interessiert kein Schwein so. Echt? Ja, wenig. Also sehr, sehr wenige, dass man da irgendwie Unterschied macht. Vor allem, die meisten haben ja irgendwo in der Familie, da zweibt sich, da ist irgendwann mal der Ur-Wund. Würde ein albanischer Moslem-Vater seine Tochter einem albanischen Christen geben? Ja, 100 Prozent. Meine Oma ist katholisch zum Beispiel. Echt? Also wenn ein Albaner kommt, der sagt, ja, ich bin Christ und so sagt der Vater nicht, hey, du bist kein Moslem oder so. Der sagt, ja, hauptsache, du bist albaner und passt. Ich sag zu 90 Prozent. Ja, in Albanien zu, oder so in Kosovo, vielleicht in manchen Gegenden ist nicht so häufig, aber eigentlich ist das kein Problem. Also jeder Albaner wird eher seine Tochter einen albanischen Christ geben wie einen arabischen Moslem. Also das 100 Prozent. Ja, okay. Das ist klar so. Du weißt doch selber, wie es bei uns ist. Was soll ich dir erzählen? Wir sind schon kleine Rassisten. Das kann man nicht leugnen. Und einen Schwarzen? Würden sie doch einen Schwarzen geben? Ja, das wird, glaube ich, es wird zu Mord und Totschlag wahrscheinlich kommen, ja. Ein Chinesen? Auch nicht, auch nicht, auch nicht. So Bosnien, glaube ich, ist doch die Grenze. Das ist hart, hart an der Grenze, Bosnien. Ja. Auch da gibt es viele Albaner, die so Bosnien so nicht mögen. Ja, gibt es auch, gibt es auch. Aber auch andersrum, auch andersrum. Auch viele Bosnier, die Albaner nicht mögen, gibt es auch. Ja, was eigentlich Schwachsinn ist. Ich glaube, ich habe mal so DNA-Tests und so von Bosnien gesehen, die haben eigentlich fast genau das eine und dasselbe wie die Albaner. so viel lyrisch und so weiter, ne. Ja, kann sein, kann sein. Alles klar, Kjell-Mendi, ich mache jetzt auch, ich gehe jetzt auch schlafen, ich bin auch kaputt. Alles klar, danke dir auch, alles Gute, Kjell-Mendi. Bis dann. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. So. Boah, sechs Stunden, neuer Rekord, ey. Neuer Rekord. Aber ich werde, wie ich angekündigt habe, ich werde diesen Stream auf YouTube, werde ich dann quasi schneiden und den Livestream, das mit Satanismus und Islam, wird auf YouTube bleiben und das andere TikTok-Diskussion wird dann extra, werde ich dann extra hochladen. Gut, hat Spaß gemacht, hat mich gefreut. Danke auch an alle hier bei TikTok und auch bei YouTube und allen eine gute Nacht. Was ist heute? Freitag, nächster Stream. Ja, Mittwoch spätestens. Vielleicht mache ich Dienstag noch einen Stream. Ich bin morgen unterwegs, Montag mache ich auch nichts, aber vielleicht Dienstag. Vielleicht Dienstag und wenn nicht Dienstag, dann Mittwoch. Alles klar. Vielen, vielen Dank, Tom. Vielen, vielen Dank an alle anderen bei TikTok und YouTube. Ich wünsche euch allen eine gute, schöne, erholsame Nacht und bis nächste Woche. So.